Was meinst du? Wer ist denn sicherer? Ist das nicht Götzendienst, Absoluter? Natürlich ist das Götzendienst. Wie kannst du dann sagen, dass wir Sekte sind, obwohl diese Leute sich vor Stato niederknicken und sie küssen? Ja, wie gesagt, ich bin verwirrt, ich kenne mich nicht aus. Also mal die Bibel zur Hand nehmen und dann einfach mal lesen. Ja, ja, da ist was dran. Da ist was dran, oder? Stimmt das eigentlich, dass dein Bruder wegen Pädophilie verurteilt wurde? Bitte, halt einfach deinen Mund, wenn du hier reinkommst, so einen Dreckhaufen erzählst. Vielleicht wurde Mohammed als sowas betitelt, ja, aber nicht mein Bruder. Was hab ich gemacht, der Typ? Raus mit dir. Dreckig, ey. Ich glaube, ich bin Mohammed mit meinem Bruder verwechselt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, du siehst so raus wie Mohammed. Bitte? Du siehst so raus wie Mohammed. Ich kann ja nichts dafür, das ist mein Aussehen. Ich hab so ein leichtes, niemals das Aussehen. Ich hab so kurz bei Ali auch seinen Augen geschnitten, ne? Du hast einen gesoffen, oder was, ey? Ne, ne, ich hab nicht gesoffen. Du hast einen geraucht, ne? Gras legalisiert und los geht's. So was, was, was mach ich nicht? Ach nein, du auf keinen Fall. Du auf keinen Fall. Ja. In Gottes Willen. Was sind das denn hier? Ansprüche hier. Ansprüche, genau. Genau. Ansprüche. Sehr gut. Das Wort verwendet in dem... Tut mir leid, Ex-Muslim. Amir. A.k.a. Amir. Du legst sie grad schön in dein Bett und bist am chillen, ne? Und bist fast am einschlafen. Du dachtest, sie kommen ein bisschen bei Ex-Muslim hoch, ne? Ja, natürlich schlicht. Ich brauch arbeiten. Ja. Was, was hast du heute den ganzen Tag so gemacht? Gearbeitet. Ah, schön. Wenigstens bist du nicht so jemand, der von Kamelurin lebt. Warum? Warum sagst du sowas? Hat das... Macht das... Machen das Mädchen, oder warum sagst du das? Ja, viele Muslime leben halt von Kamelurin, ne? Das ist das. Ja, ich kenne auch viele Hunde, Deutsche. Hm? Deutsche Hunde? Mhm. Kennst du diese Schäferhunde? Die sind Deutsche aus? Gibt's einige Schäferhunde, ja. Hast du recht. Na schon. Gibt's schon Beißen. Die halt, äh, hier den Deutschen auf der Tasche liegen, sind halt die Muslime, ne? Das ist das. Das ist ja... Arbeitest du eigentlich? Hä? Arbeitest du eigentlich? Ich arbeite, ja genau. Ich bringe dir... Aber warum bist du bei der Presse? Ne, ganz und gar nicht. Okay. Ja. Was machst du so, wenn ich fragen darf? Ich bin Chef. Ich bin Chef. In was? Ich bin der Chef des... Chefs. Ich bin Mossad-Agent. Oder bist du... Ein V-Mann? Ein V-Mann, genau. Nein, ich bin ein Y-Mann, nicht V-Mann. Y-Mann. Boah, das ist ja noch schlimmer. Ja, siehst du, das ist die nächste Stufe von V-Mann. Ja, Digga, da würde ich auch auf jeden Fall aufpassen in der Öffentlichkeit. Mhm. Weil der Islam Frieden ist, ne? Weil der Islam Frieden ist, ne? Hä, wie kommst du jetzt auf den Islam? Ich rede gar nicht... Guck mal. Hast du was gegen den Islam oder so? Oder warum? Nein, ich finde den Islam... Eigentlich magst du den Islam. Das ist die schönste Religion der Welt. Das ist die wunderschönste Religion der Welt. Also Nacken therapieren, Christen unterdrücken, Juden verfolgen, Andersgläubige unterdrücken. Also das ist die schönste Religion der Welt. Wovor redest du da? Hallo? Aber ich habe mal eine ehrliche Frage jetzt, ne? Ja. Was hast du eigentlich davon? Hast du was davon so eigentlich, was du machst? Ja, Aufklärung. Damit die Leute ein bisschen ihr Gehirn einschalten und nicht kamilorisiert sind. Dankeschön, dass du da warst. Meine Güte. Was ist denn heute hier los mit den Leuten? Von der Frau auch, ne? Du bist vor allem. Ich sage das. Salam Aleikum, mein Bruder. Salam Aleikum, Salam. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie auch, mein Bruder. Du siehst, meine ganzen Freunde, alles Fans von dir. Die sollen kein Fans von mir sein, die sollen den Herrn Jesus Christus folgen. Amen, Bruder. Ich habe mal eine Frage. Stimmt das wirklich, dass Mohammed, bevor der mit Aisha geheiratet hat, die zur Frau genommen hat, dass der auch Gelüste nach anderen Babys hatte? Der hat Gelüste nach anderen Babys, ja. Ommulfaddel. Ja, das heißt doch, dass er... Ja, wie soll ich sagen? Das heißt, das ist ja quasi bei ihm schon im Blut gewesen, oder? Das ist sehr, sehr schlimm. Andere Menschen schauen sich Babys an, die gerade auf dem Boden am Krabbeln sind und denken, boah, wie süß ist das Baby und Mohammed bekommt Heiratsgefühle. Also das ist für mich das Allerschlimmste gewesen, als ich das gelesen habe. Oh, das ist echt heftig. Ja. Kannst du vielleicht sagen, wo das nochmal steht, Bruder? Ja, sag ich dir. Heiratsgefühle zu einem Baby, das ist so krass. Hast du das? Ja. Es ist überliefert von Ommulfaddel, dass der Apostel Allahs um Habiba vor sich sah, die zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind war, das erst kürzlich das Säuglingsalter überschritten hatte. Und er sprach, sollte sie dafür bereit sein und ich bin noch am Leben, so will ich sie zu meiner Ehefrau machen. Wo finden wir das? Sag ich dir jetzt. Wahnsinn. Das ist auf der größten Fatwa-Seite des sunnitischen Islams. Islamweb.net. Genau. Ja, Bruder, hoch ist vorbei. Wahnsinn. Warte. Ganz kurz. Aber ich brauche da auch nur noch ein Schatz. Das steht im Musnad von Imam Ahmad Hanbal. Band 6 auf der Seite 338. Wahnsinn. Ja, ich hab mir das mal... Nein, ich bin kein Jeside. Da schreiben einige auf, ich bin Jeside. Nein, ich bin kein Jeside. Ich bin Aramäer. Ja, da siehst du mal, der Mohammed hat geheiratet gelüstet, wenn er so ein Baby auf dem Boden am Krabbeln zieht. Und das ist das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen. Aber spätestens, wenn man... Also lass mal alles beiseite, aber wenn man das hört, da muss man doch an seinem Prophetentum eigentlich zweifeln. Also, wenn man einen klaren Menschen versteht... Das ist gar zwei, wenn ich das mache. Ich weiß auch wieso, weil der Mohammed selber den Muslime rät, Kleinskinder zu heiraten. Das ist das. Ja. Der beschwert sich bei einem Mann und sagt, warum hast du denn kein Kind geheiratet, das mit dir spielt und du mit ihm. Du mit ihr. Bist du fass? Ja. Warte, ich zeig das bitte. Ey. Ist das nö? Nein, nein, nein. Also, ich selber verstehe nicht, wenn Menschen so etwas lesen... Nein. Nicht... Ja. Das ist ein Kollege von mir im Hintergrund, der hört es gerade zu. Ich höre ihn. Nicht wach werden. Gott sei Dank werden ganz viele wach. Ja. Der hat eine sehr große Affinität zu Kindern. Der steckt seine Zunge in den Hals von Al-Hassan in Al-Adab Al-Mufrat 1183. Und dann lässt er sich auch den Bauch küssen von einem Mann in Sunan Abidawood 5224. Und dann hat er auch den kleinen PINIS von Al-Hussein geküsst. Das findest du auf islamweb.net. Ja, da hat er auch homosexuelle Männer in seinem Haus drin und hat sie rausgeschmissen. Omar auch. Ja, guck mal. Das heißt, wenn die Muslime sagen, Aisha war nicht 6, dann gibt es ja diverse andere Quellen, unter anderem, die ja bestätigen, dass er eine Affinität für kleine Kinder hatte. Ja, genau. Guck mal hier, das befindet sich in Sai Bukhari, Band 7, Buch 62, Hadith 16. Und ich lese das mal vor, guck mal hier. Jabi bin Abdullah berichtete, während wir von einer heiligen Schlacht mit den Propheten zurückkehrten, fing ich an, mein Kamel schnell zu treiben. Da es ein faules Kamel war. Ein Reiter kam hinter mich und stach mein Kamel mit einem Speer, den er bei sich hatte. Und dann sprang mein Kamel los. Er sprang mein Kamel los, also wollte so schnell laufen, wie das beste Kamel, das sie sehen konnte. Der Reiter war der Prophet selbst. Er sagte, warum hast du so eilig erantwortet? Ich bin frisch verheiratet. Er sagte, hast du eine junge Frau oder eine Matrone geheiratet, also eine Erwachsene? Ich antwortete, eine Erwachsene. Er sagte, warum hast du kein junges Mädchen geheiratet, damit du mit ihr spielen kannst und sie mit dir? Guck dir das an, was der Mohammed den Leuten rät. Wahnsinn, wirklich. Also mir fehlen die Worte. Stell dir mal vor, so ein Imam sagt das zu einem Muslim, der freut sich, dass er eine Frau hat in seinem Alter, weil die zusammen gewisse Dinge teilen, vom Intellekt und alles Mögliche. Und auch vom physischen her. Und dann sagt der Mohammed, warum heiratest du so eine ältere Dame oder in deinem Alter? Sag, geh und heiratest du lieber ein Kind, das mit dir spielt und du mit ihr? Ja, was soll ich dazu sagen, Amir? Gar nichts. Was willst du dazu sagen? Das ist einfach nur noch traurig. Das ist einfach nur traurig, dass es überhaupt noch Muslimen in Europa gibt. Das ist richtig. Ja, aber das Problem ist, wie du sagst, diese ganzen TikTok-Shisha-Muslime, die beschäftigen sich ja nicht mit ihren Schriften. Ja. Und wenn du quasi, wenn du aus den Quellen zitierst, ja, das passt dann auch wieder nicht. Natürlich. Die verstehen sogar ihre Augen und Ohren davor. Richtig. Ja, das ist aber hammerhart, was du da sagst, ne? Ja. Das heißt, wenn du dein ganzes Leben lang nur von allen belogen wirst und nur quasi die paar schönen Seiten, hätte ich fast gesagt, nur gesagt bekommst und ne, die Wahrheit. Und du kommst dann mit der Wahrheit, ja, das shoppt die Leute, ne? Natürlich. Stell dir vor, dein gesamtes Weltbild bricht ja zusammen, ne? Wenn du die ganze Zeit über Mohammed gedacht hast, dass das ja das totale Vorbild und die höchste moralische Instanz war, der beste Mensch, der hier gelebt hat und die Quellen uns zeigen, dass er ein absoluter Sünder war, das ist heftig. Ja. Ja. Und wen haben wir als Beispiel? Sündlos. Unser Herrn Jesus Christus. Jesus Christus siehst du. Eigentlich genau das Gegenteil, ne? Wenn du guckst, die Schriften, alles komplett das Gegenteil. Gut, böse, hätte ich fast gesagt. Ja. Ja gut, mein Bruder hat mich wieder gefreut. Ich höre dir weiter zu. Du weißt, ich bin fast jeden Tag bei dir im Live. Ich bin ein treuer Zuschauer, Zuhörer. Seit, ich hätte fast gesagt, seit fast Tag eins, seitdem du bei TikTok bist. Gott segne dich und deine Familie. Danke, mein Bruder. Dich auch und mach weiter so. Deine... Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Gottes Segen. Mach's gut. Danke, Bruder. Du auch. Schmeiß mich raus, bitte. Womit willst du mir jetzt auf die Nerven gehen? Armin, ich bin echt müde geworden, mein Lieber. Ja? Meine Frage, ich kenne dich ja länger, als hier der Mattei dich kennt. Ich kenne dich schon seit Abonadi-Zeiten, mein Lieber. Ach, das ist ja heftig. Hä? Das ist ja heftig. Ja, aber wir wissen ja alle schon, was du alles durchlebt hast, erlebt hast. Wie viel Mundgeruch du reingezogen hast von anderen Menschen. Aber komm zur Wahl zurück, Armin. Ich würde mich freuen. Jetzt haben wir alle eine Runde gedacht. Armin, bist du beschnitten eigentlich? Bist du beschnitten? Willst du das zurückgängig machen? Unglaublich haben wir leider. So, Crazy Commanders. So, Tag haben wir mir auch wieder auf die Eier. Ich meine, auf die Nerven gehen. Entschuldigung. Jo, gut. Ne, ich will einfach nur normal diskutieren. Ich will einfach nur wissen, was war der ausschlaggebende Punkt für dich, wo du gesagt hast, ey, ich werde jetzt zu Christ und das ist jetzt die wahre Religion für mich. Und ich will das einfach nur verstehen, weil ich interessiere mich auch so für die menschliche Psychologie, weißt du, weil du warst ja auch Rapper. Ich weiß nicht, haben die dich unterdrückt, die Jungs. Also hier Tekken, Bugatti, LG und so, wo du sagst, ey, ich muss jetzt. Komm nie wieder hin, habe ich gesagt. Nie wieder. Okay? Komm einfach gar nicht mehr wieder. Unglaublich, ey. Äh, Crazy Kommentar wird auch erstmal blockiert. So ein Zeug kann ich mir nicht geben. Gar keinen Nerv auf dieses Zeugs hier. Dieser Samsung hat Kamelurinleitung, auch nicht gut. Dankeschön. Gott segne euch und eure Familien, ihr Lieben. Wir haben schon fast ein Uhr morgens, ey. Ich bin hier immer noch mit euch live. Diese Nüternacht-Streams. Dank alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Seid froh, dass ihr den Herrn Jesus Christus habt, ne. Dass die Leute, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt. Dass ihr das Privileg genießen dürft, euch Kinder Gottes zu nennen. Das ist absolut wundervoll. Ja. Der ein oder andere wird niemals zum Herrn Jesus Christus wenden, ne. Das ist so traurig, ne. Das ist so traurig. Ja. Vorregional, ja. Hallo Amir, ich bin es nochmal. Ja. Du Amir, ich habe eine Frage und zwar, ob du vielleicht die Geschichte erzählen könntest, weil du hast gemeint, du wurdest zweimal fast ermordet. Ja. Ja. Ob du da einfach mal so die Geschichte erzählen kannst, wie genau das war. Also das eine Mal kenne ich, glaube ich. Also da hat er versucht, sie zu erschießen, aber das andere, wenn du das erzählen könntest, das interessiert mich. Warte mal ganz kurz. Du, ich mache gar nichts, bin am chillen. Toni Toni. Ja. Da waren wir stehen geblieben. Ne, ich wollte wissen, ähm. Ja, 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 ähm. Versucht haben, da wieder irgendetwas zu starten, aber der Startschutz war schon wieder zuvor. Äh, vor, also bevor die irgendetwas starten konnten. Die hatten sich schon wieder irgendwas besorgt gehabt und dann wurden sie, wurden die anderen auch direkt wieder, ähm, gekascht, ne. Wahnsinn. Bevor die überhaupt in meine Nähe kamen, ne. Krass, Mann. Das eine, das eine Mal kamen die, äh, haben die versucht, also, beziehungsweise die kamen und, äh, haben mich verfolgt und alles Mögliche, das war diese Verfolgungsjagd. Und da wurden die ja vom Startschutz aufgehalten und beim zweiten Mal wurden die schon vorher vom Startschutz aufgehalten, ne. Hälftes. Hälftes. Also wenn man sich das Video angeschaut hat, ne, wenn man überlegt, wenn der ein Messer gehabt hätte, der hätte den komplett demoliert. Natürlich, wenn die Klinge da... Komplett demoliert. Er hätte die mitten ins Gesicht einfach gestochen. Ja, so ein alter Mann, ne. Wenn du auf einmal hier in diesem Bereich rein stichst... Krass, krass. Krass, krass. Das Video ist heftig. Da kannst du damit rechnen, dass du auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, ja, eigentlich... Vorbei. 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 Wenn du hier die Arterien triffst, ist vorbei. Ja, ist vorbei. Wenn du Glück hast dann, äh, mit Lähmung und dem Rollstuhl, aber... Nee, wenn du eine gute... Wenn du hier die Schlagader irgendwo triffst, ne, ne. Wenn du richtig rein... Ja, ich weiß... Oder hier oder... Ich kenne einen guten Arzt, der meint, das geht auch, also... Aber mit, mit Behinderung. Ja, wenn, wenn zum Beispiel der Krankenwagen schnell da ist, um, ähm, erste Hilfe zu leisten, dann könntest du das eventuell noch überleben, aber... Aber... Wenn da zu viel Zeit, ähm, verstreicht und das Blut immer weiter ausfließt und du das nicht aufhalten kannst... Ja. Aber die Hackfleisch aus dem Machen. Du musst dir auch vorstellen, wie der Herr auf seine, äh, auf seine kleinen Schafe weltweit aufpasst, ne. Das ist heftig. Ich bin immer wieder am Staunen. Da hat einer gefragt, warum er das gemacht hat. Ja, gute Frage, ne. Das ist natürlich, äh... Warum er das gemacht hat? Bei Marmari oder bei mir? Naja, bei Marmari. Ja, weil er den Islam halt so ein bisschen erwähnt hat. Und er hat nicht mal was Schlimmes gesagt. Er hat nur gesagt, du wirst am Ende der Zeit nicht Mohammed sehen. Und da hat er auch die Buddhisten angesprochen, da hat er die Hindus angesprochen und, und, und. Und er hat nicht mal irgendwas Schlimmes gesagt. Aber sobald du Mohammed erwähnst, ist Feierabend. Egal in welcher Hinsicht. Armin, du bist ja eigentlich eine Person, äh, eine Person des öffentlichen Lebens, ne. Wenn du jetzt normal ins Fitnessstudio gehst und, äh, du willst trainieren, bist du nicht konstant auf der Hut, dass sich irgendjemand mit, äh, mit dem Handel abwerfen will oder irgendwie sowas? Nein, dann mach ich so. Wollte ich gerade an die Hand zu sagen, ey. Nein, du darfst auch, wir dürfen auch nicht die ganze Zeit in Angst rumlaufen. Was ist das? Das macht mich doch nicht wahnsinnig, wenn ich irgendwo hingehe und, ähm, durch die Stadt laufe und irgendwo was einkaufe oder sowas, verstehst du? Ja, das ist schön, das ist schön, wenn du... Werden erkannt. Ich mach mit einem oder anderen Fotos und so, die anderen gucken natürlich ein bisschen böser und sowas, aber... Echt? Keiner kommt und macht mich so an oder sowas. Das ist so, als hätte ich so eine Schutzmauer um mich herum. Boah, mächtig, mächtig. Das ist heftig, ja. Das liegt auch bestimmt an den breiten Schultern, sei mal ehrlich. Nein, nein, die meisten Muslime sind halt, sind friedlich, aber darunter gibt's auch diese, ja, der ein oder andere. Die Handelwerfer. Ja. Okay, okay. Gestern hat jemand gemeint, dein Bart ist nicht gerade, ne? Der Friseur, ich bin auch Friseur, dein Bart ist gerade. Ja, wann soll ich bei dir, äh, Dings, mein Bart machen, komm. Jederzeit, jederzeit. Ich nehm vier Euro, wie anders. Vier Euro ist zu viel, für mich musst du umsonst machen, weil ich mach Werkel. War nur Spaß, war nur Spaß, war nur Spaß. Du bist aus Köln, ne, warst du, ne? Nein, nein, ich komm, äh, ich bin Württemberger Badner. Ach, Württemberger Badner. Boah, so weit, der Stuttgarter Rast. Das ist ne Tour. Studi, ins Studi. Naja, naja. Ja, ich dank dir, ich bin schon noch ein... Baden-Württemberg auf eins, mhm. Bruder! Ja? Ich bin wieder zurück. Wow. Ich hab nur, ich hab nur eine Frage, zwei Fragen gewartet. Jetzt zwei Fragen. Also erste Frage, von wo hast du den Bart? Ich hab mir den drangeklebt. Nein, aber wie hast du den so bekommen, so, so... Wie ist der gekommen? Was hast du gemacht? Bad-Roller. Ist das gut? Soll ich mir holen? Vielleicht hol ich mich drauf. Du sollst dir ein Bart mit einem Roller holen. Ein Badezimmer mit Roller aufrücken. Dann kannst du da Bart besser. Nein, ich will auch ein Bart haben. Ohne Spaß. So ein Vollbart wie du, so mit Konturen, so sauber und so. Wäre schon krass. Du sollst dann nicht auf dieses... Am liebsten würde ich mir eine Maske anziehen, ehrlich. Demnächst, wenn meine Accounts alle gesperrt werden, komme ich noch mit Maske gehen. Da habe ich mit Bad und diese Dinge und alles mögliche. Ich komme nur noch mit Maske. Da kommt der maskierte Sheiky. Ich nehme mich den Mask-Sheikh. Der maskierte Sheikh. Warte mal ab. Aber ich habe noch eine Frage, eine andere Frage. Was geht denn Sheiky? Was haben eigentlich alle so diese ganzen Muslime mit Kamelurin? Ja, weil der Mohamed das empfohlen hat, ne? Bei... Trink Kamelpipi. Müssen sie das trinken, oder was? Ja, der hat ihnen das empfohlen. Er hat gesagt, wenn ihr das unerträgliche Klima in Medina aushalten wollt, geht und trinkt ein wenig Pisse mit Milch. Ja, und die Leute haben es gemacht. Du trinkst einfach die Fäkalien eines Tieres. Es ist Wahnsinn. Wie bist du eigentlich zu Jesus gekommen? Wie ist das passiert? Die habe ich schon tausendmal erwähnt. Es war die Debatte, die mich damals vom Herrn Jesus Christus überzeugt hat. Die Kreuzung und Aufrichtung. Das beste historische Ereignis der Antike. Die Kreuzung und Aufrichtung. Da gibt es nicht dran rumzurütteln. Der Islam fliegt da total auseinander. Ach, von diesem Punkt am größten. Von diesen ganzen Fehlern, historische Fehler und Widersprüche im Koran und Widersprüche zu Allah und seiner Religion. Mal abgesehen davon. Aber an der Kreuzigung und Aufrichtung scheiden sich die Geister. Da kann jeder von euch sich hinsetzen. Ihr braucht dafür nur ein paar Stunden Zeit, um euch das durchzugucken. Und da werdet ihr alle den Islam eigentlich verlassen, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid. Ja, so ist es ja. Und noch diese eine. Ich will immer mit so ein paar Freunde von mir reden, die sind auch vom Islam. Ich will mit denen immer so reden über Sachen. So über Suren, so komische Suren mit diesen ganzen Tötet Ungläubigen und diese ganzen Sachen da. Aber die haben drauf irgendwie, also die haben auch keine Antwort dafür. Die sagen auch so, keine Ahnung. Es steht aber drin. Super. Es steht einfach drin. Was meinst du, wie 99 Prozent der Muslime genauso sind wie deine Kollegen da, die dir diese Antwort geben? Ja, alle sind so komisch, ja. Und was ist eigentlich mit diesem Stein da in Mecca? Und was ist eigentlich mit diesem Stein da in Mecca? Dieser schwarze Stein in Mecca, wo ist Bedeutung? Wo ist der Sinn dahinter? Äh, gar nichts. Es ist einfach wie von einem türkischen Vater die Hand zu küssen. Das ist die rechte Hand von Allah auf Erden, der Stein der Karte. Von wo kommt der Stein? Ein verbrannter Stein. Von wo ist er gekommen? Da, von Himmel. Ein Meteorit. Und den beten sie an und küssen einen Meteorit. Ja, das ist so, als würdest du Allahs Hand küssen. Wie so ein arabischer, alter Mann. Ein bisschen machen, so aus Respekt. Diese Religion, ja, die macht mich verrückt. Die Leute versuchen mir irgendwas zu sagen, ja. Dass Islam richtig ist. Ich kann die nicht ernst nehmen, ja. Ich muss immer lachen. Ich hab keine Worte mehr dafür. Soll ich machen, wenn immer so Leute kommen? Ich kann die nicht ernst nehmen. Wie gesagt, Religion kann mich nicht ernst nehmen. Ich sag immer zu denen, die sollen mit dir reden. Du bist der Beste. Geht alle zu mir. Hol sie alle zu mir. Ich sag, komm, geht alle zu denen. Stellt ihnen Fragen. Geht weg von mir. Okay, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Ja, wir sehen uns, ja. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Die rechte Hand Allahs auf Erden, ne? Dankeschön. So, ah. Andrea. Mach die eine Million Likes voll. Das schaffen wir nicht. Wir sind um 1 Uhr morgens, die ganzen Leute sind tot. Die sind auch müde. Müde wie Dr. Scherer, aber mir. Ich glaub, für heute haben wir schon wieder viel erreicht. Und wir waren schon den ganzen Tag live, ne? Danke. Wir schaffen das. Nein, nach einer Million. Das ist sehr weit weg. Das ist ultra weit weg. Tag. 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 diese Liga bin ich auf Platz 19. Heftig. Platz 19. Dankeschön. 500.000. Bei einer Million bekommst du das Schienbein Abzeichen. Das ist heftig, wie der Mohamed seinen eigenen Gott so beschreibt. Mit diesem wolligen Haar und hervorstehendem Auge. Also drei Augen. Sieht so aus wie der Dajal. Dankeschön. Und dieses eine Schienbein mit einem Fuß und zwei rechte Hände. Das ist heftig. Dankeschön. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, wenn der Allah auf einmal so kommt mit seinem wolligen Haargrünen Anzug und dieser Anzug hat weder eine linke Seite, sondern nur so zwei rechte Ärmel. Dann kommt er so. Stellt euch das mal vor. Oh ja genau, Transformers. Das ist heftig. Woher hat... Und dann sagen die zu mir, ich verunglimpfe den Islam. Anstatt die sagen, ey Amir hat recht, die islamischen Schriften verunglimpfen eigentlich unsere gesamte Religion. Unsere Religion demoliert eigentlich unsere eigene Religion. Nicht der Amir. Der Amir liest das nur vor und dann denkt er sich natürlich sein Teil dazu. Aber die Beschreibung Gottes, wie der Mohammed das beschreibt, das ist absolut krass. Danke, Luca. Ja, völlig gestört. Genau. Schauen wir uns vor, der David hätte uns Gott als so ein Schienbein näher gebracht. Ja, der Gott, Yahweh wird dann so sein Schienbein entblößen und wir werden uns anbeten vor dem Schienbein niederwerfen. Ist das zu fassen? Danke. Am Tage der Auferstehung, wo manch ein Schenkel entblößt wird und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Ja, viele Muslime haben ein Riesenproblem damit. Hallo. Hallo Amir. Hallo, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Gott segnet dich und deine Familie auch. Bruder. Bruder, ich hätte da eine Frage und zwar manchmal debattiere ich mit meinen Freunden und die sind ja auch Muslime und sowas und dann debattieren wir halt schließlich hauptsächlich um die Suche 9 und meine Freunde sagen, Suche 9 wäre er nur im Krieg angewendet und dazu habe ich auch eigentlich ein paar Antworten gegeben, weil eigentlich ist ja Allahs Wort ist ja also da da fühle ich mich umgedrehen. Das Wort Allahs ist zeitlos gültig und das sagt auch der Auslieger Ibn Kathir, wenn du zum Beispiel zu Surah 9 zu Surah 9 gehst und dir die den Tafsih, den kompletten Tafsih zu Surah 9 diest und auch alle anderen Gelehrten, die durchstehst und die Meinung der Gelehrten, die du dazu anhörst, wirst du schnell merken, dass die Surah 9 die gewalttätigste Surah ist und dass Mohammed in dem Falle den Muslimen mitgegeben hat, in Zeiten der Stärke sollen sie genau wie er handeln. In Zeiten der Schwäche sollen sie natürlich ruhig bleiben, aber in Zeiten der Stärke sollen sie die Nichtmuslime vor die Wahl stellen und da haben wir das Riesenproblem und das wird durch Surah 9 Aktauber bestätigt. Und da gab es auch noch eine Sura, das war Sura 61 Vers 4 da steht auch Nedisch sind die, die auf Allas Weg kämpfen. Genau, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen in einer Schlachtordnung. Richtig. Ja und Der liebt also Boko Haram, Taliban, IS und alle möglichen Leute, die im Namen Allahs kämpfen. Der liebt diese Leute. Und das Problem ist ja auch, der Koran ist ja nicht chronologisch aufgelegt. Also der Koran ist ja, wenn man bedenkt, dann ist die Sura 9 ja hauptsächlich ganz hinten und dann ist es also in einem späteren Zeitraum. Deswegen ist die Sura auch für jeden Koffar und anzuwenden. Aber die Mann hat halt nicht versteht. Der Mohammed hat gesagt in seiner Abschlussrede, der Allah hat ihn mit dem Schwert gesandt, über alle anderen Religionen zu siegen und wer auch immer ihn ablehnt, den wird der Mohammed erniedrigen und sein Kalifat wird überall auf der Welt errichtet. Das waren so die Worte von Mohammed. Du siehst also, dass der Mohammed überhaupt nicht mit einer friedlichen Botschaft gekommen ist. Und wer mich ablehnt und nicht mit mir einverstanden ist, den werde ich erniedrigen, sagt der Mohammed in Sahib Bukhari. War da auch nicht, ich kenne gerade die Quelle nicht, aber laut Koran oder Hadith war das so, falsche Propheten werden sterben, wenn ihre Aota getrennt werden oder so. In Sura 69, Vers 44 heißt es, dass wenn der Mohammed ein falscher Prophet wäre und er einfach so Sachen erdichten würde, dann würden wir ihn an seiner Rechten packen und seine Schlagader durchtrennen. Und genau, komischerweise ist ihm genau das passiert in Sahib Bukhari 44, 28, dass er von einer Jüdin vergiftet wurde und er durch dieses Gift starb und er gesagt hat zu Aicha, oh Aicha, ich fühle immer noch den Schmerz bei Chaibal von dem vergifteten Schaf, das ich aß. Und es kommt mir so vor, als würde meine Schlagader durchtrennt werden. Ja. Das ist eindeutig als ein falscher Prophet gestorben. Ja, die Muslime wollen es auch hauptsächlich nicht. Also bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel ich habe Beweise abgelegt, dass Jesus historisch, also das historisch bewiesen wurde, dass er gekreuzigt ist, aber dem ist es egal. Die scheinen, als würde ihr Allah sie anlügen. Also ihr Allah lügt sie an. Und ich bezeug, also ich bezeige Ihnen, dass historisch das bewiesen wurde, aber sie wollen halt immer noch nicht in Islam verlassen. Ja, es gibt Leute, die haben sich bewusst entschieden, ignorant zu bleiben. Was willst du machen? Du kannst diese Leute nur darauf aufmerksam machen. Den Rest muss der Herr dann machen. Nein, du musst dann für die Beten. Ja, der Herr hat ja gesagt, wer nicht hört, dann, ähm, äh, äh, das war irgendwas mit, äh, klatscht eure Schuhe ab und dann geht einfach. Nein, putzt eure Füße, wischt den Staub von euren Füßen ab und geht weiter. Ja, genau. Ja, okay, wo der Arme dann dankst du, Gott sei Dank nicht an deiner Familie. Wollte es sehen. Ciao. Hallo mein Bruder. Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, ne? Hey Brudi, äh, was ich mal sagen wollte, so, ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass der Islam ja vom Teufel ist. Ja. Und, äh, ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, weil man sieht es ja auch auf der Welt eigentlich. Der Islam ist die einzige Religion, die gegen alle anderen Religionen auf der Welt Krieg führt. Gegen Buddhismus, gegen Hinduismus, egal was. Und bei denen ist der einzige Weg einfach immer nur Gewalt. Mord, Mord, Mord und so weiter. Und das ist ja eigentlich der Beweis, dass sie ja vom Teufel sind und das ja nicht mal merken, sozusagen. Überall wo die sind, ist ja nur Leid. Ja, weil der Mohammed dieses Leid hinterlassen hat. Ja, das ist das Vermächtnis, was der Koran, Islam und Mohammed hinterlassen haben. Ebo, und da wollte ich dich auch noch fragen, du meintest ja, Allah hat ja zwei rechte Hände. Ja. Ja, kannst du das erklären noch einmal? Ich möchte das genau wissen. Da gibt es nicht zu erklären. Er sagt von sich selbst aus, dass er zwei rechte Hände hat. Ja. Der hat einen grünen Anzug, zwei rechte Hände, ein Schienenbein, ein Fuß, wolliges Haar, ich weiß nicht, das sieht aus wie so... Und trinkt noch Kamelurin. Ja, genau, das sieht aus wie so... Das ist echt krass. Deswegen habe ich dem Muslim gesagt, wenn ihr sagt, dass der Herr Jesus, wenn ihr den runterbuttert, den Gott der Bibel, dass er Mensch wurde und ihr uns sagt, dass wir Babyanbeter sind und dass unser Gott Windeln getragen hat, dann müsst ihr aber auch damit einverstanden sein, dass euer Gott einfach ein Transformers ist. Optimus Prime. Ja, aber die meisten haben ja echt gar keine Ahnung von ihren eigenen Glauben, die Muslime. Die kommen dann hier rein und dann, wenn sie in die Ecke gedrängt werden, dann fangen sie an zu beleidigen. Wenn die Muslime auf dieses Niveau herabgehen, dann müssen sie auch zugeben, dass Allah Optimus Prime ist. Ja. So ein Wego-Bausteinsatz. Dann steckst du zusammen. Aber auch, wenn man sich das mal so von neutraler Sicht anschaut, dann hat ja eigentlich dieser Mohammed und Allah, die haben ja nur negative Eigenschaften. Wirklich durch und durch. Pädophil, Mörder, ja, Psychopathen eigentlich. Nicht diese Sachen, das ging gleich gesperrt. Ja, sorry, Digga. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und einfach. Hey, Gott segne dich auch. Tschotscha. Ja, deswegen, der eine, der eben noch reinkam hat, der, warum beziehst du dich denn nur auf die schlechten Verse des Korans? Also der gibt mit anderen Worten zu, dass der Koran auch schlechte Verse hat. Das ist unglaublich. Ja, dann habe ich mir gesagt, du musst dich mit der Kunst der Abrogation auseinandersetzen. Na, sag mal, man such. Und dann wirst du das herausfinden, ne? Dass der Allah ein fehlbares Wesen ist, ne? Und sich korrigieren muss. Ja, okay, ihr Lieben, ich glaube, wir machen jetzt langsam mal Schluss. Wir haben jetzt schon halb zwei gleich, ey. Ich bin auch todesmüde, ey. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir sehen uns dann, glaube ich, dann morgen oder was. Oder sollen wir alle zusammen, soll ich mich ins Bett legen und wir legen uns alle zusammen zu schlafen. Mit 500 Leuten zusammen schlafen, genau. Da gibt es einige TikToker, die schlafen so mitten in ihrem Stream so ein. Das ist heftig. Ich glaube, bei Barelos ist das schon sehr oft passiert, dass der einfach so geschlafen hat. Und dann lässt er so ein Match laufen. Während der Schläfe verdient der Geld. Das ist so kaputt. Das ist so krank, ne? Der schläft doch verdient der Geld. Das ist krank. Ja, wir sind in einer ganz, ganz komischen Welt, ehrlich. Ganz, ganz komischen Welt. Naja. Ihr Lieben, wir binden den Livestream jetzt. Bleibt bitte bis halb zwei. Nein, ich kann nicht mehr kommen, Leute. Für heute ist gut. Ich war heute schon mit euch. Wie lange war ich mit meinem Bruder noch live? Ey, ich war die ganze Zeit nur unterwegs, war einkaufen. Das Handy hatte ich hier in meiner Tasche und das ist total heiß geworden und ja, es ging nicht weiter. Warte ein Moment. Ja, es ist wirklich schon so spät. Ja, es ist wirklich schon so spät. Können wir bitte noch beten? Ja, das hast du sehr gut gesagt. 1. Johannes 4, 7. Mein Lieblingsvers aus der Bibel. Das hast du sehr gut gesagt. Wer auf die Knie gehen kann, der soll auf die Knie gehen. Wer im Sitzen oder im Liegen beten möchte und die Augen schließen möchte, der kann auch so beten, wie euch lieb ist. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, zuallererst möchte ich dir meinen Dank aussprechen, dass du jeden von uns heute Morgen hast aufwachen lassen, Herr Jesus, und wir einen Tag mehr hatten, um dich zu loben, preisen und zu ehren, Herr, und einen Tag mehr mit dir hatten, zu wandeln, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir durch dich die Garantie haben, ins Himmelreich eintreten zu dürfen, dass du nicht ein Gott bist, der sagt, vielleicht werde ich euch vergeben, Herr. Nein, du hast alles vergeben. Am Kreuz von Golgatha ist alles geschehen und mit deinem heiligen Blut hast du alles bezahlt. Du hast dich als Lösegeld dahin gegeben, Herr, für viele, die das beanspruchen. Ich bitte für jeden Einzelnen, der das hört, dass er wirklich wahrhaftig von neuem geboren ist, Herr, und den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, mit deinem Heiligen Geist versiegelt ist, Herr, und dir die Ehre gibt, Herr Jesus Christus. Denn der Geist in uns gibt Zeugnis von dir, Herr, und wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns weiterhin stärkst in unserem Glaubensleben, Herr, dass wir jede Prüfung, die auf uns zukommt, mit dir meistern können, Herr. Denn mit dir an unserer Seite wird uns niemals etwas passieren können. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du uns weiterhin beschützt und behütest, Herr, vor den Angriffen, vor den listigen Angriffen des Teufels, Herr, und seinen Schergen, Herr Jesus Christus. Denn er ist sauer für jede einzelne Seele, die eine Entscheidung für dich trifft, Herr. Denn die Entscheidung für dich ist das Wichtigste hier auf dieser Erde, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass noch ganz viele zum Glauben an dich kommen, Herr, und ihre Seelen in Sicherheit bringen. Ich bitte für jeden Einzelnen, der uns hier beleidigt, Herr Jesus Christus, der uns geschmäht hat, verspottet hat, der beleidigt hat, Herr Jesus Christus. Bitte rechne ihm die Sünde nicht an und öffne ihm die Augen, Herr, oder ihr die Augen, Herr Jesus Christus und lasse deine Herrlichkeit spüren, Herr. Herr, wir bitten auch für unsere verfolgten Geschwister, Herr Jesus Christus, denn in jedem Gebet möchten wir, an sie denken und sie niemals außer Acht lassen, Herr. Wir bitten dich ganz innig darum, gerade in diesem Moment, wo sie dieses Leid erfahren müssen, Herr, dass du für sie da bist und sie tröstest, Herr Jesus Christus, und ihre Tränen abwüchst, Herr. Ich danke dir vom ganzen Herzen, Herr, dass wir durch dich gerettet werden dürfen, Herr, dass wir so sind, wie wir sind, mit all unseren Fehlern und Schuld zu dir kommen können und das bei dir ablegen können, Herr. Denn du bist derjenige, der stellvertretend für uns bezahlt hat, Herr. Dieses Geschenk der Gnade ist viel zu hoch, das zu begreifen, Herr, aber wir nehmen es dankend an, Herr Jesus Christus und danken dir vom ganzen Herzen, Herr. Und diese Sachen, er will dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Okay. Möge der Herr Jesus Christus, euch segnen, blüten und beschützen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, jeden Tag, Tag, einen Tag aus. Er soll seine schützende Hand über euch halten und euch niemals im Stich lassen. Ich sage es euch, diese nächste Zeit wird immer heftiger und heftiger. Ihr seht, was auf der Welt los ist mit Iran, Israel jetzt und die ganzen Zeichen der Zeit zeigen uns jetzt, dass es kurz vor zwölf ist. Deswegen, Jesus Christus ist gerade aktueller denn je. Ich sage es euch, die Bibel, Jesus Christus, Gott, aktuellste Thema. Das ist, das ist, das ist das Unglaublichste. Die Leute, die dachten, und dass Jesus Christus eine Märchenfigur ist und dass die Bibel ein Märchenbuch ist, werden bald noch ihr blaues Wunder erleben, wenn Gott, der Allmächtige, dann sein Buch vollendet. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne von euch im Buch des Lebens verzeichnet ist und seinen Namen dort zu finden ist und gerettet ist. Ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Haltet am Herrn fest und lasst niemals seine Hand los. Gottes Segen, macht's gut. Bis morgen, so Gott. Ciao. Keine Ahnung von ihr. Die größten, die größten Gelehrten, egal wie viel die wissen, haben nicht ein Prozent wissen, was in der Erde und außerhalb der Erde ist. Natürlich, Bruder, das stimmt. Also guck mal, ich kenne so viele Christen, die wissen, die wissen gerade, das Einzige, was sie wissen ist, dass deren Familie sagt, dass Jesus Gott ist und dann sagen die mir, dass die wissen sind von deren Religion. Bruder, das können wir als Menschen nicht behaupten, egal wie wissen wir sind und egal wie viel, sogar verfahren. Guck mal, die Bibel. Gott hat Jesu Christi, die Dreieinigkeit, Kreuzigung, Auferstehung und Gesetz, Gnade, das muss man schon ein bisschen drauf haben. In Indonesien, mein Bruder, in Indonesien ist jeder fünfte Mann, jeder fünfte ein Harfes. Das heißt, er kann den ganzen Koran buchstäblich in- und auswendig. Das heißt, der Koran, auch wenn der Koran verfälscht würde jetzt, wenn jemand das verfälschen könnte, würde, würden doch diese Menschen das sofort bemerken und das, also das kann jemand verfälschen, weil die Bibel, die Bibel oder auch die Tora kann jeder zweite Hand zum Franz verfälschen, weil kein einziger Christ die Bibel an- und auswendig kann. Kein einziger. Habib, der Allah sagt in Sura 6, Vers 115, dass niemand die Worte von Allah verfälschen kann. Und dann steht in Sura 3, dass die Tora und Evangelium das Wort von Allah sind. Kann man also die Tora und das Evangelium fälschen? Bitte? Allah sagt in Sura 6, Vers 115, dass man seine Worte niemals verfälschen kann und abändern kann. Und dann sagt er weiter in Sura 3, Vers 3, dass die Tora und Evangelium seine Worte sind. Kann man die Worte von Allah verfälschen? Aber dann, guck mal, das ist genauso wie die anderen Leute, die nehmen immer diesen Vers, tötet die Ungleim, wo auch immer ihr sie findet, aber dann 2-3 Verse danach steht, so wenn die Feinde mit euch reden wollen, so schließt Frieden mit denen. Genauso in diesem Vers stand wahrscheinlich danach auch. Nee, bitte. Bitte. Du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. Ich habe dich gefragt, ich weiß, dass du noch jung bist und nicht so viel Ahnung hast. Das Problem an der Sache ist, wenn du sagst, dass man die Worte Gottes verfälschen kann, so hast du deinen kompletten Koran demoliert. Weil Allah sagt, man kann Gottes Worte nicht verfälschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Tora und die Bibel herabgesandt und hat die verfälscht, sodass man, sodass die Menschen Wie bitte? Er hat sie verfälscht. Wie, er hat sie verfälscht. Du hast doch gerade gesagt, er hat sie verfälscht. Ja, mit seiner Erlaubnis. Er hat sie verfälschen lassen mit seiner Erlaubnis. Dass Millionen und Abermillionen Menschen in die Hölle kommen, ne? Bitte? Also will er, dass alle, Abermillionen von Menschen, die an den Tora und Evangelium dann Glauben in die Hölle fahren, ne? Damit er 600 Jahre wartet, damit er mit einem neuen Propheten dann sagt, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt und ist auch nie auferstanden, ist nicht der Sohn Gottes. Er wird auf die Erde zurückkommen und dann werdet ihr alle die Wahrheit sehen, Bruder. Was macht ihr denn, wenn er zurückkommt? Ja, er wird mit Mahdi, mit Mahdi, Imam Mahdi, werden die ganze Welt erobern und dann Kreuz machen und du brauchst, Bruder, du bist richtig witzig, ehrlich, weil ich weiß, egal, alles gut, ich will das hier jetzt nicht sagen vor tausend Menschen. Okay, ich danke. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dass du dabei warst. Das ist ein Typ. Ja, die sind noch jung. Aber auch sie müssen natürlich erfahren, was der Islam in Wahrheit ist. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Ich habe eine Frage, weil du hast ja die ganze Zeit darüber geredet, also ich bin kein Moslem, aber ich bin Christ, aber ich gehe selber nicht in Kirche nur so geredet haben. Kannst du mir das mal erklären, weil ich habe letztens ein Gespräch mit Kollegen, der ist Moslem, also der hat sich unkonformiert oder wie das heißt und der meinte, er will jetzt wieder religiösisch, also zur Kirche wieder gehen, weil der hat irgendwie gelesen, dass am Anfang irgendwie in der Höhle, dass Mohammed irgendwie als Engel in die Höhle gekommen ist oder so. Also wenn ich mich ehrlich kann, falsch sagen. Nicht in die Höhle gekommen, sondern ein Engel ist ihm in der Höhle erschienen. Dieser Engel, diese Engelsgestalt, was der, was ihm da in der Höhle begegnet ist, der hat ihn halt gedrückt oder erwürgt. Gegen die Wand und so gedrückt auch. Nicht nur das, die Geschichte ist einfach so wie aus Tausend und eine Nacht. Dieser Engel kommt und wirkt ihn dreimal und dann denkt man sich so, wusste Allah nicht, dass dieserjenige nicht lesen kann und nicht schreiben kann? Warum wirkt er ihn denn dreimal? Hätte es nicht gereicht beim ersten Mal und hätte es auch nicht, eigentlich müsste Allah ihn ja direkt lesen lassen, wenn er wirklich der allmächtige Gott ist. Er hat doch irgendwie auch gemeint, er kann nicht lesen und so, oder? Genau, da hätte man ihn doch loslassen müssen, beschissen wir. Sie ist also, sie ist der absolute Stunken und Erlogenes. Schon da fängt der Islam mit einer großen Lüge an. Ja, das ist ja schon der erste Satz. Genau. Ach, korrekt, ich küsse doch dein Herz, gell, danke dir. Das war schon alles, ich will eigentlich nur, ich wollte nur fragen, nicht, dass ich mich falsch liege oder so. Nee, ist okay, Gott segne dich schon deine Frau. Danke dir, ciao, ciao. Hallo? 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 Alles klar? Wurde du gerade von deiner Mama gerufen? Nein, von Schwester. Hallo, von Schwester. Du bist Iraner, ne? Ja, doch. Ja, ich auch. Tschetari, Kobi? Ja, es ist okay. Kobi. Kobi, Kobi. Kobi, Kobi. Ich habe eine Frage, Bruder. Und zwar, einen Moment. Hier. So. Also, ich bin selber Moslem und bevor du jetzt mit irgendwelchen Zuhören kommst, ich habe leider nicht so viel Ahnung, was soll ich meinen? Deswegen, ich habe ein paar Fragen an den, nicht, weil du bist ja, du hast ja ein bisschen mehr Ahnung im Christentum als ich, ne? Also wahrscheinlich. Hallo? Ja. Ja, genau. Und zwar, kannst du mir einen Vers zeigen in der Bibel, wo Jesus von sich selber aus sagt, er ist Gott, Gott, also nicht liegen wir jetzt Johannes 10,30 versteht, ich und der Vater sind eins, sondern wirklich ein Vers, wo klar und deutlich geschrieben wird, dass Jesus von dir selber sagt, ich bin Gott. Ja, ja, kann ich dir. Bitte? Hast du Internet gerade zur Hand? Ich denke schon, ja. Ja, schlag mal bitte Offenbarung 21,7 auf. Aber du kannst nichts mehr rausgehen, ne, du musst hier drinne bleiben, wenn du vorliest. Offenbarung was? 21,7. Kannst du das machen? Bei mir geht es gerade nicht. Ich weiß schon, ich habe das Internet nicht. Hier steht, ich bin das Alpha und das, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was hat jeder gesagt? Ja, natürlich hat der Jesus Christus das gesagt. Wer ist denn das Alpha und das Omega, das A und das O? Das kann man so oder so sehen. Manche sagen Gott, manche sagen Kollege von mir, der, keine Ahnung, für mich ist das alles. Das ist ganz einfach. Wir können ja einfach Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 aufschlagen. Da spricht der Herr Jesus Christus und sagt, wer das Alpha und das Omega ist. Ich bin das A und das O, der Anfang und der Ende, sprich der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Weiter heißt es im gleichen Kapitel, in Vers 18, pass mal auf. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und sehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer ist also Jesus Christus? Also laut eurer Ding ist dann Jesus Christus Gott, ne? Du hast also erkannt, dass er behauptet hat, Gott zu sein, oder? Also wenn es in der Bibel steht, dann ist es okay. Hab ich den gerade aus der Bibel vorgelesen, ja oder ne? Aber habe ich aus Donald Duck Buch vorgelesen? Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Okay, aber laut... Fahmidi, Fahmidi, muss man die Bibel aufschlagen und herausfinden. Ich war auch damals sehr, sehr verwundert. Als ich die Bibel angefangen habe zu lesen, habe ich die ganze Zeit gemerkt, ich so, hä? Wieso sagen die Muslime, dass Jesus Christus nie behauptet hat, Gott zu sein? Das ist einfach so ein Gava-Skript. Verstehst du? Dass er uns eingetrichtert wird, diese Fragen zu stellen, weil die Leute denken dann, dass man nicht darauf antworten könnte oder dass der Herr Jesus Christus sowas niemals gesagt hätte. Verstehst du? Nein, guck mal, dass Jesus Christus mehr ist als nur einfach ein Prophet oder was auch immer. Oder ein Mensch. Guck mal, eine Frage noch. Ich will jetzt deine Zeit nicht klauen. Ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt. Ich würde gerne ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, vorlesen, und das bevor du mit irgendwelchen Argumentationen kommst. Am besten, du lässt mich kurz ausreden und wenn ich dir sage, ich bin fertig, dann am besten kannst du antworten, weil es ein bisschen länger ist. Es ist nicht tot lang, aber so. Tot lang. So ist okay? Okay. Also die Bibel ist ein Buch der Rechtsleitung, richtig? Und wenn Jesus Gott ist, muss dieses Konzept ja klar und deutlich in der Bibel vorkommen. Ist ja klar. Möchtest du das gerade? Ja oder nein? Achso, jetzt kannst du jetzt ja sagen, also wie du willst. Ja, hast du das Begriff? Ich habe dich doch gerade eben gefragt. Du hast gesagt, ja, du hast recht. Das stimmt, ja. Ja, genau. Also wenn es nicht klar und deutlich in der Bibel vorkommt, dann ist es ja eine Träuchung. Er hat Gott uns ja betrogen. Er will, dass wir daran glauben. Nein. Er will, dass wir daran glauben, aber es kommt nicht klar und dort nicht in der Bibel vorkommen. Okay. Im Koran kommt auch nicht klar und deutlich herüber, dass Jibril der heilige Geist ist. Ein Moment, ein Moment. Wie gesagt, also guck mal. Matthäus 26, äh, ne, sorry. Matthäus 27, Vers 46. Als Jesus gekreuz worden wurde, soll er gerufen haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Noch eins, warte. Gerade Prophet Google gefragt, oder was? Nein, Bruder, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, das ist schon ein bisschen länger her. Friede sei auf ihm, Prophet Google, Friede sei auf ihm. Peace, viopvornim. Friede, Bruder, chill durch. Okay. Jesus sagt, Johannes 5, Vers 30, von mir aus, kann ich es nicht tun, also kann ich, also okay. Johannes 14, 28, laut Trinitätslehre sind alle göttlichen Personen gleich, wie gleich ewig in Johannes, wie gleich ewig. In Johannes 14, 28, sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Ja, was bedeutet das? Was meinst du, was könnte sowas bedeuten, dass der Vater größer ist als der Herr? Heißt das jetzt, dass er ein größerer Gott ist, als er selber, oder wie? Wie gesagt, in Johannes 10, Vers 30 steht ja, der Vater ist ein 1, da steht wieder, der ist größer als ich, das kann man so oder so sehen. Johannes 17, Vers 3, dort sagt er, dies bedeutet ewiges Leben, die Fortsetzung, Erkenntnis, allein war Gott erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Kannst du einen Vers weiterlesen? Okay. Johannes 14, Vers 24, das, was das... Johannes 17, 3 zitiert. Kannst du dann weiterlesen? Du kannst ja nicht einfach Verse aus dem Kontext reißen. Das ist genauso, als würde ich zu dir sagen, die Götze, wo immer ihr sie findet. Dann sagst du, ja, aber haben ja, du musst ja noch weiterlesen. Was denn damit? Aber bei aller Respekt machst du doch auch mit dem Islam, wenn du einfach... Nein, deswegen werfen die Muslime mir das auch nicht vor. Das sind nur diese Euro-Shisha-Muslime, die mir das vorwerfen. Du siehst, dass ich zum Beispiel ein Tafsir aufschlage zu einem Vers. Okay. Also wie gesagt, also es gibt so viele Sachen, wo man das jetzt so oder so sehen kann, ob man das jetzt mit der Realitätslehre sieht oder nicht, aber so trotzdem, es kommen so viele Widersprüche und muss man natürlich wieder nachschlagen, okay, das kann man mit der Realität so sehen, so sehen, Trinität und so. Aber wie kann denn Gott verlangen, wenn du etwas wissen möchtest, dann wirst du auch dich hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Du willst ja auch versuchen, Antworten zu finden dafür, oder? Nur weil du etwas die ganze Zeit in deinem Kopf festgelegt hast, dass das nicht stimmen kann, dass es unlogisch ist und so, das musst du aus deinem Kopf entfernen erstmal und dich ganz neutral hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Verstehst du? Dann kommst du ehrlich rüber und gehst ehrlich an die Sache ran. Aber du kannst doch nicht mit einem vorgefertigten Meinung an die Bibel rangehen und dann einfach sagen, das begreife ich nicht, das ist unlogisch und so. Nein, dein Gehirn von vornherein ist schon programmiert, dass es gar nicht zulässt. Verstehst du? Du musst also alles erstmal löschen und dich dann hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Verständnis, dass du dich hinsetzt, alles erstmal weglässt, mit dem du konfrontiert wurdest und dann lernst du und versuchst, das Ganze zu begreifen. Aber warum gehst du? Aber nicht die ganze Zeit, dass du die vorgefertigte Meinungen und Äußerungen einfach in deinen Kopf reinknallst und dann diese Bibelferse dann vor dir hast und nicht mal versuchst, wirklich sich selber auch mal zu lösen. Verstehst du? Als eine Hausaufgabe für dich selber. Ich möchte verstehen, warum Jesus Gott ist. Er war genauso wie bei mir damals. War auch sehr verwirrt. Aber ich wollte unbedingt herausfinden, warum die Christen glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Gibt es Beweise in der Bibel? Ja, gibt es. Absolute. Wer ist Jesus Christus? Er ist weitaus mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und deswegen habe ich erstmal alles, was ich so mit Islam, er ist nur ein Prophet und so, habe ich erstmal abgelegt und habe einfach mal die Bibel gelesen, wie der Herr Jesus Christus sich selbst präsentiert, was er von sich selbst sagt und wie er selbst mit seinen Jüngern so gesprochen hat. Verstehst du? Was sich über uns sagt. Okay, kannst du mir noch mal ganz kurz, das habe ich nicht verstanden mit diesem Matthäus 27, 46, als Jesus gekreuzigt wurde, soll er gerufen haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also kannst du mir das kurz erklären? Genau. Er zitiert gerade den Psalm 22, als der Psalmist David prophetisch den ganzen Leidensweg des Messias prophezeit. Und da steht im Anfang des Verses, Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Herr Jesus Christus zitiert das und erfüllt Psalm 22, den gesamten Leidensweg des Messias. Das ist das. Deswegen sage ich dir, warum hast du das nicht als Hausaufgabe gemacht, um zu verstehen, warum Jesus Christus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Klage? Verstehst du? Ja, wie gesagt, muss ich auch nicht wissen. Ja, ich weiß nicht. Aber bei Bichini, du musst dich hinsetzen, du musst dir Zeit nehmen für das Thema. Es geht nicht so einfach zwei, drei Verse gegoogelt und dann einfach sich eine vorgefertigte Meinung bilden. Nein. Du musst dich selber hinsetzen, die Bibel aufschlagen und Jesus Christus sprechen lassen. Der Herr muss sprechen und nicht irgendein XYZ-Imam, Hansi, Bansi und wie die ganzen Wahnsinnigen da heißen. Nein, du musst die Bibel selber mal lesen, damit du dir eine Meinung, also ein Urteil bilden kannst. Aber nicht durch Google. Okay, okay. Ich habe noch eine Frage. Zeit genommen. Ich habe mir Zeit genommen. Ich habe den Koran gelesen komplett, von Anfang bis Ende und ich habe die Bibel gelesen von Anfang bis Ende. Das sollte jeder machen einmal in seinem Leben. Für alles Mögliche haben wir in unserem Leben Zeit. Für jeden Schrott. 5000 Stunden in TikTok und weiß weiß ich was. Aber einmal sich hinzusetzen, einfach mal die Bücher zu lesen, dafür haben wir keine Zeit? Ja, auf jeden Fall. Du hast recht. Hier musst du dich irgendwie viel auseinandersetzen. Auch bei den Muslimen. Es gibt viele, die jetzt reden und so, aber selber nicht einmal den Koran gelesen haben. Auf jeden Fall. Auch bei den Christen. Es ist der Mensch, der das nicht möchte. Das ist das. Es spielt keine Rolle, ob Jude oder Christen. Die sind alle so. Du selber, wenn du wirklich nach Gott suchst, setzt du dich hin und nimmst dir Zeit für das Thema. Oder du bist so ein unehrlicher Mensch und nimmst überhaupt gar keine Zeit dafür. Das ist das. Und ich habe mir richtig Zeit für das Thema genommen. Kannst du mal vielleicht einmal, das ist bestimmt interessant, auch für die Zuschauer so live gehen mit einem Gelehrten oder so? Und das ist vielleicht nicht nur mit 10-Jährigen, die jetzt nicht so viele andere haben, wo der jetzt eine Argumentation gewinnt hat. Ich würde gerne mal zum Beispiel mit Pia Vogel reden. Ich würde gerne mal mit Marcel Krass reden. Ich würde mal gerne mit anderen so Konvertiten reden. Aber die wissen genau, was ich da herausgefunden habe. Und die möchten das nicht an die breite Öffentlichkeit treten. Weil wenn ich auf einmal mit denen live gehe, dann schauen nicht nur 100 oder 1000 Leute zu, sondern mehrere Tausend zu. und dann kommt diese ganze Blödsinn an den Tag. Verstehst du? Und deswegen wollen die nicht, dass man sowas öffentlich diskutiert. Okay. Auf jeden Fall Ding. Wann kommen wieder mit ABK eigentlich Videos? Das mal kurz daneben. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir reden gerade über unsere Ewigkeit, dann sagst du auf einmal ABK. Komm. Das ist unglaublich. Wann kommen wieder Videos mit ABK? Hier geht es um unsere Ewigkeit, der kommt mit Videos mit ABK. Das ist so traurig. Das ist einfach so traurig. Moskowskaia. Hallo, guten Tag. Selam Aleykum. Oh, ich dachte, da steht Moskowskaia. Musaim. Selam Aleykum. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Musaim, ja. Ich bin eine Muslimin. Ah, okay. Gott segne dich und deine Familie. Mir geht es auch wunderbar. Sehr schön. Sehr gut geht es mir. Alhamdulillah. Eine Muslimin ist immer zufrieden mit allem, was sie hat. Ja, aber wie kannst du dich der Muslimin nennen, wenn du kein Hijab trägst? Warum? Woher weißt du, dass ich kein Hijab trage? Ich habe mehr Hijab als viele Frauen, die Hijab tragen. Also, ich denke... Ich habe meine Augen, meine Augen sind Hijab, weißt du das? Deine Augen sind Hijab. Meine Seele. Deine Seele ist Hijab, genau. Ja, mein Charakter. Dein Charakter. Ja, mein Benehmen. Du hast auch dein eigenes Islam gebastet. Mein Stolz, meine Ehre. Natürlich gar nicht. Du bist die Prophetin des Islams, ich habe es vergessen. Nein, stimmt nicht. So habe ich das beigebracht bekommen von Familie, Eltern. Familie, ach so, okay, alles klar. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Erzähl uns mal ein bisschen von dieser Familie, die dir sowas war. Ich bin so erzogen worden, weil meine Oma hatte ja auch ein Hijab. Deine Oma... Meine Großomas. Ich komme ja aus dem Tabriz ursprünglich. Ich bin auch, ich bin Muslimin geboren. Nicht später geworden, sondern geboren. Wo kommen die her aus? Ja. Wo kommen die her? Hallo? Bitte? Nochmal was? Wo kommt deine Familie her? Du hast sehr schlichten Empfang, sehe ich. Ich habe leider deine Stimme nicht genau empfangen. Kannst du... Dann geh doch mal raus oder geh doch mal irgendwo... Aus dem Tabriz. Ursprünglich aus dem Tabriz. Tabriz, also. Wo ist das? Aus dem Iran. Aus dem Iran? Ich bin ursprünglich aus dem Tabriz. Ah, Tabriz. Tabriz. Ich habe doch gesagt... Ich habe gesagt aus dem Tabriz statt Tabriz. Ja, das hört sich an, wenn du das so aussprichst. Man versteht das kaum. Bist du also Iranerin? Im Iran. Wo kommen Sie her? Ursprünglich, wenn ich frage. Ja, aus dem Iran, genau. Ich komme aus... Aus dem schönen Iran. Aus dem schönen Iran. Ich komme auch aus dem schönen Iran. Tabriz, ja. Tabriz, Bali. Ich bin Tabriz, Aserbaidschanerin. Aus dem Tabriz. Schön. Wie oft willst du das noch wiederholen? Warum? Nein, ich bin Aserbaidschanerin aus dem Iran. Aus dem ehemaligen Aserbaidschan. Mir kommt das so vor, als hast du irgendwas genutzt. Das ist ja, einmal gibt es Nord-Aserbaidschan, das kleine Teil. Und dann gibt es das große Teil, das große Teil, in dem Iran liegt. Liegt. Ja. Wenn Sie ein bisschen was von Geschichte wissen, dann wissen Sie, wie das überhaupt zu Iran später gehört hat. Iran gab es ja nicht vor 150 Jahren. Wie macht ihr das denn? Nein, weiß ich nicht. Nein, ich denke, du hast keine Ahnung von Geschichte von Islam, oder? Deswegen bist du ja auch Ex-Moslim. Sie ist raus und redet einfach weiter. Wie geht das denn? Hä? Jetzt ist sie raus. Was ist denn los mit dieser TikTok? Sie hat uns geheckt. Das ist ja heftig, ey. Komme ich flüssig rüber, oder ist das bei mir auch abgehakt oder so? Ich weiß nicht, was los ist mit TikTok. Suchen und Muren. Hallo, Arne. Suchen und Muren. Das war der Beste, als mein Bruder mit Chiamsa geredet hat. Deine Lügen mit Suchen und Muren. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Dankeschön, dir auch. Ja, mir geht's gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Da ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Amen. Auch gut. Ich will dir was fragen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament? Würde mich interessieren. Das Alte Testament ist der Bund, den Gott mit seinem Volk Israel eingeht. Und der Neue Bund ist der Bund, den der Herr Jesus Christus mit uns eingeht, als er Mensch wurde und die frohe Botschaft uns Heidenvölkern mitgegeben hat. Nämlich, dass Gott selber alles in die Hand nimmt und für die Menschen bezahlt. Du siehst, dass der Alte Bund mit seinem Volk ist und der Neue Bund mit den ganzen Heidenvölkern und alle, die zum Glauben an den Herrn kommen wollen. Okay, interessant. Und zwar, mir wurde erzählt, dass von Jesus, er hat gesagt, irgendwas mit Schwertfest. Stimmt das oder ist das ein völliger Blödsinn? Schwertfest, sowas gibt es beim Herrn Jesus Christus nicht. Es gibt eine Aussage vom Herrn Jesus Christus in Lukas 19, 27. Wenn ich wollte, dass ich sein König werde, der sollte sie vor mir bringen und sie niedermetzeln. Aber das ist, wenn du im Kontext liest, erwähnt der Herr Jesus Christus ein Gleichnis von einem König. Verstehst du? Nur eine Frage, und zwar, der eine Meinung, hat Israel das Recht, die Kinder umzubringen? Oder, was sagt sie dazu? Hat irgendjemand das Recht, einem anderen das Leben zu nehmen? Was meinst du? Also zum Beispiel, jeder sagt, ja, das sind Hamas-Kinder und die sind von Hamas motiviert und so. Aber ich glaube, du bist einer, der mehr für das Recht. Hat jemand die Berechtigung einem anderen das Leben zu nehmen? Mein Lieber. Ja, stimmt. Was würdest du antworten, wenn jemand sagt, hat ein Mensch die Berechtigung einem anderen Menschen das Leben zu nehmen? Was würdest du darauf antworten? Nein. Also ich bin selber Muslim, aber würde keinen umbringen. Also, für mich ist Mensch... Ein normal vernünftiger Mensch würde sagen, ja, das ist in Ordnung, Menschen das Leben zu nehmen. Was ist das? Also für mich, also wenn die anderen mir sagen, das sind Ungläubige, für mich sind das Andersgläubige. Also zum Beispiel, egal ob Muslim, Jude oder Christ, für mich spielt der Mensch eine Rolle. Das ist eine verwässerte Version des Islams, aber Allah sagt, dass die Juden und Christen Kuffar sind. Ja, das steht wirklich drin und ich habe wirklich nachgelesen und so. Ich bin selber Araber und... es ist so... Können Sie das überhaupt noch in der Kussung sagen? Ich weiß, die meisten Muslimen glauben, dass es falsch ist, aber es ist leider richtig. Es ist schon richtig. Ja, ist das okay, dass dein Gott uns als so Nedges betitelt? Weißt du, was Nedges ist? Nein. Ja, ich weiß es nicht. Ja, nicht. Erklär mal den Leuten, was Nedges bedeutet. Schmutzig, also halt dreckig. Schmutzig. Also möchtest du, dass ich dich schmutzig nenne? Nee, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Und deswegen habe ich dir gesagt, verlasse diese Religion und komm zum wahren Gott und zum ewigen Leben, Jesus Christus, der gesagt hat, liebe deine Feinde, tu wohl, denen die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Aber stimmt es, dass wirklich, wer jemand den Islam verlässt, getötet werden soll? Ja, Mohammed hat das gesagt, man betteladini faktilohu. Was bedeutet das? Wo steht das genau, wenn ich fragen darf? In Sunan an Nassai, Hadith 200. Okay. Du kennst dich sehr gut gut aus mit dem Islam. Ich bin der wahre Sheikh. Ja, du bist der wahre Mufti. Mufti Amir. Ich bin Mufti Abu Amir. Na, auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich bin mit dem Vers nur am jonglieren, den ganzen Tag. Na, was geht? Müschan und denn dann und hast du nicht gesehen. Na, auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Gott segne dich und deine Familie. Ich hoffe natürlich, dass du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst. Setz dich doch mal auseinander mit der Bibel und finde heraus, wer der Herr Jesus Christus wirklich ist. Okay. Wäre das nicht schön? Ich würde mal die Bibel lesen und schauen. Sehr gut. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Guter, guter Vorsatz. Was? Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. And do you love me? And do you miss me? The shaky, the shaky. Entschuldigung, ab und zu muss ich diese verrückten Gesänge machen. Hallo? 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 Warum redest du nicht? Hallo? Was machst du da gerade? Wie soll es aufhören, diese komischen Sachen zu machen? Mann? Wo hast du da gemacht? Oh! Äh! Ne, wat? Ne, wat? Was machst du da für Geräusche, meine Haare? So Kamel, was ist denn da los bei dir? Ich habe eine Frage. Eine oder mehrere? Ne, eine. Eine, okay, dann sag mal. Also, wenn man von einem Hund gewissen wird, ne? Ja. Ist das, ähm, ist das lebensgefährlich? Also, ist es gefährlich, meinst du? Ob es lebensgefährlich ist, wenn man von einem Hund gewissen wird? Ja. Ja, wenn ein Chihuahua dich beißt, ist es bestimmt nicht lebensgefährlich, aber wenn ein Pitbull oder ein Rottweiler oder ein Dormann dich beißt, dann wird es sehr gefährlich, ja. Okay. Oder wenn der Hund von Allah dich beißt, in Zura 53 Vers 1, der hat auch einen Hund. Ist das zu fassen möglich, der Allah hat einen Hund? Die ganzen Muslime sind am Ende, die sagen, was, der Allah hat einen Hund? Das kann doch nicht wahr sein. Hunde sind doch haram. Ja, Hunde sind haram, aber für Allah nicht. Der hat einen richtig heftigen Doma-Mann da oben. Der muss auf alles aufpassen. Ich frage mich, wo der Hund eigentlich hinmacht. In Allah's Himmelrand. Das ist heftig. Hast du das Internet gerade zur Hand? Ja. Gib mal bitte ein, Sura 53 Vers 1, Tafsir al-Tabari. Sura 53? Sura 53 Vers 1, Tafsir al-Tabari. Do you love me? Do you love me? Da habe ich voll den Ohrraum davon. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Diese Lieder machen extremst. Ich habe die arabische Übersetzung, aber das ist nicht schlimm. Kopier bitte, kopier bitte, kopier den Link und füge ihn in Google-Übersätze ein. Ich muss mit den Muslimen hier die Stellen durchgehen, damit sie ein wenig sehen, was hier abgeht. Gott segne euch, jeden Einzelnen, der hier drin ist. Nur wieder, Jesus Christus, euch das ewige Leben schenken und dass ihr auf dem Weg seid zum ewigen Leben und gerettet seid. Könntest du das vielleicht machen, weil mein Internet ist gerade ein bisschen scheiße. Okay. Und Ibn Labi, Lahab sagte, das dachte ich, er sagte, sein Name ist Utbar. Ich habe nicht an den Herrn des Sterns geglaubt, sagte der Prophet Gottes, also Mohammed, Gebete und Friede sein auf ihm. Pass auf, dass du nicht vom Hund Gottes gefressen wirst. Dann sagte Ibn Tawuz, sagte auf Geheiß seines Vaters, dass der Prophet Gottes Gebete und Friede sein auf ihn, sagte, hast du keine Angst, dass Gott seinen Hund auf dich loslassen wird. Also ging Ibn Abilab mit einigen Leuten auf eine Reise, bis sie auf einer Straße waren, hörten sie die Stimme des Löwen und er sagte, er wollte mich nur, also versammelten sich seine Gefährten um ihn und stellten ihn in ihre Mitte, bis der Löwe kam und ihn aus ihrer Mitte nahm, als sie einschliefen und sagten, oh, warte ganz kurz, ja, du siehst also, dass der Allah einen kleinen Doggy Dog hat, Snoop Doggy Dog. Aber das wusste ich nicht mal. Das wussten 99% der Muslime nicht, dass der Allah einen Hund im Himmelreich hat. Aber ich frag mich, wie das geht, ja? Ich frag mich, wie das geht, sagt er. Ich frag mich auch, wie das geht. Ja, Eman, da siehst du mal, der hat einen Köpek da oben, einen Kelp. Einen Kelp. Einen Kelp. Einen Kelp. Einen Kelp. Nee. Ja. Er hält die Leid. Was meinen die mit Schienbein? Ja, Allahs Schienbein. Wie? Ja, Allah hat ein sexy Schienbein. Ja, Allah haben doch alle einen, oder nicht? Ja, wir sind ja auch Menschen. Wozu braucht er denn allein ein Schienbein? Ähm. Und was machst du heute so noch? Der war erst vor zehn Jahren am Überlegen. Auf einmal denkt er, dass ich zur Worte war. Und dann kam auf einmal, was machst du heute noch so? Was? Ich geh kaputt. Er ist so. Wie ich denn auch so überlegt habe, so 20 Sekunden. Und was machst du heute noch so? Kann ich darüber weiter nachdenken, ne? Ich mach weiter gar nichts. Sollen wir was essen gehen, Emmert? Ja, wo wohnst du? Ich wohne neben, äh, hier, Dings, Montana Black, in Buchse Rude. Ja. Ich wohne eher Köln, Richtung Köln, ja. Ich geh mal raus, dann hau rein, ne? Okay, mach's gut, Emmert, ne? Pass auf dich auf. Gott segne dich und deine Familie. Dann hau rein, ja. Mach's gut, so. So, was haben wir denn hier? Murat. Murat. Wie geht's dir, mein Freund? Na, Björn? Wie läuft, wie läuft deine Dauer, deine christliche Dauer? Meine christliche Dauer, die läuft gut. Läuft dir gut? Die läuft gut. Wie viele Leute haben schon den Christentum wegen dir angenommen? Ich glaube so 10.000 bis 20.000 Menschen oder so. Ne, jetzt mal ehrlich, wie viele hast du so persönlich bis jetzt überredet? Keine Ahnung, aber es sind, es ist eine Menge. Über 10 schon? 10 Leute, 10 Menschen. Ja, natürlich. Menschen, was sonst? Über schon? Ich weiß es nicht, wie viele Menschen ich zum Herrn geführt habe. Ich hab keine Ahnung. Ne, ich mein, wo du so auch richtig getauft hast und so. Ich hab mehr Menschen gucken. Ich mein, wo du so richtig getauft hast und so auch. Getauft hab ich einmal 10 Menschen an einem Tag, ja. Echt? So viele Leute hast du in die Irre geführt. Ne, die in die Irre führen, von wem ist denn in die Irre führen? Was ist das für eine Eigenschaft von wem? Du hast sie in die Irre geführt, Amir. Ja, aber von wem ist das die Eigenschaft, Menschen in die Irre zu führen? Im Teufel. Sehr gut, dann hast du deinen Gott gerade zum Teufel erklärt. Denn er sagt in Zure 13, Vers 27, Zure 16, Vers 93 und Zure 35, Vers 8, dass Allah die Menschen in die Irre führt. Wo? Sehr gut. So wie ich dich bin. Murat, du bist sehr, sehr gut. Du bist so gelogen. Du bist so gelogen. Du hast heute sehr viel Döner mit. Auf alles, das ist so gelogen. Sehr gut, dass ich so gelogen bin. Das hast du sehr gut gemacht. Aber du bist so ein Lügner in solchen Sachen. Das ist echt geil. Das hast du sehr gut gemacht. Ein richtiges Sucuk-Döner für dich. Darin bist du gut. In diese Vers und Zure dies und das und dann einfach irgendwas raushauen, was nicht stimmt. Nirgendwo steht Allah in die Irre. Warum sagst du sowas? Doch, das steht in Zure 13, Vers 27, Zure 35, Vers 8, Zure 16, Vers 8. Da steht mir da ganz genau den ganzen Satz, was da steht. Allah ist derjenige, der die Menschen in die Irre führt. Du bist so ein schlechter Lügner. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, das ist der Baba. Ich danke dir. Also ich nenne es Huren, alles mögliche. Dann sagt er, ich bin ein Lügner. Sehr gut, so will ich das immer sehen. Anstatt das mal nachzuprüfen. Doraid ist mit Kamelogenleitung. Wer hier schreibt, mach mich rein, der wird als letztes reingenommen. Mach hoch, Bro, wird auch als letztes angenommen und Livestream beendet, damit der beim nächsten Mal irgendwann dabei ist. Hallo? Shalom Aleikum. Wunderschön. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ich habe eine kleine Frage und zwar, vorher hast du doch gesagt, dass die erste Frage, bist du katholik oder bist du evangelisch? Weder noch, ich bin ein wiedergewohne Kind Gottes. Alles klar, okay. Und zwar, du hast doch gesagt, ihr Christen, ihr tut keine Gewalt anwenden, oder? Also, dass euer Herr Jesu Christi euch das irgendwie nicht gesagt hat. Es gibt bestimmt Christen, die Gewalt anwenden, aber du kannst anhand des Beispiels und des Vorbilds Jesus Christus niemals eben auch nur eine Gewalttat zurechnen, oder? Ja, aber wenn es in eurem Buch drin steht, dann ist irgendwie... Ja, also, wenn der Herr Jesus Christus selber Gewalt angewendet hat, hat er das getan? Nein, aber wenn in eurer Bibel eure Bibel ist, das wäre ja ein Buch, oder nicht? Du siehst also, wenn du zum Beispiel Stellen dann aus dem Kontext reißt und dass Jesus Christus nicht in die Schuhe schieben kannst, weil er selber niemals irgendwie Gewalt angewendet hat, hat der Herr Jesus Christus jemanden geschlagen? Ja, Jesus Christus ist doch dein Herr, oder? Hat er jemanden geschlagen? Ja, warte, ich lese es dir vor. 1. Chronik 29,11 Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist errat zum Haupt über alles. Dein Herr ist die Gewalt? Aber du hast doch gerade gesagt, er ist nicht die Gewalt. Wenn ich sage als Redewendung, ich habe Gewalt über dich, heißt das, dass ich dir Gewalt antue, mein Lieber? Wenn dein Herr die Gewalt ist. Was für einen Bildungsgrad hast du? Sag mal bitte. Warum einen Bildungsgrad? Du kannst dich mal richtig artikulieren, du redest mit irgendwelchen kleinen Kindern. Danke von ganzem Herzen, dass du mit Kamelurin hier reingekommen bist und du gehst jetzt auch mit Kamelurin da raus. Unglaublich, ey. Gewalt, Autorität. Ich habe Gewalt über euch. Unglaublich. Ich weiß es, diese Leute sind einfach nur heftig. Das war richtig. 99 Cent Döner von der letzten hintersten Ecke, genau. Hallo, Bruder. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke, ebenso, ebenso. Ich wollte fragen, also du sagst ja, du bist kein Evangel und kein Katholik, also du folgst nicht den Katholiken, aber was genau ist denn deine Religion dann? Ich habe gar keine Religion. Ist der Herr Jesus Christus gekommen, um Religion zu gründen oder Sünder zur Buße? Nein, aber irgendwas muss man ja folgen. Also bist du quasi Heretiker? Nein, irgendwas müssen wir folgen. Wer mir nachfolgt, der wird nimmermehr in Finsternis wandeln. Johannes 8, Vers 12. Wen sollen wir folgen? Aber du liest ja die Bibel zum Beispiel. Hab ich dir gerade unsere Bibel zitiert? Ja, es gibt ja mehrere verschiedene Bibel. Welche Bibel liest du? Also von welcher Bibel zitierst du denn? Die Katholiken haben eine andere Bibel, die Evangelen haben eine andere Bibel, die Orthodoxen auch. Ich glaube, die Orthodoxen, Katholiken und Evangelikale haben alle Johannesevangelium, oder? Ja, aber abgeändert. Da sind einige Verse abgeändert, falsch übersetzt. Es gibt ja nur eine Originalbibel. Die einzige Bibel, die abgeändert wurde, also die Übersetzung, ist die neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas. Sie haben hinzugefügt und einige Sachen verdreht, weil sie nämlich eine falsche Sekte sind. Okay, aber zum Beispiel bei der Evangelien dürfen auch Frauenpriester sein. Wenn der Herr sagt im ersten Timotheusbrief, dass es für eine Frau nicht gestattet ist, zu lehren und in der Gemeinde zu schweigen, wie kann eine Frau sich dann Priester nennen? Ganz genau und deswegen sage ich ja, also... Dass diese Menschen etwas machen, entgegengesetzt der Schrift, richtig? Ja, also ich bin ja Orthodox, deswegen... Es gibt doch keine Rolle, was du bist. Du bist auf der Erde, um ein Kind Gottes zu sein. Du brauchst nicht zu sagen, ich bin Orthodox oder Katholik oder was auch immer, was es für Denominationen gibt. Du bist auf der Erde, um ein Kind Gottes zu sein, weil der Herr Jesus Christus dir das Recht, Anrecht gibt, dich Kind Gottes zu nennen, weil du ihn aufnahmst. Ergabt ihr nicht das Anrecht, dich Katholik oder Orthodox oder Evangelikal oder was auch immer ihr da erfunden habt. Nein, ihr werdet zu Kindern Gottes, Kinder des Allerhöchsten. Aha, aha, okay. Also ohne Religion. Natürlich, der Herr Jesus Christus ist doch nicht gekommen, um Religion zu gründen. Alles klar, mein Beste. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich. Ja. Dankeschön. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz dir einen großen Lob aussprechen. Ich bin nicht immer an deinem Leib, aber wenn ich drüber bin, finde ich, machst du immer eine sehr, sehr gute Arbeit, auch wie du die Heilige Schrift nutzt, um den Menschen die Augen zu öffnen. Nur schade, dass nicht alle offen sind dafür. Also ich wollte eigentlich nur großen, großen Respekt und Lob an dich. Vielen Dank für deine Arbeit. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mir gebührt keine Ehre. Amen. Gott segne dich von meiner Familie. Dich auch. Ja. Islam Shia erklärt. Was ist das? Der ist ja gar nicht mehr da. Akio. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen lieben Dank für die ganzen Geschenke, Likes und Teilungen. Wir sind schon fast bei 300.000. Komm, die 300.000 machen wir jetzt auch noch voll. Vielen lieben Dank. Möge der Jesus Christus jedem von euch das doppelt und dreifache anrichten für das, was ihr da macht. Hallo. Hallo mein lieber Gott segne dich in deiner Familie. Mir geht's dir alles gut. Ja, handel dir ist es mir. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, man handel dir. So, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Isa und Adam? Isa und Adam? Ja. Der Adam wurde erschaffen. Jesus Christus ist von Ewigkeit. Okay, und die anderen Propheten, Gesandten, die ganz großen? Sind erschaffen. Jesus Christus ist kein Prophet. Okay, das heißt, du glaubst daran, dass der Isa, Sohn Gottes, ist richtig? Er sagt es selber. Lukas 22, Vers 70. Ja, das sagt der Paulus, aber nicht er. Ich weiß nicht, das ist für mich unvorstellbar. Was sagst du? Ich sage zu dir aus dem Lukas Evangelium, du sagst du mir Paulus? Ja, natürlich, der Paulus. Das war der Paulus, der das geändert hat. Wer spricht im Johannes Evangelium, im Lukas Evangelium? Die Römer waren selber ungläubig, die Römer waren selber ungläubig und daher sind die hergegangen und haben dann sozusagen durch Paulus da, er zwei Exemplare hatte, einmal den Originalen und einmal den Gefälschten. Durch das, was er geschrieben hat, gesagt. Komm nie wieder hier rein, das hat er gesagt. Unglaublich. Ja, als ich dem dann gesagt habe, Lukas 22, Vers 70, dass der Jesus Christus sich selber zum Sohn Gottes erklärt, dann war auf einmal direkt, das hat Paulus gesagt. Unglaublich. Das war 10 Cent Dünner, mit Gammelfleisch und ein bisschen Öl, hier Dings, kann sie. Hallo? Hallo Amir. Hallo meine liebe Gott, segne sich schon deine Familie. Dankeschön. Ich habe eine ganz doofe Frage. Das ist auch mein allererstes Live. Es gibt keine. Und zwar, du kennst dich ja mit beiden Religionen richtig gut aus, ne? Nein. Ihr habt davon gesprochen, Menschen das Leben zu nehmen. Jetzt möchte ich mal was fragen, das nichts damit zu tun hat, das Leben zu nehmen in dem Sinne, sondern das Leben zu nehmen im Leben. Und zwar vom Koran aus. Es ist erlaubt vom Koran aus, dass wenn man ein, ich rede von meiner Tochter, ich bin deutsche, katholisch und meine Tochter ist vor acht Monaten zum Islam konvertiert. Mittlerweile, ja, ich denke, dass ihr das Leben genommen worden ist und auch der freie Wille, weil die ist nur noch eine Marionette. Ähm, umgang zu Familie verboten, ähm, trägt im Moment, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, wo nur noch die Augen rausgucken. Ah, eine Karte trägt sie? Hat eine, mhm, hat eine geschwollene Nase und macht hier über TikTok Anwerbung für eine WhatsApp-Gruppe für junge Mädchen. Ach, so wahnsinnig. Wie kriege ich die da wieder raus? Deswegen, ich habe dich auch schon privat angeschrieben, ich habe dich um Hilfe gebeten, ich bin total verzweifelt. Ja, ich gebe dem deutschen Staat ja auch einen Riesen-Mitschuld an dieser ganzen Serie, dass sie die Dauerteams Dauer machen lassen und sie mit ihr Propaganda getan haben und ihr Gehirn gewaschen haben. Diese Gesellschaft hat einen Riesen-Mitschuld an dieser ganzen Sache. Einen Riesen-Mitschuld. Und ich gucke dich jetzt schon seit einer Woche, ich habe alle deine Dinger da abonniert und ich finde das super, was du machst und ich weiß mir nicht anders dazu helfen. Ja, die ist so Gehirn gewaschen worden, wenn die schon anfängt so ein Nikab zu tragen, was bekreist. Die hättest du vor einem Jahr nicht wiedererkannt. Und da vor einem Jahr, sorry, wenn ich das sage, die hat Haschisch geraucht, die hat Alkohol getrunken, die hat Partys gemacht, die ist auf Konzerte gegangen. Ja, und im Juli hat sie, also im Juni eigentlich schon, kurz nach ihrem 18. Geburtstag ist sie konvertiert und zwei Wochen später hat sie geheiratet nach dem Islam. Achso, das war also wegen einem Mann. Okay, ich habe verstanden. Seht ihr, ihr Lieben, es ist immer ein Mann, der diese Frau dazu bringt, weil die Frauen sehr emotional sind und dem Mann gerne anhängen möchten, treffen sie einen Mann für den Islam. Es ist immer dasselbe. Es ist immer das selbe. Immer ist ein Mann dazu. Ja, und jetzt sind es Frauen, die sie, ja, ich sage mal unter der Obhut haben, boah, ich ziehe da im ganzen Körper. Ja, und in dem Live war auch sowas wie ein Gürtelklatschen im Hintergrund gewesen. Gürtelklatschen im Hintergrund? Ja. Und ich mache mir richtig Sorgen um meine Tochter. Ja, vielleicht wird sie auch von diesem Mann oder was auch immer, der für sie ist, du weißt ja, im Islam ist das ja so, als du machst nicht wirklich eine Heirat, sondern machst ein Aktennikar, nennt sich das. Aktennikar. Und das ist ein sogenannter SEX-Vertrag. Das ist eigentlich gar keine richtige Ehe, was im Islam eigentlich her. Ja, ich habe auch die Bedürfnisse zu erfüllen. Deswegen sagt der Mohamed ja auch, wenn ein Mann seine Frau ins Bett ruft und sie kommt nicht nach, dann werden die Engel im Himmel sie verfluchen bis zum Morgengrauen. Und die Frau darf sich auch niemals verweigern. Selbst wenn sie oben auf so einem Höcker sitzt oder was, oder gerade am Kochen ist, muss sie dem Mann sofort hier zur Stelle sein. Das ist so krank. Ja, das ist so krank. Ja, und dann siehst du auf einmal, wenn zum Beispiel die Frau nicht pariert, dass dann das Ganze mitgeht. Meinst du, es gibt noch eine Möglichkeit, die da irgendwie, ich meine, sie ist erst 18, dass die irgendwie noch zur Besinnung kommt? 18. Weil sie ist, sie ist evangelisch getauft. Ja, nach ihrem 18. Geburtstag, wie gesagt, hat sie direkt konvertiert und geheiratet. Ja, ich wünsche dir, du hast aber, du trägst auch eine riesen Mitschuld an der ganzen Sache. Hättest du dich mit dem Islam erstmal beschäftigt als Christin, weil der Islam redet ja über dein Glauben, hättest du deine Tochter eventuell mit vielen Beweisen gegen den Islam nochmal zur Umstimmung bringen können. Wir wissen nicht, ob das geklappt hätte, aber du hättest dich erstmal richtig damit auseinandersetzen können. Die hat sich ja schon vor ihrem 18. Geburtstag von mir abgewandt. Ich habe es ja versucht. Und auch mein Nachbar hat es versucht, der Islamist ist. Der kommt aus Marokko. Und der kommt aus Marokko mit seiner Frau. Und auch die haben zu ihr gesagt, sie soll sich erstmal beide Seiten angucken. Wir haben alles versucht. Ja. Was? Der Omar ebn al-Khatab guckt einfach den Frauen des Propheten da beim Kacken zu und dann sagt der Sauder, wir erkennen dich. Und dann kam auf einmal der Hijab-Ferser ab. Was ist das denn bitte, Mann? Auf Wunsch von Omar ebn al-Khatab wurde der Hijab-Ferser abgesandt. Ja. Und deswegen frage ich, ob das irgendwo im Koran steht, dass das erlaubt ist. Unwissende. Ja. Wie du vorhin schon sagtest, Zeugen Jehovas sind eine Sekte. Gebe ich dir zu tausend Prozent recht. Ja. Ja, es ist kein Problem für einen Muslim, natürlich Dauer zu machen. Und Dauer ist nichts anderes als Propaganda und Lügen über den Islam zu erzählen, Lügen über die Bibel zu erzählen, um an sein Ziel zu kommen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur verzweifelt. Das ist mein jüngstes Kind. Du kannst dir die Frage mal stellen, wer hat die Suche... Sie hat mich geblockt. Sie hat mich überall geblockt. Achso. Ja, super. Das ist die Suche 9, Vers 23, weil der Allah von ihr verlangt, dass wenn du nicht zum Islam gehörst, dass sie sich von dir abwenden soll. Ja, weil sie hat mir nämlich kurz bevor sie den Kontakt abgebrochen hat, auch ein Video geschickt, ein islamisches Video, dass sie mich nicht beerdigen kann, weil ich Christin bin. Sie dürfte noch nicht mal zu meinem Grab kommen. Ja, da siehst du mal, was der Islam da macht. Unabhängig davon, aber das leitet sich auch alles aus dem Koran ab. Das findest du in Suche 9, Vers 23. Wer also seine Familienbande vor dem Islam, Mohammed und Allah bevorzugt und sein Herz öffnet für die, da wird der Allah sehr, sehr zornig sozusagen. Also sinngemäß wiedergegeben. Ja, es ist natürlich traurig, dass du deine Tochter an den Islam verloren hast. Aber sie ist auch noch sehr jung, wurde natürlich Gehirn gewaschen. Eigentlich müsste man die Polizei da verständigen und mal herausfinden, mit was für Leuten... Königsmachen. Die Königsmachen. Weil sie 18 ist. Ja, ich seht ihr. Deswegen denke ich mir manchmal so, wenn ich derjenige wäre, der hier das Sagen hätte, in Deutschland, Europa, was meint ihr, was ich mit Islam gemacht hätte? Sofort auf den Index, sofort. Wer es war, Werbung für den Islam zu machen? Ab ins Gefängnis erstmal, äh, Dings, wie nennt man das? Erstmal Untersuchungshaft und dann werden wir gucken, was für eine angemessene Strafe man dann anwendet. Ganz einfache Kiste. Ohne denn und aber. Weil du siehst, was der Islam fähig ist. Deine Tochter auf einmal, äh, hier mit Niqab unterwegs und alles mögliche. Was, was soll das? Sie hat sich noch niemals mit dieser Religion überhaupt beschäftigt, woher diese Religion kommt. Und, äh, wer überhaupt Allah ist, wer Mohammed ist und alles. Aber ich danke dir, dass du angenommen hast. Vielleicht können wir ja nochmal reden. Und ich, sorry, ich bin, ich bin fertig mit den Nerven. Ja, geh tief ins Gebet, bete zum Herrn Jesus Christus und bitte um, ähm, Erkenntnis auch und dass ihr, dass ihr die Augen eröffnet werden eines Tages, dass sie wieder zurückkehrt. Es gibt ja auch einige Fälle, wo die Tochter dann eines Tages aufwacht und sagt, ich war in einem unglaublichen Film und die haben ihn praktiziert und alles mögliche. Ich denke, der Staat kann auch etwas dagegen tun, weil Gehirnwäsche ist ja in Deutschland absolut verboten. Wenn du, wenn deine Tochter, das ist, das hört sich sehr nach Gehirnwäsche an. Ja, aber die können nichts machen, laut Polizei. Weil sie 18 ist. Ah, traurig. Traurig, traurig, traurig. Ja, wie gesagt, äh, an die Leute, die fragen, äh, wegen meiner Tochter, ich mach das nur über PN, ich mach das nicht öffentlich, seid mir da nicht böse. Nein, schreib auch nicht irgendwelche Leute jetzt, wer deine Tochter ist und so. Auch nicht über PN. Okay. Mach das nicht. Das ist einfach deine Geschichte und das ist Privatsache und, äh, ähm, du musst einfach nicht. Aber ich werde dir weiterhin folgen, weil du bist klasse. Ach was, kann ich nicht. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Wirklich. Ja, wären viele Muslime so wie ich, da hätten wir überhaupt gar kein Problem mehr hier in Deutschland. Da hätten wir dieses Schlamassel ja nicht mehr. Da könnten wir alle aufhören damit, dann würden wir alle in Liebe miteinander umgehen, wir hätten gar keine Probleme. Keiner würde den anderen irgendwie Schaden zufügen. Ja, wundervoll. Keiner hätte, äh, die Lust oder die, äh, dieses Verlangen irgendwie Scharia einzusetzen, alle andere Menschen zu unterdrücken und so. Nein, da hätten wir das Schlamassel ja nicht, in dem wir uns befinden. Ja. Ja. Ach man. Was sagen, ich gehe erstmal tief ins Gebet, ne. Jakobus 5,16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gehe ernstlich ins Gebet und bete zum Herrn und bitte ihn um, ähm, Erkenntnis und auch um weitere Schritte, die du vor, äh, die du, ähm, gehen sollst, ne. Bete für deinen Kleinen. Bete für deinen Kleinen. Auf jeden Fall. Das mache ich jeden Abend. Ich werde auch für deine Not noch da beten. Dankeschön. Okay. Gott segne dich, ja meine Liebe. Gott segne dich. Okay, ciao. 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 Ja, mir geht der Herr Jesus Christus, dass ihr wahrlich helfen, ehrlich. Ach, mein Bruder ist ja auch hier. Hammer. Ich habe das gar nicht bemerkt. Hallo, Amir. Gottes Segen euch allen, ihr Lieben. Ich habe das jetzt gerade mitverfolgt. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn man sowas hört. Aber, wie der Amir auch schon gesagt hat, diese Dame hat natürlich sehr viel Schuld dran, dass das alles so gekommen ist. A, weil sie ihre Tochter einfach in absolute Freiheit hat machen lassen, was sie wollte. Ja, die Frau, die Tochter war total in der Welt, hat alles gemacht, was sie wollte, ja, total in Sünde gelebt und die Mutter hat das zugelassen. Und der Herr Jesus hat da Züchtung erlaubt. Was passiert, wenn du deine Kinder einfach, ja, machen lässt, was sie wollen, wenn die diese Kinder absolut in der Sünde leben wollen in der Welt, dass du das halt erlaubst, dann kann sein, dass der Herr Jesus dann sagt, okay, alles klar, du erlaubst sowas deinem Kind, dass das Kind solche schlimme Sachen macht, dann züchtige ich dich jetzt. Damit du siehst, wie das ist. Und zweitens, wie der Amir hier Aufklärung betreibt über den Islam, ja, täglich, zehn Stunden, da seht ihr, wie wichtig diese Aufklärungsarbeit ist. Weil, wir wissen ja nicht, was mit diesem Mädchen jetzt passiert. Vielleicht ist sie demnächst in Syrien oder Irak, in den schlimmsten Gegenden von IS. Und dann war es das. Das heißt, der Satan hat gefischt. Warum? Warum? Weil die Mutter nicht aufgepasst hat. Ja, weil die Menschen in Europa nicht aufgeklärt sind bezüglich des Islams. Ja, wären die alle aufgeklärt, wären die Europäer alle aufgeklärt, was der Islam wirklich ist, dann hätten die die Tür zugemacht. Dann wäre sowas nicht passiert. Und zweitens, auch noch drittens, wenn natürlich diese Frau wiedergeboren wäre, ihre Tochter erzogen hätte im Herrn und ihr Rückgrat gegeben hätte im Glauben, in der Bibel, dann hätte der Satan auch nichts mehr machen können. Das wäre vorbei. Da sieht man, wie viel Schulden auf den Menschen zukommen, damit es so weit kommt, wie es gekommen ist. Deswegen habe ich auch gesagt, wir als Gesellschaft haben dann total versagt, dass wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben und unsere Mitmenschen zu schützen. Was meinst du, für wen mache ich das hier alles? Meinst du, ich stelle mich gerne hin, zeige mein Gesicht, damit die mich nackentherapieren? Nein, damit wir alle aufgeklärt sind. Warum gründen die Gruppe, damit ihr versteht, dass diese Religion absolut gefährlich ist und dass man sie eigentlich aufhalten müsste? Ja, das meine ich ja damit. Damit ihr Leute im Chat oder die Zuhörer, Zuschauer seht, wie wichtig die Aufklärung ist, die der Amir betreibt. Es rettet Leben. Es schützt davor, dass jemand verloren geht, dass ihm was Schlimmes passiert. Da sind jetzt die Auswirkungen. Wenn man nicht über die Aufklärung des Islams sich sozusagen erkundigt. Da seht ihr mal die Auswüchse, was passieren kann. Stell dir mal vor, es gibt ja auch moderate Muslime, die Eltern, und auf einmal sehen sie, dass ihre Kinder immer so in radikalere Richtungen gehen. Das ist ja auch heftig. Da hätten sie gesagt, wir haben eigentlich nichts mehr mit dieser Religion zu tun. Ich muss meine Kinder aufklären über diese Religion. Genau so ist das. Das heißt also, der Herr hat das alles über die Frau kommen lassen, über ihren Kopf zusammenbrechen lassen, damit sie darüber nachdenkt. Damit sie nicht einfach so dahin lebt und denkt, das Leben hier da draußen ist einfach nur Larifari. Hihihi, hahaha. Da seht ihr, dass das Leben nicht so hihihi, hahaha ist. Und dann steht man vor dem Desaster und denkt, hä, ich dachte, das Leben ist hihihi, hahaha, Mallorca und lachen und nach dem Feierabend Bierchen trinken. Auf einmal ist das Leben doch nicht so Bierchen trinken nach Feierabend, oder? Wenn der Herr auf einmal seine Sense fallen lässt. Und dann sind die Leute geschockt. Das ist das Traurige. Deswegen nochmal für die Frau Schania, wenn du noch hier drin bist, wenn du mir zuhörst. Als erstes musst du selber Buße tun. Du musst vor dem Herrn Jesus treten und, Herr, ich habe versagt. Ich habe deine Gebote nicht geachtet. Ich habe mich nicht richtig zu dir bekehrt. Ich bekehre mich erst mal zu dir, Herr. Vergebe ihm meine Schuld. Ich habe versagt, was meine Tochter betraf. Ich habe sie einfach in die Sünde gehen lassen. Ich habe sie nicht erzogen. Vergebe mir meine Schuld, Herr. Ich komme zu dir. Und dann erst fängst du an zu beten, dass der Herr deine Tochter wieder zurückholt. Natürlich sollen die Geschwister auch im Chat für die Kleine beten. Klar. Absolut. Aber sie muss sich erst mal selber retten. Erst mal gerecht werden vor Gott und dann das Gebet eines Gerechten. Die muss erst mal gerecht gesprochen werden vor Gott. Und dann vermag ihr Gebet viel, wenn die erst gerecht gesprochen ist, indem die wiedergeboren wird. Man muss sagen, sie hat ihre Tochter christlich erzogen. Ja, da sieht man, dass das das Problem ist. Aber trotzdem, diese Frau, dieses Kind hat ihre eigenen freien Willen. Natürlich. Der Satan stellt verschiedene Fallen auf und durch ihren freien Willen fällt sie da rein. Aber es kann sein, dass der Herr sie noch rettet. Man muss für sie beten. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, das ist natürlich, das ist ein Riesenärgernis, was hier in Europa, Deutschland allgemein abgeht. Dass so viele, dass der Staat auch diese ganze Propaganda zulässt, die die Muslime als Dawah da machen. Und dann siehst du, dass die Gehirnwäsche dann funktioniert über Social Media und sie immer größere Reichweite bekommen. Ja, und dann das Ausmaß erst dann ihnen bewusst wird, wenn auf einmal ihre Kinder dann in irgendwelche Kreise kommen, wo sie vorher gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein. Und dann auf einmal wachen sie auf und sagen, was haben wir getan? Es ist immer dasselbe, Rüsa. Immer dasselbe. Was haben wir getan? Warum waren wir so dumm und haben uns nicht erst mal damit beschäftigt? Ja. Lass mal lieber Amir das machen, so nach dem Motto. Lass mal lieber andere das machen, so wie mein damaliger Meister, mit dem ich immer gearbeitet habe. Du siehst ja, dass dein Land zugrunde geht, weil du deinen Mund nicht aufmachst. Dann mach du das mal, du Weltverbesserer. Dann hat er sich gefreut, später zu seinen Kollegen zu gehen, um zu saufen. Das ist die Konsequenz. Und dann seht ihr mal, dass das nicht Hetze ist, was der Amir hier betreibt, sondern er versucht, weil er die Gefahr erkannt hat, was aus dieser Religion hervorgeht, dass er versucht, Menschenleben zu schützen. Aber die Leute raffen das einfach nicht. Bis der Desaster in ihre eigene Wohnung ankommt, vor der Haustür. Und auf einmal denken die, hätten wir auf Amir gehört. Wer hatte recht? So ist das. Oder auf andere Islamkritiker oder Islamaufklärer. Ist egal, da haben wir jetzt nur ein Beispiel. Da seht ihr, dass das nicht Hetze ist, sondern lebenswichtige Maßnahme. Amen. Servus. Hallo mein lieber Gott. Amir, guck mal, ich bin ein Moslem, ja. Ich finde es natürlich scheiße, dass mit der Frau ihr Tochter so ist, dass sie natürlich sich verschwendet, genauso war bei uns auch. Guck mal, ich habe eine muslimische Familie. Meine Schwester hat eine Freundin gehabt, die kam aus Afrika irgendwo aus, ich glaube, Eritrea, Eritrea war die. Die war Christin. Dann hat ihre Mutter, also ihre Mutter hat meine Schwester immer mitgenommen und hat immer gesagt, ja, deine Religion ist von Teufeln und Satan und so, so, so. Die hat immer über Islam schlecht geredet. Dann hat meine Schwester konvertiert zum Islam, äh, zum Christentum. Und danach hat sie, hatte sie, also meine Schwester hat keinen Kontakt mehr mit unserer ganzen Familie gehabt, weißt du, die hat gesagt, ihr seid so Satanisten, ihr seid kein Menschen, ihr seid so, so, so. Und danach, bis sie es erkannt hat, sie hat irgendwas erkannt, ich weiß selber nicht, dann hat sie wieder zum Islam konvertiert, dann hat sie wieder alles das Richtige gemacht, also, die hat kein Kopftuch getragen, so, auch jetzt nicht, aber sie sagt, ähm, dass Christen sehr viel Hass in sich haben, so gegen Islam und so weiter, deswegen... Woher kommt das denn, Kurde? Was meinst du, woher kommt das, dass die Christen sehr, sehr abgeneigt sind gegen den Islam? Und nicht nur Christen, sondern die gesamte Welt? Woher kommt das? Das frage ich mich auch, das sind Religionen, ich sage dir ehrlich... Du hast nicht mal einmal den Koran aufgeschlagen, da hättest du deine Antwort bekommen. Nein, nein, guck mal, Amir, es ist so, Bruder, ich sage dir offen und ehrlich, ich bin Moslem, ich habe nichts gegen Christen, ich bin auch reingekommen, damit ich dir auch eine Frage stelle wegen Christen, okay? Also, ich interessiere mich auch für Christentum, auch für den Islam und auch für alle anderen. Weißt du, ich sage dir so, jede Religion hat sich. Wir sagen so, ihr sagt so, wir kommen sowieso nie auf einen Punkt. Versteht's, was ich meine? Wir sagen, Frau sieht besser aus, wenn sie Kopftuch trägt, ihr sagt, nee, es sieht radikal aus. So weiß, was ich meine, es ist so, es ist halt so, wir können halt nicht miteinander zusammen klarkommen. Außer man redet nicht über Religionen miteinander, so, und dann, jeder hat seine eigene Wille, wer entscheidet, entscheidet so. Weißt du, guck mal, Amir, du schießt ja gegen den Islam, du sagst, Islam ist sowieso. Und so, ich halte dich davon nicht ab, weil du irgendwann weißt, dass dein letzter Tag ist, dann stehst du alleine vor Gott. Entweder Allah oder Jesus Christus ist deine Sache, dann musst du halt da nicht beweisen. Okay, danke, danke schön, dass du mir eine Predigt halten hast, komm, ich habe keinen Nerv für sowas, bitte. Bitte keine Predigt halten, Mann. Unglaublich. Der ist auch in seiner Walt Disney-Film drin, ne? Ja, das meine ich nämlich. Er ist noch 18, 17, 18 und kommt mit diesem ganzen Geleier hier an. Ich habe noch gestern mit Toni darüber geredet, ne, dass er genau dieses Thema, was wir gerade angeschrieben haben, was die Frau da hier reingekommen ist und gesagt hat, dass ihr Kind dann zum Islam konvertiert ist, ne, und der meinte, ich muss mich damit auch auseinandersetzen, weil er die Gefahren des Islams eindeutig für sich entdeckt hat. Und deswegen ist er auch immer hier drin, ne, und hört immer gut zu und lernt auch die ganze Zeit und sehr viele andere auch. Verstehst du? Weil warum sollen die das denn lernen, Lisa? Du denkst, irgendeiner zeigt ihnen das so die ganze Zeit? Verstehst du? Ja, ja. Ja, jeder, der diese Aufklärungsarbeit betreibt, ist eigentlich sehr, sehr... Ist ein Held. Ja. Ist ein Held. Die modernen, also die modernen Helden, dieser jetzigen Postmoderne, wo wir jetzt drin leben, sind die Islamaufklärer. Das sind die wahrhaftigen Helden, die wir hier tragen. Ob atheistisch oder jetzt, was weiß ich, aus englischem religiösen Hintergrund, ist egal. Ja, das sind Helden. Auch hier der... Stürzkläger. Habe ich den Bruder rausgekickt oder was? Was mache ich? Entschuldigung, ich bin ausversehender draufgekommen. Entschuldigung, ich bin... Nee, nee, kein Problem, ja. So, jetzt genau, wie Stürzenberger oder hier der Irfan Peci. Ja. Das sind Helden. Auch wenn der Stürzenberger zum Beispiel jetzt nicht mit dem Herrn Jesus wandelt, traurigerweise, aber trotzdem. Er versucht eben, die Menschen zu warnen von einer Ideologie, die eben gefährlich ist. Und er hat Angst um sein Land und um seine Mitmenschen. Was passiert, wenn noch mehr Muslime reinkommen? Der Islam noch mehr den Teppich vorgekehrt wird, vorher vor ihnen. Der rote Teppich vor ihnen ausgebreitet wird. Der hat Angst und er sieht auch die ganzen Gefahren, die davon ausgehen. Und er will versuchen, die zu retten, aber die Menschen hören das nicht. Die können das nicht verstehen. Die verstehen, die raffen das nicht. Das ist wie damals bei der Weißen Rose, als sie im Dritten Reich, ja, diese kleine Gruppe von Sophie Scholl, versucht haben, diese nationalsozialistische Bewegung aufzuhalten. Es wurde Flugblätter verteilt, damit die deutsche Bevölkerung über diese Ideologie aufgeklärt wird. Ja. Das ist genau dasselbe. Aber da hat natürlich das Dritte Reich, Adolf Hitler und so, diese weiße Rose verhaften lassen und auch zum Teil Mitglieder getötet. Wahnsinn. Ja. Hallo. Hallo, mein lieber Gott segne dich. Eben. Ich hätte nur eine Frage. Ich respektiere eure Religion sehr. Ja. Ich hätte nur ein kleines Kind, der das kann noch nicht wahr sein. Schalom, schalom, meine Brüder. Wie geht's euch? Gott segne dich, Schick, Schick. Gott segne dich. Gott segne dich. Bruder, ich wollte euch noch mal Mut machen, alles richtig gesagt. Seit zehn Jahren sagt ihr das schon. Der Bruder Ahn, seit zehn Jahren guckt, wo Deutschland heute steht. Genau dort, wo vor zehn Jahren gesagt hat, was mit Deutschland passieren wird, genau das ist passiert. Wartet noch weitere fünf Jahre, macht weiter die Augen zu. Irgendwann wacht ihr auf und dann habt ihr als Souvenir euer Kopf und Hammer. Unglaublich. Okay, schick, schick. Gott segne dich, mein Bestes. Gottes Segen, Gott. Gottes Segen. Die auch, Bruder. Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, mein Lieber. Möchtest du mit uns reden oder willst du uns zu irgendeinem Liebe zu Haschig da bringen? So perfekt, dass du es ansprichst. Warum traust du dich denn nicht, mit dem zu sprechen? Warum redest du mit irgendwelchen kleinen Kindern, die keine Ahnung haben? Ja, hol doch dein Liebe zu Haschig mal hier. Ja, pass auf. Er hat doch ein Live, du hast ein Live. Ihr schickt euch eine Anfrage und ihr trifft euch. Dann hören wir euch zu. Wo liegt das Problem? Ja, dann sag ihm das mal bitte. Jedes Mal bist du am Flüchten. Ich verstehe nicht, warum. Weißt du was? Guck mal hier. Ich zeige dir mal, was schön ist. Guck mal. Raus mit dir. Glaub nicht. Jeden Tag kommen die zehnmal hier, du bist am Flüchten. Der Armee ist zehn Stunden pro Tag live. Aber der flüchtet. Oder was? Können wir nicht hier hinkommen und eine Anfrage stellen und reinkommen? Wie oft haben wir mit diesen kaputten Leuten geredet, Dessa? Mit Hansi und dieser gehirngewaschene Dauer-Propaganda-Mäuße? Wie oft, wie oft denn noch? Das macht doch irgendwann mal keinen Sinn mehr zu diskutieren mit den Leuten. Weil die wissen ja, die kennen ja diese Sachen. Was soll man denn noch reden mit denen? Die wissen alles über das Evangelium und die wissen auch alles über ihre Religion. Also, dann ist vorbei, die Diskussion ist vorbei. Sobald jemand weiß, was das Christentum ist und was das Islam ist, dann ist es vorbei, wenn er sich entscheidet, trotzdem in den Islam. Genau so sieht es aus. Wie viel willst du denn noch reden? Du kannst vielleicht mit der Puppe reden. Das ist ein christliches Verhalten dann, ne? Oder mit der Wand reden. Das bringt genauso viel. Sobald die Fronten klar sind, beidseitig, beide Kontrahenten, die Fronten klar sind, dann ist es vorbei. Dann braucht man nicht mit sich zu diskutieren. Der Hansi weiß alles über die Bibel, über das Evangelium, die Liebe zum Hadith oder wie er sich jetzt nennt. Der weiß auch die Sachen und er hat sich trotzdem entschieden für den Islam. Da gibt es keine Diskussion mehr. Es ist vorbei. Es gilt nur aufzuklären und das Evangelium zu verkünden. Und die Muslime dürfen auch den Islam vertreten und versuchen, die Menschen zum Islam zu bringen. Jeder hat das Recht dazu, seine eigene Religion zu werben. Und wenn jemand meint, freiwillig zum Islam zu gehen, dann ist das sein gutes Recht. Und wenn jemand meint, freiwillig zum Herrn Jesus zu kommen, so ist das auch sein gutes Recht. Das ist freiwillig. Wir dürfen niemanden aufhalten. Amir. Ja, Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Ich wollte auch nur kurz sagen, sehr gut, was ihr macht. Also, ihr habt ohne meine Gänsehaut jetzt von den letzten 30 Minuten, weil ich da alles mitbekommen habe. Wie schlimm das eigentlich in unserem Land ist. Also, ihr seid ja die einzigen gefühlt, die noch gute Arbeit leisten, da ihr auch mit Quellen argumentiert, die auch wahr sind. Das ist schlimm, so was. Da sieht man, wie wichtig die Aufklärungsarbeit ist über eine Religion, die also im Mantel einer Religion daherkommt, aber ist eigentlich eine totalitäre Ideologie, die sich so versteckt hat unter einem Deckmantel der Religion. Das ist die Gefahr. Die meisten haben ja Angst, jetzt den Mund aufzumachen, so allgemein über den Islam. Und ihr traut euch ja wenigstens die Wahrheit auszusprechen. Deswegen, also, großen Respekt auf jeden Fall. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Frage zu einem Vers, weil, also ich bin selber Christ, aber ich verstehe den Vers nicht richtig. Hallo. Was hört man mich? Ja, jetzt wieder, ja. Ja, in 1. Mose 32, Vers 22 bis 32, glaube ich, wo Jakob gekämpft hat. Also, ich verstehe den Vers nicht richtig. Also, er hat gegen Gott gekämpft, glaube ich. Ja, die ganze Nacht, der hat natürlich nicht jetzt gekämpft, hier physisch, ja, er hat gekämpft, also im Gebet. Du kennst das, hast du schon mal gerungen im Gebet um jemanden? Genau, ja. Kennst du den Ausdruck? Ja. Eine Mutter hat die ganze Nacht gerungen im Gebet mit Gott. Hm. Ja, du ringst sozusagen um das Leben deines Liebsten im Gebet, damit Gott Gnade hat und, ne, zum Beispiel im Falle einer schwere Krankheit, dass Gott eben diese Krankheit rückgängig macht. Und man ringt um jemanden. Kennst du das? Ja, ja, ich hatte das kommt jetzt falsch verstanden in dem Vers, aber jetzt habe ich... Das ist also geistig zu verstehen. Es ist nicht so, dass der Jakob mit dem Herrn Jesus gerungen hat. Er kann ja gar nicht ringen mit dem Gott. Was würde Gott mit ihm machen? Aber du kannst eben Gebet den Herrn dazu bringen, dein Gebet zu erhören, indem du nicht lachlässt, indem du dran bleibst bei dem Gebet. Nein. Dass du das ihm so abgewinst, dem Gott, durch dein Gebet. Deswegen sagt der Herr Jesus, um seine Dreistheit willen will ich sein Gebet erhören, weil er nicht nachlässt und ihn mich reindrängt mit seinem Gebet und nicht so aufhört. Der lässt mich nicht in Ruhe, bis ich dem gebe, was er will. Da sagt der Herr Jesus, es ist zwar schlimm, dass er dreist ist, aber trotzdem will ich ihm geben, weil er dran geblieben ist und nicht aufgehört hat. Okay. Ja, ich habe das falsch verstanden, aber danke für die Erklärung jetzt. Ja. Gerne, gerne. Gottes Segen, ich finde eure Arbeit sehr gut, macht weiter so. Ja, danke, danke. Du bist also auf jeden Fall wiedergeboren, ja? Ja. Also ich bin Christ schon seit Anfang. Seit Anfang, was heißt seit Anfang? Also seitdem ich geboren bin. Du kannst nicht Christ sein, seitdem du geboren bist, bist du ein Kind Gottes, du musst wiedergeboren werden. Ja. Du musst vor dem Herrn Jesus treten und sagen, Herr Jesus, vergeb mir alle meine Schuld, was ich getan habe in meinem Leben. Ich kehre meinen Rücken jetzt meinem alten Leben zu. Ich komme zu dir und diene dir. Du musst absterben. Der alte Amir muss absterben. Der neue Amir muss entstehen mit dem Herrn Jesus Christus. Okay, danke schön. Ganz, ganz wichtig, mein Lieber, ja? Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, ihr Lieben, ganz, ganz wichtig, ja? Nicht dieses, dass wenn jemand sagt, ich bin schon von Geburt an Christ. Das geht nicht. Ein Baby kann nicht von Geburt an den Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Das ist unmöglich. Erstmal braucht er drei, vier Jahre, bis er überhaupt Bewusstsein bekommt. Was überhaupt was losgeht, also was auf der Erde vor sich geht. Ja? Ein bisschen Bewusstsein über sich selbst. Das kommt ungefähr mit drei, vier Jahren, bekommt das ein Kind. So, ab dem Zeitpunkt muss man dem Kind das Evangelium vom Herrn Jesus erklären, verkündigen und dem Kind erklären, was Sünde ist, was Glaube ist, wer Gott ist, was ist die Konsequenz, wenn man stirbt, ohne Wiedergeburt. Ja, und dann muss das Kind sich bekehren. Wurste tun und zum Herrn Jesus kommt. Dann geschieht Wiedergeburt. Aber du kannst dich vom Baby an ein Christ sagen, der geht nicht. Wo ist er hingegangen? Ist er selber rausgegangen? Ja, der ist raus, ja, ja. Ne, der hat auch gesagt, er hat alles erklärt. Also, okay. Also das mit Jakob Rungen, mit dem Gott, ne? Ja, genau. Ja, das ist ja der Lieblingsvers von Pier Vogel, ne? Dem heftigen Salabusten. Ja. Hallo. Moin, hallo. Tatsächlich. Wa alaikum salam. Und zwar, ich habe eine Frage, ne? Ja. Und zwar, ihr sagt, dass hier Islam gefährlich für Europa und so, ne? Ja, wir sehen doch anhand der Beispiele der islamischen Länder, zu was die Scharia geführt hat. Und zwar? Ne, ne, also, warte kurz. Also, ihr sagt, dass der Islam gefährlich und so. Und dann, ich habe jetzt dazu eine Frage, also, komm mal, wer findet immer Kriege? Wer stellt die Waffen her? Wer exportiert in den anderen Ländern? Wo sterben zwei Millionen Menschen in Irak, in Syrien, in Afghanistan? Du siehst so, dass der Islam eine sehr, sehr gewaltete Ideologie ist, mein Lieber. Nein, das ist nicht. Du siehst so, dass der Islam seine eigene Gesetzgebung hat, eigene Gesetzesprechung, alles. Der Islam hat ja nichts zu tun mit Demokratie, Menschenrechte und so, nein. Das Gesetz Allahs besagt, dass du über uns stehst. Hey, ich schwöre, die armen Menschen, die euch zuhören, bro, ehrlich, äh. Jetzt kannst du keinem erzählen, was ihr durchsetzt. Ich glaube, wir haben nicht mal alle, das sind im Schrank, Mensch. Hast du ein geraubt sein? Ach, egal, egal. Ja, genau. Dann geh lieber mal die Lieblingsdreht. Behalbt euer nächster Lieber. Behalbt dein... Raus mit dir. Da ist der Frag, warum jetzt Europa oder Westen Waffen herstellt. Ja, damit man sich schützt, dass die IS, wenn die kommen, dass man sich dagegen wehren kann. Ja, dafür stellt man die Waffen her. Oder wofür? Natürlich kann man auch Waffen missbrauchen, indem man zum Beispiel eine Ideologie aufzwingen will, einer anderen Nation, zum Beispiel der Islam. Dem Islam darf man keine Waffen geben. Waffen an sich ist neutral. Du kannst mit einer Waffe dich schützen. Ja, die Länder brauchen Waffen, um sich zu schützen, dass nicht ein anderes Land plötzlich aufkommt, ja, vor den Toren steht und sagt, ey, entweder kommt ihr zum Islam oder wir machen euch dann so und so, damit diese Leute sich wehren können. Also Waffen kann auch zum Schutz eingesetzt werden. Man kann Waffen missbrauchen. Was ist das denn? Was ist denn passiert? Warum hängt der Stream immer? Was ist denn mit dem System hier los, ey? Ja, du bist immer wieder weg. Ja, keine Ahnung. Oder hast du schlechten Empfang? Ja, ich höre dich wieder. Ja, man sieht dich auch wieder. Oder hast du schlechten Empfang? Keine Ahnung. Ja, also Waffe an sich ist neutral. Du kannst natürlich eine Waffe haben, um dich und deine Familie zu beschützen, wenn jemand dich angreift. Ist da jetzt eine Waffe schlecht? Nur weil es Waffe ist, der sagt, ihr stellt doch Waffen her. Ja und? Eine Waffe liegt tot da und ist erstmal neutral. Du kannst dich durch eine Waffe auch schützen vor einem Angriff von bösen Menschen. Aber dass die radikalen Islamisten halt dann diese Waffen benutzen, um andere Leute zu schaden, das ist dann deren Problem. Die missbrauchen dann eine neutrale Sache für ihre böse Gesinnung. Aber ein Brotmesser, ein Küchenmesser ist neutral. Man schneidet damit Brot, man schneidet damit Fleisch. Aber du kannst dann natürlich mit deiner bösen Gesinnung etwas Neutrales ins Böse verkehren. Ja, ich habe doch gerade mit dir gesprochen. Warum hast du mich denn weggedrückt? Weil da nur Kamelorien rauskam. Willst du weggehen von deinem Kamelorien? Was für Kamelorien? Ich habe dich ganz normal gefragt. Ich dachte, da bringt das Quellen raus. Hab ich doch gemacht. Ich habe doch Lukas 22, 70 zitiert, als ich dir gesagt habe, dass Jesus Christus von sich selbst aussagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann sagst du mir Paulus. Was soll das? Ja, warte mal. Paulus ist doch nach Jesus gekommen, oder nicht? Ja. Aber wer redet gerade im Lukas-Evangelium? Ja, warte mal, warte mal. Du sagst ja selber, du sagst ja selber, das war der Lukas, ne? Das war ja nach Lebzeit von Isa, da ist er gekommen. Und die Römer waren selber ungläubig gewesen. Die haben an Gott gar nicht geglaubt. Und deswegen ist der Paulus hergegangen und hat das ganze Bibel verfälscht. Und hat einfach nur geschrieben, dass er Sohn Gottes ist. Das ist der Grund, warum ich dir das sage. Was war denn die Botschaft des Herrn Jesus Christus, was der Apostel Paulus verfälscht hat? Jesus hat niemals gesagt, dass er Sohn Gottes ist. Das ist doch nicht genau. Achio. Im Evangelium von Lukas. Hat er niemals gesagt. Hat er niemals gesagt. Guck mal, lass mal diskutieren. Also, habe ich gerade zitiert. Ohne, dass wir beleidigt sind und mit Respekt. Ja, also guck mal. Isa, al-Islam, hat niemals gesagt, dass er Sohn Gottes ist. Deswegen, wie ich vorhin gefragt habe, was der Unterschied zwischen Adam und Isa. Da hast du zu mir gesagt, der Adam ist aus, warte mal, der Adam ist aus Erde erschaffen worden. Und Isa ist Sohn Gottes, richtig? Weil er keinen Vater und keine Mutter hat. Er ist ja nicht biologisch gezeugt worden, der Herr Jesus Christus. Ach so, und der Adam ist dann aus Erde erschaffen. Der hat auch keinen Vater und keine Mutter, oder nicht? Aber Adam ist doch von der Erde. Der Herr Jesus ist nicht von der Erde. Wo kam der denn her in den Bauch? Okay, warte mal. Und Mariam hat eine Mutter, aber er hat einen Vater. Wo war Jesus Christus, bevor er in den Schoß von Maria kam, in den Bauch? Wo war er? Ich verstehe den ganzen Sinn nicht. Adam ist ja von der Erde genommen, von dem Matsch, ja, von Erde. Ja, aus Erde, richtig. Ja, aber ist der Herr Jesus von der Erde genommen und geformt? Wo ist etwas Geistiges in Marias Bauch reingekommen? Etwas Geistiges? Ja, Geistiges, richtig, ja. Das heißt ja im Koran, An Isa ist der Geist von Allah. Guck mal, ich habe dir gerade zugehört, aber keiner kann, das besteht nicht, der Sohn Gottes ist keiner. Das sagt die Bibel. Das sagt die Bibel. Ja, das sagt die Bibel, deswegen heißt es ja auch Glaube, du glaubst ja daran, aber das stimmt nicht. Aber ich sehe in der Bibel, wenn es dir nicht gefällt, dass die Bibel das sagt, dann ist es gleich ein Problem. Nein, es hat nicht gedacht, dass es mir nicht gefällt. Ich verstehe den Logik nicht, warum Adam aus Erde erschaffen ist, warum Adam aus Erde erschaffen ist. Okay, was ist mit Abraham, was mit Noah, was ist denn mit den anderen Menschen? Das sind ganz normale Menschen von der Erde, mit Mutter und Vater und Sünder. Ach so, das heißt, dann hat plötzlich der Gott dann einfach gesagt, ich schicke jetzt meinen Sohn, oder wie? Genau. Hebräer, Brief Kapitel 1 sagt, nachdem Gott vielfältig und nach vieler Art und Weise durch die Propheten gesprochen hat, letzte Zeit, hat er jetzt in den letzten Tagen durch seinen Sohn zu uns gesprochen, das allerletzte Mal. Aber ich glaube nicht daran. Ja, das ist dann deine Sache, dass du... Der war gut, der war gut, man erklärt ihm alles, am Ende sagt er, ja, ich glaube nicht daran. Ja, dann ist das doch deine Schuld, Mann, aber doch nicht uns und die offen... Wenn du doch sagst... Jesus, Mann, dann kommt dir mit, dass die Leute doch leben, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Oder kommen wir jetzt gleich, ich und Amir zu dir vor der Haustür und sagen, ey, Akio, ey, Akio, ey, glaubst du jetzt an Jesus, oder wir machen dich dann einen Kopfkürze, machen wir das? Nein, du kannst glauben, was du willst. Ja, aber lass doch den Islam doch eigentlich in Ruhe, lass doch den ganzen Religion doch nur... Ja, aber der Islam lässt uns doch nicht in Ruhe. Ja, ihr seid doch nur am Hetzen, lass doch einfach gut sein. Nein, Akio... Ja, guck mal, du lachst die ganze Zeit, du machst dich witzig über andere Leute, das ist nicht schön, weißt du? Oh, Akio, Akio, mein Lieber, wenn der Islam sagt... Guck mal, hätte er in der Lebzeit von Isa, Alayhi Salam, zugesehen, wie er redet, hätte er auch gesagt, was soll das, weißt du? Ja, guck mal, wie du lachst, Alter, guck mal, wie du lachst, das ist schon lächerlich, weißt du? Achio, mein Lieber, was doch die Leute leben, warum macht ihr diese Hetzerei, ne? Nein, Akio, mein Lieber, wenn der Islam sagt, ihr Muslime, bekämpft die Juden und die Christen, dann lassen wir den Islam nicht in Ruhe. Nein, machen wir nicht. Ja, dann warte mal, warte mal, du sagst es ja, wenn alle Muslime Terroristen wären, dann wären doch... Dann hätte doch jeder, jeder was gegen die Leute, dann hätte jeder... Gott sei Dank, Akio, sind die Muslime alle wie du, die meisten, und haben keine Ahnung von Islam, und deswegen können wir in Ruhe leben. Nee, nee, das hat... Es sind so Shisha-Muslime wie du. Der Islam ist... Gott sei Dank, da können wir nebenleben. Guck mal, du, ey, Alter, wie du lachst. Gott sei Dank sind alle Muslime, 99 Prozent, alle so Shisha-Muslime wie du, dann können wir nämlich gut zusammen leben. Stell dir mal vor, 99,9 Prozent dieser Shisha-Muslime den Koran aufschlagen und die Hadithe. Was glaubst du, dass passiert? Nein, nein, das stimmt nicht. Sie können Gott danken, Akio. Sie können Gott danken, dass die Muslime alle in Shisha-Wasser, in den Discos. Nein, 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 lass mal diese Shisha. Doch, 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 doch. Das sind unmittelbar Menschen, die haben sich noch nicht mit der Religion beschäftigt. Lass mal diese Leute in Ruhe. Okay, was für den Suche 9 Vers 29? Du kennst ja deine Religion. Was für den Suche 9 Vers 29? Akio, sehr heftig, wie ich den mag. Von einem Wahnsinn zum nächsten, warte. Mach mal auf ernst gemeinten Rat, lass doch die Leute einfach lügen. Mach doch lustig die ganze Zeit über darüber. Lass doch viele Leute doch einfach in Ruhe. Akio, du bist der heftigste, du hast meinen Tag wieder heute gerettet, Eddie. Akio, was machst du denn zum Beispiel? Ich würde mich nicht zum Lachen bringen. Was hättest du gemacht, wenn du zum Beispiel vor 70, 80 Jahren geboren wärst in Deutschland und du wärst im Nationalsozialismus, wo Adolf Hitler halt an der Macht war. Und die hätten dir einen Besuch abstattet und gesagt, ey, entweder bist du ein Nazi, wie wir, oder wir machen die Schubbett kalt. Hättest du gesagt, ja, lass die doch. Nein, das ist falsche Information, Leute. Ja, das ist falsch, was erkennst du? Aber Islam ist nicht falsch. Islam ist nicht falsch. Islam ist friedlich. Ja, lass doch die nicht wahr. Lass doch. Die werden vor deine Tür gekommen, die Nazis. Guck mal, ihr seid die ganze Zeit am Hetzen. Dein Bruder ist die ganze Zeit am Lachen. Aber das kann doch nicht mehr wahr sein, dass du das eine begreifst, aber das andere nicht. Dass du die eine Gefahr der Ideologie erkennst, aber die Gefahr des Nazis ist. Nein, 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 du bringst das echt durcheinander. Du bringst irgendwelche Lügen, Hadiths und von zu. Wenn jemand mit Gewalt seine Ideologie dir aufzwingen will, dir und deiner Familie, und du willst nicht, und derjenige macht Druck, und der kommt mit Waffen zu dir. Findest du das gut? Da sagst du nein. Ja, also, der Islam ist genauso. Wie ist das denn? Ja, also, der Islam ist genauso. Wie bist du von hier? Ja, aber das ist der Islam, Surin 9, Vers 29. Den Koran. Ja, dann wären wir alle Muslime Terroristen, oder was? Nein, weil ihr ja nicht den Islam kennt, seid ihr ja noch friedlich. Wie, wie können denn den Islam? Es gibt viele Menschen, die leben, die leben ja auch ganz normal, und beten, und so wie ihr auch. Lasst doch die Leute einfach in Ruhe. Ja, wie lasst die in Ruhe? Guck mal, lasst doch den Islam doch einfach in Ruhe. Ihr redet immer ständig über Propheten und über Muslimen und so und so. Was soll das denn? Achio, 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 was ist denn bloß los mit dir? Mein Bruder versucht dir gerade zu erklären, dass du damals, zu der damaligen Zeit, auch zum Nationalsozialismus, hättest du doch deinen Mund bestimmt aufgemacht bezüglich dieser Ideologie. Weil du gesehen hättest, dass es sehr, sehr gefährlich ist. Und es gab Menschen, die das getan haben. Ja, der Hitler, da brauchen wir nichts zu sagen, das war ein Diktator, das ist ja klar, oder? Der hat ja was gegen ihn. Aber was ist denn Mohammed dann in dem Moment, wenn er auf einmal auf seinen Gott hört und sagt, wir müssen die gesamte Menschheit auseinandernehmen, bis sie sagen, La ilaha illallah, Mohammed, Rasulallah. Das steht nirgends vom Koran, das er das sagt. Surin 9, Vers 29, Sahih Muslim, Buch 1, Hadith 33. Sag mal, geht's dir noch? Schlag doch auf diese Sachen, was wir dir sagen, was der Armini gesagt hat. Schreib auf und guck. Das ist schön, was ihr macht, ne? Der Person, Achio, geht gleich wieder Shisha-Bar. Er ist im E-Grad, diese ganze... Doch, doch, Achio, du bist gleich wieder Shisha-Bar. Deine Religion, deine Religion ist dir vollkommen klar. Der ist gerade mal aufgewacht, Risa, der ist gerade mal aufgewacht. Shisha ist nicht, Schisha-Bar ist nicht gleich. Lass doch die Leute leben, lass doch die Leute leben. Lass die Shisha-Bars leben. Lass die Shisha-Bar leben. Ihr seid nur am Hetzen gegen Islam, das ist nicht ein Aufmerksam. Ihr kennt nur einen Satz, ihr kennt nur einen Satz. Ihr seid nur Hetzen, ihr kennt nur einen Satz. Achio, bitte, mein Bester, du weißt doch, wir lieben dich. Aber bitte, du musst doch vernünftig langsam denken. Ich bin vernünftig. Du musst doch rational werden. Ihr seid, ihr braucht noch Vernunft, ihr braucht noch ein bisschen Verstand. Ich glaube, ihr seid... Du musst rational werden, nicht national. Das hat mit Nationalität nicht zu tun, nochmal. Maria statt Scharia. Nein, 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 hör mal zu. Die SPD und ihre Sprüche, Lisa. Ich habe mich jedes Mal kaputt gelacht. Das war Hammer. Ich habe mich tot gelacht, ehrlich. Lisa, meinst du, die NPD würde uns als Ehre-Gäste aufnehmen, Lisa? Jetzt vermischt du Politik mit Glauben, ja, das geht nicht. Ja, dein Islam ist eine Mischung aus Politik und Glaube. Ja. Lass mal. Weil er eine Staatsreligion ist. Dann weiß ich Bescheid, Jungs. Welche Suche stand da? Was haben wir gesagt? Welche Suche fährst du? Mit euch kann man nicht diskutieren, ja. Dein Bruder ist die ganze Zeit auf Lachen. Das ist wirklich unter... Akio, bitte. Lass mal, ja, komm. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr auch, Mann, über Gottes Willen. Ciao. Ciao. Armin, stell dir mal vor, ja, die Nationalsozialist kommen zu dir nach Hause und machen die Druck und du sagst Nein. Und du sagst Nein, ich finde Nationalsozialismus nicht gut. Und die sagen so, hey, hör auf zu hetzen. Hör auf zu hetzen gegen uns. Hallo. Hallo. Gott segne dich. Gott segne auch dich. Ja. Irgendwie höre ich dich nicht so gut. Dann musst du deine Lautstärke erhöhen. Vielleicht. Genau. Ein bisschen lauter wachs Telefon. Ja, hör mal. Ich möchte irgendwas sagen. Es geht vielleicht länger, aber bitte werf mich nicht raus. Also, ich bin aufgewachsen am Balkan in muslimische Familie. Und dann aber im Alter von 24, inzwischen bin ich fast 50, aber im Alter von 24 habe ich eine durch einen Unfall eine Nahtoderfahrung erlebt und habe da eine faszinierende Geschichte auch erlebt und danach habe ich eben die Religion infrage gestellt. Ja. Und habe reagiert, was, wie geht es weiter, habe mich mit Buddhismus befasst und habe aber verstanden, dass Buddhismus keine Religion ist, sondern Buddha heißt der Erwachte. Und das ist für mich mehr Psychologie, spirituelle Psychologie. Irgendwann habe ich dann nach vieler Recherche nach 15 Jahren ausgetreten aus muslimischer Religion und habe mich an Christuslehre, wie soll ich sagen, hingegeben. Ja. Und was ich sagen möchte, für mich ist auch nicht wichtig, dass ich mich zu einer Religion benenne, zum Beispiel evangelisch-katholisch oder so, weil die Religion ist erst 70 Jahre nach dem Jesus eigentlich von der Maria veröffentlicht worden und nicht von Jesus selbst. Deswegen folge ich klar Jesu Lehre. Für mich ist das ein Unterschied. Ja. Danke. Ja, das war es eigentlich so von mir. So, okay. Wir folgen auch den Lehren des Herrn Jesus Christus und keiner Kirche oder sonstiges. Der Herr Jesus Christus ist unser Herr und Gott und wir möchten ihn auf Schritt und Tritt folgen und unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Amen. Genau. Das mache ich so. Allerdings, was ich nicht mache, ich habe ja zehn Geschwister, ich bin das mittlere Kind, ich bin das in der Mitte, ich bin das Elfte und ich habe versucht, ein bisschen zu diskutieren mit ihnen und sehe, dass da eine unangenehme Klima entsteht. Also habe ich einfach gesagt, okay, ich habe da Nahtoderfahrung erlebt und weiß, was ich gesehen habe und ich folge meinen Weg dadurch und lasse meine Geschwister so sein, wie sie sind und akzeptiere sie so. Und so, allerdings sind sie ja nicht so wahnsinnig gläubig, wissen Sie. Ja. Und zwischen uns funktioniert das gut. Ja, okay. Alles klar. Aber ich bin froh, dass ich meinen richtigen Weg gefunden habe und hoffe, dass für viele, viele Menschen, das ist das, was ich möchte sagen. Und ja, ich verabschiede mich, denn du hast sicher viele, viele Leute, ich bin dankbar, dass du mich aufgenommen hast in live und ja, wünsche alles Gute. Alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ich gehe mal kurz tanken, Weser. Du hast denn Herzenergie? Ich muss mal wieder Herzenergie tanken, genau. Ja, ihr Lieben, ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt zum Herrn Jesus gekommen seid, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr täglich euch mit der Schrift auseinandersetzt. Wirklich, ihr müsst euch auch mal zwingen. Ich weiß, dass Fleisch kämpft gegen den Geist, aber ihr müsst euch zwingen, täglich ein wenig in der Schrift zu lesen. Ja, damit der Heilige Geist eben an euch arbeiten kann und damit ihr auch immer wieder gereinigt werdet, ja, fortlaufend. Und euren Glauben auch verteidigen könnt, ne, überall, wo ihr ihn seid. Es ist ja nicht so, dass nur ein Amir oder andere Geschwister eben den Glauben verteidigt. Nein, jeder von uns muss immer imstande sein, den Glauben vernünftig vor anderen Menschen zu erklären und auch zu verteidigen. Ganz, ganz wichtig. Dazu benötigt man eben das tägliche Lesen in der Schrift. Und gebt bitte Gas, weil wir steuern auf das Ende zu. Ihr seht doch jetzt überall, ja, der Herr hat angefangen, seine schützende Hand langsam über diese Welt zurückzuziehen und ihr seht, was jetzt passiert auf der Welt, ja. Also ihr seht jetzt langsam, dass der Satan die Schlinge zuzieht um die Menschen. Die Probleme werden immer größer und größer und in dieser Schnelligkeit und der Häufigkeit, wie sich die Ereignisse da in der Welt häufen, hat es noch nie gegeben. Der Mensch jetzt langsam spürt, der Mensch da draußen, dass da etwas sich anbahnt, dass das nicht mehr normal ist, dass das, wenn das so weitergeht, dass es knallt. Das ist etwas Großes auf die Menschen zukommen, weil das etwas Schlimmes, Negatives. Und das ist halt mit der Inflation, Teuerungen, was wir jetzt haben, die Wirtschaftsschwankungen, also Wirtschaftsschwäche Europa, Deutschland, ja, die ganzen Unruhen auf der Welt, Kriege, Russland, China, Iran, Israel und so weiter. Ja, das spitzt sich alles langsam zu und deswegen müsst ihr Gas geben. Ihr müsst versuchen, so schnell wie möglich und so viel wie möglich mit den Menschen über das Evangelium zu reden, den Herrn Jesus zu verkünden, damit so viele wie möglich errettet werden. Damit wir halt, äh, damit sie halt bei der Entrückung dabei sind, damit die errettet sind. Dann müsst ihr jetzt mehr Gas geben als je zuvor, ne. Das müsst ihr mehr machen, ihr Lieben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und lasst euch auch nicht beirren, ja. Ja, ihr kennt die Lehre, ihr kennt die gesunde Lehre, das müsst ihr verteidigen und nach vorne machen. Und euch nicht unter, der Satan wird natürlich versuchen, euch zu Fall zu bringen, euch abzulenken, euch herunterzuwerfen. Aber standhaft bleiben. Und weiter, nach vorne mal zu stellen. Amen. Hallo Bruder und... Hallo, Gott, deswegen, wir bringen euch in eurem Familien. Gott, deswegen, wir haben ja auch. Und zwar habe ich eine Frage an Reza, das wollte ich dich schon sehr lange fragen. Ich glaube, die wurde dir auch so noch nie gestellt. Ich kenne ja deine Arbeit und viele Geschwister kennen auch deine Arbeit, die du veröffentlicht hast im Internet. Ich wollte dich fragen, wie war damals das für dich selber, als du die Erkenntnis erlangt hast und hinter dieses Ganze gekommen bist, sozusagen? Ja, wie war das für dich damals, so persönlich? Ja, es hat dann eingesetzt zu Wiedergeburt. Ich bin ja total zusammengebrochen in dem Moment, wo der Heilige Geist durch die Erkenntnis an mir gearbeitet hat. Und nachdem ich das alles begriffen habe, was hier auf der Erde vor sich geht, dann bin ich natürlich zusammengebrochen vor dem Herrn Jesus und habe dann um Verzeihung gebeten für meine Sünden und dann halt zum Herrn Jesus gekommen und ihn angenommen dann. Ah, okay, krass. Das hat also auch was mit deiner Bekehrung dann zu tun, als der Herr, die offenbart hat, was auf dieser Welt los ist. Ja, das ist natürlich, klar. Ja, ja, sehr interessant. Erkenntnis führt ja zur Aktion. Ja. Sagen wir mal, du bist jetzt mit deiner Frau zusammen, ja, Gott bewahre, ja. Du hast eine Frau und dann kommt jemand zu dir und gibt dem Video da, wie deine Frau ständig fremd geht mit anderen Typen. Und er hat das alles aufgenommen, auf Video. Ja. So, was machst du mit dieser Erkenntnis? Ja, klar, Handeln, ne? Ja, siehst du? Erkenntnis führt zu Handeln. Erkenntnis der Wahrheit führt zu einer konsequenten Entscheidung. Ja. Ja, wie gesagt, also, ich habe mich ja vor über einem Jahr auch zum Herrn bekannt, weißt du ja, und das auch mit Hilfe deiner Videos. Weil ich auch auf der Suche war nach, wer hat das Sagen auf dieser Welt. Und irgendwann kam ich nicht mehr weiter und dann, ja, kam ich dann also auf deine Videos. Und das hat sowas von in mir ausgelöst, dass ich dann, ja, auf die Suche gegangen bin. Und kurz danach habe ich mich dann bekehrt, so ein paar Monate später. Ja, sehr schön. Also, ja, dem Herrn sei Dank, dass er das alles so geführt geleitet hat, dass ich dann auch das mit meinen eigenen Augen sehen durfte, deine Arbeit, wie der Satan hier alles in seinen, ja, in seinen Händen hat und das führt. Das ist auch bekannt, dass man dafür braucht man auch Geist. Nicht jeder erkennt auch meine Arbeit. Ja. Zum Beispiel ein MC Hammer, Inside-Shitter, der hat mich eigentlich gemeint, ey, der Leonardo de Cap, Jesus Christus heißt es auch nicht mit Vorname Leonardo. Also kann das nicht Jesus Christus sein, da in Titanic, der Film? Ja. Da siehst du, dass man auch, also anstatt einem Hirn, einen riesen Elefantenschiss unter der Schädeldecke haben kann. Ja. Also muss schon ein Mindestmaß an Gehirnmasse, muss schon unter der Schädeldecke sein, damit du mich verstehst. Ja. Und wenn dieser Mindestmaß an Hirnmasse nicht da ist, wie willst du mit einem Elefantenschiss unter der Schädeldecke diese Dinge erkennen? Wirklich, du brauchst schon ein Gehirn. Mindestmaß ist ein Gehirn unter der Schädeldecke, das ist das Mindeste. Ja, vor allem glaube ich auch, dass man sich auch mit einem aufsichtigen Herzen oder mit einer Art, ja, man muss irgendwie auf der Suche sein. Und wenn man das dann sieht, deine Arbeit, dann macht es schon Klick. Aber diese Menschen, manche resignieren ja auch und die finden sich damit ab, wie das hier auf der Welt ist. Und die haben es völlig aufgegeben, nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Ja. Gibt es halt. Es wäre sehr traurig, die Leute, die dann so aufgegeben haben und absolut resigniert haben. Das wäre schwer, sie da irgendwie wieder anzuregen, geschweige denn für Bibel zu führen. Weil der Satan hat ja alle Arbeit geleistet. Der Satan hat ja das Sagen hier auf der Erde. Und der hat den Menschen die Sinne verblendet, so dass es ihnen das herrliche Evangelium überhaupt nicht aufgeht. Und das ist ja auch gar keine Erkenntnis erlangen, weil der Satan sie alle unter Mind-Control hat. Nur einige wenige brechen aus diesem Matrix aus. Verstehst du? Ja. Der Gott ist eine Weltzeit, welche die Sinne der Menschen verblendet hat. Das ist nicht nur ein Satz, der in der Bibel steht, sondern er gibt absoluten Sinn in unserer Realität. Macht absolut Sinn. Du siehst die breite Masse. Verloren bis zum Gehen nicht mehr. Die denken, Jesus Christus war so ein Wann. Die Bibel ist so ein Märchenbuch und Religion und so was. Die denken so, die Bibel ist so eine Religion oder Jesus Christus Religion. Das ist das Krasse. Ja, man muss immer wieder von Null anfangen und denen erklären, nein, vor allem wenn man auf der Straße ist, nein, wir gehören nicht zur Zeugen Jehovas. Und weil viele Menschen denken ja gleich. Es ist immer wieder so, dass die Menschen diese Vorurteile haben. Und das ist es, der Satz hat alle Arbeit geleistet, siehst du. Er weiß, was für ein Werk er vollbracht hat. Und er uns das so schwer gemacht hat, dass wir die Menschen erreichen. Merkst du? Ja. Heftig. Ja, wobei, Olli, das ist ja gar nicht mal so schlimm, wenn die Menschen aufgegeben haben. Eigentlich musst du aufgeben, um zum Herrn Jesus zu kommen. Das ist eine gute Ausgangssituation für den Menschen. Der Herr Jesus sagt ja eben, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, also wenn auch, wenn jemand aufgibt, diesen Müll leben, was er da führt, ohne mich da auf der Welt. Wer es aufgibt, um meinetwillen, der wird es retten will. Eigentlich zwingt ja der Herr den Menschen, aber das heißt, der drängt die Menschen dazu, aufzugeben von dieser Welt. Ja, aber die Menschen geben auf die Welt und geben auch den Herrn auf. Also alles, das ist das Traum, ja, der Sache. Ja, die halten sich nur an Vergnügen fest, an Spaß und die haben sich auch schon längst an dem Spaß schon satt vergnügt. Und deswegen tritt da eine Art Sinnlosigkeit auf, weil die denken, oh, schon wieder heute Morgen, muss ich schon wieder Spaß haben wie gestern und wie letzte Woche, boah, ist das langweilig. Jeden Tag Spaß muss ich haben. Das ist auch irgendwann mal, das ist wie so ein Hamsterrad. Da kommst du einfach zu dir und denkst, es kann doch nicht sein, dass es Spaß haben, der Sinn meines Lebens ist. Da muss so etwas Höheres hinter meinem Leben sein, anstatt immer hinter Karussellspaß und Achterbahn herzulaufen. Ja, eben, also diese Menschen, auch diese Superreichen, die langweilen sich irgendwann, weil das halt ihr Leben nicht erfüllt. Man kann ja nicht ewig, keine Ahnung, wie viele Lamborghini willst du fahren? Ja, eben, wie viele will man fahren, ne? Also die sind nicht erfüllt, sozusagen, ne? Lamborghini nach drei Monaten wird auch, deswegen kaufen sie sich ja immer wieder neue. Weil ja, der alte Lamborghini vor zwei Jahren ist schon wieder langweilig. Ja, ich habe letztens mit meiner Frau drüber gesprochen, da hatten wir, habe ich ja so gesagt, guck mal, das ist so, dass die Menschen, alle Menschen allesamt, irgendeine Krankheit in sich haben. Und diese Menschen sind auf der Suche, irgendwie herauszufinden, was fehlt mir eigentlich, ne? Das ist so, als wenn jemand krank ist und irgendwie erst, wenn er weiß, dass er Krebs hat, dann kann er so ein bisschen aufatmen, weil er weiß zumindest, was ihm fehlt, ne? Und so ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir allesamt Sünder sind und wir können erst mal aufatmen und wissen, was wir haben. So, jetzt brauchen wir eine Lösung dafür. Und was sagt der Herr? Dass er die Lösung dafür ist, dass er uns heilt von dieser Sünde. Also, wie ein Arzt sagt, okay, jetzt therapieren wir den Krebs mit der und der Behandlung. Sagt der Herr, komm zu mir und ich will dich davon heilen und ja. Ja, genau. Dieses triste Dasein, das fühlt ja jeder Mensch. Er versucht das ja durch Vergnügen, irgendwie diese Leere zu füllen. Jeden Tag sucht der Mensch nach Vergnügen, damit er diese Leere, dieses triste Daseins zu entkommen. Diese Leere, die er verspürt in seinem Leben. Aber das kann er nicht füllen. Diese Leere kann nur Gott füllen. Dann wirst du erfüllt und hast kein Bedürfnis mehr nach Spaß und Harakiri. Auch wenn du immer noch Spaß hast in deinem Leben. Als Wiedergeboren haben wir auch noch Spaß im Leben, klar. Aber es ist nicht mehr so, dass wir das brauchen, unmittelbar nötig haben, um diese Leere zu füllen, dieses Loch. Aber das sind die da draußen, die Menschen, die haben so eine Leere in ihrem Leben, dass sie das durch Harakiri-Spaß versuchen zu stopfen. Und das geht nicht. Da machen die es, aber dann zwei Stunden später ist das Loch wieder da. Und dann müssen die wieder da mit Spaß sozusagen füllen, diese Leere. Und dann sind die in diesem Hamsterrad. Deswegen sagt das ja das Wort, 2. Timotheus 3, ja. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das heißt, sie versuchen, diese Leere, anstatt mit Gott zu füllen, mit Vergnügen zu füllen. Bis auf einmal der Tag X kommt und du bist am Lachen, auf einmal BAM! Herzinfarkt. Und du bist weg. Während du im Lamborghini am Brettern bist und Spaß hast. Und dann, was passiert dann mit deinem Spaß? Wo bist du dann in der Ewigkeit? Was passiert dann? Du kannst ein Lamborghini nicht mitnehmen und Spaß haben, da drüben, in der geistigen Welt. Und dann stehen die da und gucken dumm aus der Wäsche. Wenn auf einmal sie in einem Gefängnis landen mit Zellen und dann das Feuer in der Zelle ist. Und die Dämonen tanzen um diese Zelle und dann sagen die, jetzt haben wir dich. Ha, ha, ha. Und dann lachen die dich aus. Und du kriegst Panik. Und je mehr du Panik kriegst, desto mehr lachen die dich aus. Desto mehr, sozusagen, geilen sie sich auf, auf deine Angst und Panik. Und das ist doch der Anfang. Das Gericht kommt ja noch. Wir haben dich schön genatzt mit Lamborghini. Wir haben dich schön verarscht, damit du hier hinkommst, an diesem Ort. Wir haben dich schön abgelenkt, damit du nicht zu Jesus Christus kommst und errettet wirst. Ha, ha. Und dann schreit der Mensch im Gefängnis, im Hades. Aber da ist keiner mehr, der hilft. Weil die wissen, was passiert jetzt. Weil die wissen, die haben verloren. Für die Ewigkeit. Ja, dann ist zu spät. Deswegen hier auf der Erde muss man schnell zum Herrn Jesus kommen und sich retten lassen. Danach ist es zu spät. Und so sagt der Herr Jesus ja auch, der Sohn des Menschen hat auf der Erde Gewalt, Sünden zu vergeben. Dass er, solange der Mensch noch auf der Erde lebt und noch nicht das Zeitliche gesegnet hat, kann derjenige noch vom Herrn Jesus seine Sünden vergeben bekommen. Aber sobald derjenige das Erdliche verlässt, ist es vorbei. Da gibt es keine Sündenvergebung mehr. Da gibt es nur noch das Gericht. Daher spielt nicht mit eurer Errettung, mit eurer Ewigkeit, ihr Lieben. Jeder, der mir jetzt zuhört. Ja, heute noch. Heute müsst ihr euch in Sicherheit bringen, weil ihr wisst nicht, ob ihr noch morgen lebt. Es kann jede Sekunde zu Ende sein. Diese israelitischen Kinder, die da gefeiert haben, haben die da gedacht, dass das der letzte Tag ist, ihres Lebens? Bestimmt nicht, oder? 18, 19 Jahre, die haben gedacht, die leben noch 80 Jahre. Das ist so, die haben gerade mit dem Leben begonnen. Schön jugendlich, schön Party. Richtig? Und dann kam der Tod plötzlich von der Seite. Dann kam der Hammers. Dann kam die Hammers von oben. Über die Luft. Und dann war es das. Und deswegen solltet ihr schlau sein, ihr Lieben. Ihr sollt schlau sein und darüber nachdenken, dass das Leben jede Sekunde vorbei ist. Und dann kommt die Ewigkeit. Und wenn in der Ewigkeit nur 1% die Gefahr besteht, dass etwas Negatives zukommt auf euch. Nur 1% die Gefahr. Dann würde ich das nicht eingehen, dieses Risiko. Weil das ja ewig ist. Wenn etwas Negatives in der Ewigkeit auf euch wartet, wo es kein Ende gibt, dann dürft ihr nicht damit spielen. Ja, es ist also ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Lies die Bibel. Lies die Bibel. Der Heilige Geist wird euch die Augen öffnen. Und ihr werdet errettet werden von diesem tristen Dasein. Und dann solltet ihr auch danach die anderen Menschen zu dem Herrn Jesus versuchen zu führen. Ich würde sonst auch nochmal eine Sache sagen und dann auch Sonntag gehen und Platz machen für den Nächsten. Oder die Nächste. Ja, auch mein lieber Zuhörer oder meine liebe Zuhörerin, wenn du irgendwie auf der Suche bist, dann mach es als Beispiel, wie ich oder viele andere Geschwister es gemacht haben und schließ dich in dein Kämmerlein ein und frag und bete in den Himmel, ins Universum raus. Gott, wer bist du? Zeige dich mir. Ich bin auf der Suche. Was ist dran an dem, was ich heute gehört habe? Jesus Christus, bist du der allmächtige Gott? Zeig dich mir. Offenbare dich mir. Und ich glaube mir, wenn du aus aufrichtigem Herzen fragst, dann wird sich der Herr dir offenbaren. Aber mit einem aufrichtigen Herzen. Ja, mein, genau. Sehr, sehr wichtig. Wenn ihr wirklich nach Gott sucht in eurem Gebet, wenn ihr wissen wollt, wer er ist, wenn ihr den kennenlernen wollt, dann wird er sich auch euch zeigen. Dann wird er sich euch offenbaren. Alles klar, das war es erstmal von mir. Gott segne euch. Gottes Segen, Ali. Gottes Segen, Ali. Ja, und Stürzenberger ist natürlich am Kämpfen gegen die Mühle. Der will dann natürlich die islamische Einwanderung aufhalten. Der will, der versteht das nicht, mit was er zu tun hat, Amir. Das ist das Traurige. Der will etwas retten, was nicht zu retten ist, weil der Gott der Bibel hat gesagt, ich werde alles zerschlagen. Der kämpft also gegen den Gott der Bibel. Der versteht das nicht, der Stürzenberger. Dass er kämpft gegen die Prophezeiungen, die Gott in seiner Schrift vorhergesagt hat und dass er das auch so kommen lässt. Und der Stürzenberger denkt, der kann wirklich das Ganze aufhalten. Hallo, Bruder Pablo. Gottes Segen, die Gnade sind Jesus an euch. Bruder Reza, hast du eigentlich was passiert? Nee. Hab nicht geschafft, ein Video zu posten heute. Na? Ja. Der Herr hat es komplett gesegnet. Ja. Es werden jetzt sehr, sehr viele Menschen damit erreicht. Sehr, sehr viele. Und ich habe komplett, wirklich, ich habe mich hingesetzt, ich habe nachgedacht, wie erkläre ich es in einfachen Worten zu den einfachen Menschen, die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche nicht richtig ist, sondern nur Jesus Christus. Ich habe das rausgehauen, in kurzer Zeit, also wirklich so drei Minuten, so, dass er nicht lange ist. Und dann schreien mir die orthodoxen Katholiken, der Herr, also Gott, soll mich bestrafen. Was ist das denn? Seit wann sagen Christen, Gott soll dich bestrafen, also, beziehungsweise der soll mich, ne? Man kann therapieren. Und so, was ist das denn? Wo ist die Liebe bei diesen Menschen? Hat man eigentlich nicht mal die Feinde, die können nichts können erlieben. Das kannst du ganz leicht erklären, weil das nicht aus dem Heiligen Geist ist. Wahnsinn. Es ist unglaublich, wo ich das gesehen, dachte ich, die haben eine nächste Stufe schon erreicht. Also die, die drohen mir jetzt, hoffen, nicht mehr muss ich mich, jetzt kommt die orthodoxen Katholiken, die mir jetzt drohen, um mein Leben, und so weiter. Also das ist unglaublich. Das sind Muslime in Christen gewandt. Orthodoxe haben die sogar auch privat angeschrieben, ne? In TikTok da, die sind privat, und die haben auch gesagt, wenn die mich sehen, und so weiter, die würde mich, ne? Schönen Danken-Therapie. Das musst du dir wirklich machen. Ich glaube noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal, es gibt auch eventuell Muslime, die das machen, die nehmen sich dann ein Profilbild mit so einem Kreuz oder was, und dann sagen, das sind bekannte Leute. Wer hat meine Adresse veröffentlicht, damit ich und meine Familie ermordet werden? Ja, das war die Orthodoxe. Wer hat das gemacht, da haben wir. Sag das mal. Wer hat das gemacht? Muslime? Ne, das war wirklich ein Orthodoxe. Ja. Orthodoxe. Na, das darf man nicht vergessen, wie die Orthodoxe sind. Das ist ein Sechermin, die Orthodoxe sind wie die Muslims. Ja, aber die Orthodoxen werden auf jeden Fall drankommen in der Ewigkeit, im Gericht. Da wird es kein Erdinnen mehr geben, im Gericht. Da wird das schön besprochen werden, alles. Wahnsinn. Manchmal kann ich das nicht glauben, weil ich mir denke, wenn man doch an den Herrn Jesus schon den Mund nimmt. Wenn sie Jesus Christus als Herrn haben und dann sowas sagen, das passt absolut nicht. Absolut nicht. Unglaublich, ne? Und was machen diese Leute, die sogar Adressen veröffentlichen und so weiter? Das sind die, die dann im TikTok predigen und sagen, Jesus Christus liebt euch. Nehmt Jesus an. Dann seid ihr gerettet. Das sind solche Menschen. Amir, Amir, welche Denomination innerhalb der Christenheit segnet Waffen und Raketen, damit die Waffen und Raketen andere Menschen töten, so viele wie möglich? Das waren orthodoxe Priester, ja. Die haben auch damals, als die Serben, die Albaner da, rangegangen sind. Da hat der orthodoxe Priester so Weihwasser auf die Kanonen gemacht. Das ist so krass, ne? Das ist nicht normal, ne? Wirklich nicht. Sehr, sehr öffnet. Traurig, ehrlich, traurig, was da alles abgeht. Ja, da seht ihr mal, was für Geisteskind diese Leute sind. Das ist natürlich mit dem Glauben nicht zu vereinbaren. Absolut nicht. Deswegen war ich natürlich auch entsetzt, als der Sam'sche Mond anfingen da, die Leute da hardcore zu beleidigen als Punkt-Punkt-Söhne und wir, die wir sagen, dass Jesus Christus nicht zur Gewalt aufgerufen hat, er uns beleidigt und sowas. Das ist absolut heftig. Das ist ein dämonisches Kind. Das ist ein dämonisches Kind. Aber Bruder Reza, das habe ich ja eigentlich glaube ich noch nie erzählt, das habe ich ja eigentlich voll vergessen, dir zu erzählen. Das war jetzt etwas her, aber das ist ja aktuell letztendlich für das Thema. Katholiken, Orthodoxen haben sich ja vor vor einem Jahr oder sagen wir mal vor acht Monaten so ungefähr, haben die sich hier in TikTok alle gegenseitig bekriegt. Nein, katholisch ist richtig, das ist die erste Kirche. Nein, orthodox ist richtig, da ist die erste Kirche. Und 2 erzählt habe, ey, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ich mache keinen Spaß. Der Herr hat dazu gehört, dass ich das zufällig dann sehe. Ich habe rumgescrollt bin und bin in einen live reingestoßen. Da haben die Katholiken, Orthodoxen gesagt, wir machen uns jetzt uns alle eins, wir machen uns jetzt alle eins, um gegen Pavlos zu sein. Alle. Wir haben sogar extra Gruppen eröffnet, um ihn komplett, komplett aufzudecken, also nicht so die Lehre dahinter, meinen die, komplett aufzudecken, weil die Lehre, die die hier sind, das ist so verführerisch. So viele verführter Grad, das ist nicht normal, sagen die. Und deswegen machen wir uns jetzt alle eins, um das alles aufzudecken. Und das musst du jetzt mal vorstellen, der Feind meines Feindes wird zu meinem besten Freund machen die. Die sind alle untereinander, komplett mit anderen Lehren, aber untereinander machen die sich eins, um wen zu bekriegen? Dich, Bruder Riesa, mich und Wir machen uns eins, eins mit allen. Wir müssen einen Song machen, eins, 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 eins. Ich hab den Song rausgehauen sogar. Ey, Bruder, wusstest du, dass dein Song bei Tesla halt abgespielt worden ist, der Kamenuri-Song? Ja, will ich auch hoffen, hallo? Der hat den angemacht, ne? Der ist so, Kamenuri! Kommt der nicht mehr. Ja, ich... Pommes! Pommes durchziehen! Was war das denn heftig? Da kriegt man ja Hunger auf Pommes. Auf Pizza hab ich jetzt Hunger, ne? Ich hab gegessen, schöne Fleisch, aber jetzt hab ich Hunger auf richtig schöne Napoli-Songer-Pizza. Ja. Wusstest du, dass der Allah den Muslimen so ein Kino-Feeling gibt bezüglich uns? Du weißt ja, dass der Allah uns ja in die Hölle wirft, das ist ja. Ja. Und dann, wenn die Muslime im Himmelreich sind, haben die dann so Betten und die liegen dann da so, dann öffnet der Allah so ein, so ein, wie so ein Tor, so ne, so eine Schicht macht er auf und dann sehen die die Hölle und dann wie wir da drin so am Geleiden sind und so, ne? Und dann gibt er denen so ein Kino-Feeling, dass sie sich freuen, Ressa. Die freuen sich über das Leid anderer Menschen, Ressa. Der Allah fehlt das sogar. Während die Jungfrauen heute schon am Zerreißen sind, gucken die noch. Genau. Gucken die noch? Also 70 Jahre. Und dann gucken die so an sich. Das kann nicht phrasen. Das kann sich gar nicht gelieben. Der ist gerade dabei, diese Hudeleinen da irgendwie so auseinanderzunehmen. Da macht er so 70 Jahre Dauer. Ihr wisst schon. Und dann macht er so ja, aber ich verstehe mich, wie man da immer noch so das S-E-X-O-L-E-G-Lüste haben kann, dass das funktioniert bei dem Muslim da unten, wenn er doch sieht, in der Hölle, wie die Leute leiden. Das gilt doch die sexuelle Reiz. Ja, bei denen ist das ein Anreiz, das ist ein Anspruch für die. Verstehst du? Bei mir, wenn du sowas gucken musst zwischendurch, dann funktioniert doch der Palme nicht. Ja, aber doch, Allah, der macht das ja, dass du sowohl als auch, du guckst, du freust dich an dieser Frau und freust dich auch am Leid anderer Menschen. Das ist wahrhaftig der Himmel. Das ist wahrhaftig Heaven. Heaven is the place of earth. Eine Segengeschichte. Aber Heaven is the place of earth. Das ist nicht zu fassen, ne? Ja, da ist alles dabei, ne? Also wie die Kinderüberraschung, ne? Freude, Spannung und Spiel. Alle drei Wünsche werden erfüllt gleichzeitig. Spannung, ja, genau. Freude, Spannung. Bruder, Ami, hast du gesehen, was Pia Fouke gesagt hat? Ich habe diesen Abschnitt gepostet. Der hat gesagt, Sahih al-Bukhali ist eine der authentischsten Überlieferungen überhaupt. Bei Bukhali ist ein sehr, 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 sehr Wissender. Und nicht er selbst hat sich Sahih gemacht, sondern die und die Schule hat alles kontrolliert und Sahih eingestuft. Und alles, was in Sahih al-Bukhali ist, ist so, also muss man annehmen, hat er gesagt. Und er hat das alles schön gesteckt. Weißt, was Pia Fouke gesagt hat? Das hat er gesagt. Der Mut ist der Motor. Ohne Motor gibt es keine Bewegung. Man muss den Lagen schieben. Der Mut, die Töckkikar, ist der Motor. Und ohne Motor gibt es keine Bewegung. Und ohne Bewegung gibt es kein Aufstehen. Und ohne Aufstehen gibt es keine Veränderung. Und ohne Veränderung bleiben wir so, wie unsere Lage jetzt ist. Und wer ist zufrieden mit dieser Lage? Welcher Muskel kann zufrieden sein mit dieser Lage? Der Schalter. Aber ich schalte das Video, muss ich mir sehen, damit ist das Video. Ein Bruder, der erzählt mir, ein Bruder, der erzählt mir, der macht Liesprojekte in einer Stadt in Deutschland. Und dann hat die Moschee bei ihm in die Ecke, wir haben Flyer verteilt für den Tag der Offenung. Dann hat er gesagt, ich will gerne ein paar Flyer mitnehmen, damit ich auch ein paar Leute einladen kann. Vielleicht kommen die in die Moschee zur Tag der Offenung. Da sagt er, von der Moschee zu ihm, ja, nein, lieber nicht. Wir wollen keine Probleme haben. Wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, dann soll man es zulassen, wie es ist. Der Mann bei ihm macht es dummer. Und bei denen kommen Freitags, das haben wir in Unterricht, da kommen vier Mann zum Unterricht. Das reicht jetzt, der passiert. Und er redet. Da kommt der Adi wieder aus dem Raus, das ist er. Wie ein Luiselow. Wie viel Prozent von deiner Stadt sind das? Null, die haben das Ausbrechen. 0,01 Prozent deiner Stadt erreicht und die jetzt gut. Und dann noch diese Mucke, diese gehirngewaschene Mucke im Hintergrund. Nee, 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 nee. Das ist ein bisschen wie die Ferrismaten, ehrlich. Nee, 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 nee. Oder Amit, ein Tauhid möchtest du hoch? Wer? Ein Tauhid, der will dich kaputt debattieren. Wer ist der Tauhid? Hier, der hat die Einladung angeblich geschickt. Der will den großen Schick. Du hast Mehmet eingeladen, wer ist das? Kamil. Tauhid, Tauhid steht hier. Tauhid, wo bist du? Du hast du gerade an mir herausgefahren. Wo bist du? Du musst oben ein bisschen in den Chat gehen, ein bisschen weiter oben, dann findest du ihn. Ach so. Bisschen weiter hoch in den Chat. So eine Anfrage stellen. Hat er nicht? Hat er nicht Anfrage gestellt? Ja, der sagt doch, nehm hoch. Ja, nehm hoch, aber der will nicht Anfrage stellen. Ja, das sind die Anfrage stellen. Der Versegen, ähm, Memmelkast. Hört man mich? Ja. Genau, ähm, Bruder Ami, auf jeden Fall, was ich mir mehr von dir wünschen würde, also ich bin selber Christin, ich bin Assyrerin, ich wüsste nicht, ob es, also bestimmt sagt es euch was, ähm, was ich mir mehr... Und weniger Scheitrinnen können reinkommen und reden, ja. Da hält er halt diese Worte auf. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ähm, genau, also mehr über Jesus, äh, anstatt, äh, über das Islam zu sprechen, einfach so, die Leute so mehr von Jesus aufklären und, ähm, Bibelstunden vielleicht irgendwie online machen oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber das wünsche ich mir auf jeden Fall. Er redet doch über den Herrn Jesus. Ich, ich rede... Ja, aber so mehr halt über das Islam und die Leute verstehen das nicht, die werden es nie verstehen. Ich hab dort mal auch gelebt, ähm, die werden es nie verstehen. Deswegen einfach mehr über... Aber er macht doch, äh... Sehr gut, der tut mir, der holt doch welche aus dem Islam raus und führt ihn zu dem Herrn Jesus. Ist das falsch? Das, das, das... Ja, aber... Das, das... Bei den Leuten, das wird eh nichts bringen. Solange es... Nein, 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 das weißt du ja auch gar nicht. Dass sie selber von sich wollen, wird das einfach... Also meiner Meinung nach jetzt, ne? Wird das einfach... Amir hat schon zehntausende Muslime rausgeholt. Klar, klar, aber... Ja, klar, klar. Viertausende sind so, ne? Ist egal halt. Nein, ich sag ja, ich bin ja selber Christin. Ich wünsche es mir natürlich auch... Da bist du von neuem geboren. Ja, genau. Ah, von neuem. Keine Religion? Ich bin Assyrerin, also... Ja, Syrerin, die Nation sagt... Assyrer und Aramea, das sind ja von... Also, das bringt trotzdem... Das ist eine Nationalität. Vor Gott haben wir keinen Ansehen der Person. Es ist dein Glaube. Ja, aber ich hab ja Bibel... Also, ich bin 26 und ich hab angefangen, mit 25, ähm, das Bibel zu lesen. Also, deswegen, also, genau, ja. Aber ich würde auch mehr so Aufklärung... Ich hab selber halt viele Fragen... Und, ähm, so... Amir weiß bestimmt mehr als ich. Deswegen, also, das würde halt mehr... Ja, wenn du Fragen hast, so Thema Bibel, Glauben, dann komm hoch und stell deine Fragen. Amir macht alles, ne? Ja. Der ist für alle Fälle... Der ist meine ich anstatt so, die Zeit zu verschwenden, die Zeit zu verschwenden, würde ich so machen. Ja, genau. Also, würde ich mir wünschen natürlich. Ja. Mimikai, gehörst du eine Religion an, oder gehörst du nur Jesus an? Nochmal bitte? Gehörst du eine Religion an, wie orthodox, oder...? Also, ähm, ich bin dir ehrlich, ähm, gar nichts davon. Also, ehrlich, also wirklich nicht. Ich geh halt noch in die Kirche, assyrische Kirche, aber, um ehrlich zu sein, versteh ich da nichts. Und, ähm, hab eher auch kein Interesse mehr, dahin zu gehen, weil es alles auf Assyrisch ist. Und das ist so eine alte Sprache, was ich selber nicht so, ja, verstehe. Ja, deswegen macht es auch für mich keinen Sinn mehr, in die Kirche zu gehen, wo ich nichts verstehe. Ähm, deswegen, also, ich mach's halt alles zu Hause. Ich versuch mir alles so selber beizubringen. Und das wünsche ich mir halt von Amir, dass er mehr über die Bibel spricht, Aufklärung, weil, ähm, viele Christen verstehen ja auch nichts, ne? Aber das macht doch an mir. Ja, aber so mehr so... Weißt du, wie ihr eigentlich über den Jesus redet? Ja, genau, aber ich war jetzt, ich war von Anfang an, äh, drin im Live. Und die ganze Zeit wurde einfach nur über das Islam gesprochen. Gott segne dich von deiner Familie. Danke, dass du da war. Gott segne dich. Gott segne. Also, ich wünsche mir, dass Amir jetzt einen Handstand macht. Das wird mein Fleisch, äh, dann, ne? Amir, 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 du kriegst die Leute einfach so raus, als wenn die so Wasserflaschen wären, ja. Amir, du bist immer noch in dieser Kamelurien-Religion. Hahaha. Amir, du hast ja immer noch nicht damit aufgehört, mit deinen ganzen... Ich kann doch nicht, du weißt doch. Ich bin sehr besorgt in deiner Seele. Hör doch auf, Mann. Du bist doch glücklich, oder nicht? Ich bin glücklich mit Jesus Christus, aber bin sehr, sehr unzufrieden, dass du noch im Islam drinne bist. Ja, aber Bruder, was hast du mit mir zu tun? Du bist doch glücklich mit deiner... Ich mache mir Sorgen um deine Seele. Ich will nicht, dass du in ein Bordell da oben landest. Hahaha. Was für ein Bordell? Was redest du da? Vielleicht liebt er das da so. Ich will doch nicht, dass du diese, äh, Swingerclub da oben gehst. Ich will, dass du zum wahren, äh, äh, Ort kommst, der Glückseligkeit. Nicht Swingerclub. Es gibt keine schlechte Religion. Es gibt nur schlechte Menschen. Ah, das heißt, wenn Mohammed Menschen zum Islam gezwungen hat, war er ein schlechter Mensch, ne? Er hat keinen zum Islam gezwungen. Zeig mir ein Hadith, wo der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Menschen zum Islam gezwungen hat. Ja. Sahin Muslim, Buch 1, Satis 33. Junge, du hast auch alles im Kopf, ne? Ich weiß nicht, was für eine Maschine du bist oder so. Ich weiß nicht. Du bist... Das ist eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine. Eine Nahmaschine. Hamad. Hamad, du siehst doch, dass der Islam, die Wurzel des Wortes Islam, kommt ja von Aslam, Taslam. Oder nicht? Boah, da fragst du mich was, ey. Ja, genau. Aslam, Taslam bedeutet, dass du entweder dich ergibst, du unterwerfst dich oder du kommst dran. Das bedeutet Islam in seiner Wurzel, der Wortbedeutung. Ja, wir sollen uns ja unterwerfen. Ja, aber mit Gewalt. Nee, warum mit Gewalt? Wenn ich mich unterwerfe, wenn ich mich Allah unterwerfe, dann knieh ich mich hin, ich bete und fertig. Kennst du das, wenn Polizei jemanden stellt, jemanden, der sich versteckt an so einem Terroristen in so einem Zimmer oder in so einem Raum, im Geschäft und dann kommt die Polizei und stellt dieses Geschäft und mit Waffe auf dieses Geschäft gezielt und sagt dann mit Megafon, ergeben sie sich sonst. Das ist Islam. Aslam. Ergeben, sich ergeben, aber mit Gewalt, mit Waffengewalt. In Islam gibt es keine Gewalt. In Islam gibt es keine Gewalt. Entweder du unterwirfst sich für Allah subhanahu wa ta'ala und betest, wie jeder Muslim zu beten hat oder du lässt es einfach sein. Und dann kannst du machen, was du willst, ne? Wenn du nicht willst, dann ist kein Problem. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Ja, okay, was ist, wenn ich nicht will? Ja, dann ist das so. Dann hast du La kumdine kum wa liyadim. W liyadim, ja. La kumdine kum wa liyadim. Und was heißt Sure 9? Dies ist eine Lossagung Allahs und seines Gesandten von diesen Götzendienern. Sure 9? Was ist denn Sure 9? Erzähl mal. Sure 9 hat alle friedlichen Suren aus dem Koran abrogiert. Ich kann auch jetzt Sachen aus der Bibel holen und ich kann auch das vorlesen. Ich kann auch Kreuzritter aufmachen. Was sind Kreuzritter? Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Geh wieder auf deinen Koran und es lenk nicht ab. Ich lenk doch nicht ab, Pavlos. Du lenkst jetzt ab. Warum ist das so in deinen Suchen? Nee, Pavlos, aber ich sage jetzt ein Wort, du fühlst dich direkt angegriffen. Was ist denn los mit dir? Ja gut, aber man muss das Verhalten der Kreuzritter anhand der Lehren Jesu Christi vergleichen, um zu gucken, ob diese Kreuzritter die Lehren Jesu befolgt haben oder haben sie es ihrem eigenen Fleisch gehandelt? Wenn der Herr Jesus zum Beispiel lehrt, ihr müsst eure Feinde lieben, ihr müsst eure Nächsten lieben wie euch selbst. Kannst du dann hingehen als Kreuzritter und sagen, ich komme von Jesus und der hat gesagt, ich soll euch bekämpfen? Geht das? Natürlich nicht. Siehst du? Aber im Falle des Islams, was Mohammed betrifft, weil er selber Leute mit Schwert bekämpft hat und wenn ein Moslem sagt, ich komme von Mohammed, dann passt sein Verhalten. Nein, nein, nicht so falsch. Der Prophet hat nur gesagt, bekämpft diejenigen, die euch bekämpfen. Nein. Er hat niemanden ohne Grund bekämpft. Nicht nur. Guck mal, der Amir ist ein Fuchs, der weiß das selber, aber der will es nicht aussprechen. Ich bin gekommen, die Menschheit zu bekämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah und ich bin der Prophet. Und wenn sie das tun, so ist ihr Blut vor mir sicher. Was sagst du dazu, Mohammed? Wie noch mal, ich war jetzt gerade abgelenkt. Der war abgelenkt mit irgendwelchen... In einem authentischen Hadith, ich bin beauftragt, die Menschheit so lange zu bekämpfen, bis alle sagen, la ilaha illallah und ich bin der Prophet von Allah. Und wenn sie das tun, so ist ihr Leben und ihr Blut vor mir sicher. Wenn nicht, dann ist ihr Blut halal. Und das hat wer gesagt? Mohammed. Wo kann man das denn lesen? Hast du Überweise? Hamid, kannst du den... Sahih Muslim Buch 1 Hadith 33. Ist das authentisch oder... Sahih Muslim. Das sind doch die authentischsten Quellen. Bukhari und Muslim sind die authentischsten. Was heißt denn Sahih, mein bester Hamid? Da steht doch Sahih Muslim. Es hat immer... Guck mal, dieser Sahih mag sein, der auch da drin steht, aber das muss man immer... Man muss immer wissen, warum das so ist. Es gibt immer ein Tafsih dazu. Das müsst ihr natürlich erst mal suchen. Wenn du die Auslegung dazu durchliest, zum Beispiel durch einen Imam, der eindeutig sagt, ja, diese Aussage Mohammeds hat er getätigt, als er genügend Männer hatte und Macht hatte, sein Islam mit der Gewalt durchzusetzen. Okay, okay. Und die Muslimen sind dazu befähigt worden, dass wenn sie auch genug Gewalt oder genug Männer haben, das auch in die Tat umzusetzen. Okay, okay. Das lassen wir jetzt erst mal so stehen. Ich will jetzt auch kein Thema wechseln. Ich gebe euch da... Ich gebe euch da erst mal im Nachhinein erst mal recht. Aber was ist denn mit... mit Pharaon? Der war ja auch Christ gewesen. Der hat ja auch den Musa verfolgt mit seiner Erfamilung. Was, Lavatir? Ich kann nicht mehr. Der Pharaon war Christ. So was habe ich noch nie gehört, Mann. Oh, bitte. Nein, 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 nein. Das war die wissenschaftlichste Ausnahme in den 21 Jahren. Das ist ein heftiger Patient. Pharaon hat das ganze... Der ganze Dorf hat er eingesammelt und hat gesagt, wir gehen jetzt los, wir töten den Muslimen, Musa, alessalam. Mohammed. Ja. Hör doch auf. Pharao war Christ. Okay, was war von... Was war... Was war eine... Weißt du, wann Pharao gelebt hat? Welche Zeit... Welches Jahrtausend... Und weißt du, wann der Herr Jesus kam? Zu welcher Zeit weiß ich nicht genau, aber er hat auch Musa, alessalam, verfolgt. Er wollte den auch töten. Ja, aber das hat ja mit dem Herrn Jesus nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Zeit. Wie kann Pharao Christ sein, wenn der Herr Jesus 2000 Jahre später gekommen ist? 3000 Jahre davor. Ja, genau. Der verwechselt das eventuell mit Book of Ra, ne? Mit Ramses oder sowas. Er spielt immer Leiter. Er spielt immer diese Cowboyen, diese Book of Ra. Das kommt davon, Hamad, wenn du die ganze Zeit in der Spiele abhängst. Weil du hast ja die ganze Zeit mit diesen Pharao-Pöpfen und sowas. Bist du ja die ganze Zeit beschäftigt. Verstehst du? Und du weißt, dass ich die wahre sage. Du spielst sehr oft. Ne, ich spiele nicht. Du spielst. Hör auf zu lügen. Ich schwöre auf alles. Ich spiele keine Glücksspiele. Du lügst. Du hast gespielt und spielst immer ab und zu noch. Ich schwöre bei Gott, nein. Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt. Kennst du den Hadith, Hamad? Welchen? Da kommen so zwei Muslime zu Mohammed und der eine sagt dann, ey, Mohammed, mein Bruder hat voll die Bauchschmerzen. Da sagt er, Mohammed, gib ihm Honig zu trinken. Und er hat ihm Honig gegeben zu trinken. Dann sagt er, der Bauch meines Bruders ist noch schlimmer geworden. Dann sagt er, gib ihm noch mehr Honig zu trinken. Er hat ihm noch mehr Honig zu trinken gegeben. Dann sagt er, es wurde nur noch schlimmer. Und dann sagt er, Mohammed, der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt, gib ihm mehr Honig zu trinken. Und dann hat er ihm so sechs Liter Honig gegeben. Dann hat er gesagt, ja, okay, jetzt ist er geheilt. Er wollte nicht mehr Honig trinken. Damit will ich dir sagen, dass der Mohammed, die Schriften beschreiben ihn als einen ganz, ganz falschen Propheten. Ganz falschen Propheten. Weil wäre er ein Prophet Gottes, hätte es schon beim ersten Mal geklappt. Er hätte ihm gesagt, gib ihm 6,3458 so Liter und dann wird er gesund. Verstehst du? Wenn ein Prophet Gottes redet. Möge Allah euch recht leiten, Ali. Möge Allah dich links leiten. Da ist das, siehst du? Unglaublich. Das ist diese Programmierung. Die sind programmiert. Die können nicht ganz neutral denken. Das ist eine Programmierung. Einer schreibt, du hast falsche Quellen, Armee. Ja, klar. Ja, ich habe falsche Quale. Ja. Ich habe falsche Quellen-Katalog, habe ich es genau. Aber nicht falsche, äh, hier, Golle. Ach, hier, Bruder, mir weiß, was er muss mir gerade gesagt hat, was er ist gerade vor einer Stunde. Er hat gesagt, ja, wir haben keinen freien Willen. Da habe ich ihn gefragt, ja, wer sündigt dann? Na, wenn du keinen freien Willen hast, dann sagt er so, Allah lässt einfach nur zu. Da habe ich gesagt, denk doch jetzt, wer sündigt denn jetzt? Ja, und dann sieht er, Allah sündigt. Wenn man keinen freien Willen hat, wer sündigt dann, wenn du sündigst. Allah, weil der dich zwingt, sie es so tun. Da steht ja in Sayyad Bukhari 6614. Ja, richtig. 6614. Warum sind wir denn unfair? Möchtest du selber mal hochkommen? Eine Allgemeinbildungsfrage. Welches Tier ist das giftigste Tier auf der Erde? Äh, die schwarze Mamba. Hallo. Nein. Es ist die Seewespe. Ihr seid unfair, weil ihr böse über meine Religion sprecht und lacht und euch lustig macht. Ja, aber meinst du, das ist nicht witzig, wenn zum Beispiel dein Prophet zu diesen Leuten sagt, gib ihm Honig zu trinken und der eine ihm dann auf einmal sagt, ja, das wurde doch noch schlimmer, Rasulallah. Und er sagt, gib ihm mehr Honig zu trinken und der Typ fast am sterben ist, weil er zu viel Honig trinkt und dann am Ende sagt, der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt. Was soll das? Ja, man kann ja auch Schäler machen. Ich glaube, du gehst zum Arzt und du willst Medizin und er gibt dir Medizin und es wird schlimmer und du gehst wieder zu ihm und sagst, es ist schlimmer geworden. Er sagt, ja, okay, noch mehr nehmen von der falschen Medizin, was ich dir gegeben habe. Nimm noch mehr. Und du nimmst noch mehr und dann bist du fast am sterben und dann gehst du zu ihm und sagst, ey, willst du mich töten? Was tust du dafür, wenn du mir eine Medizin gegeben? Und er so, geh, dein Bauch lügt. Ich habe die richtige Medizin gegeben. Das ist unfassbar. Ja, also medizinisch kann ich dazu nichts sagen. Ja, und das ist diese Geschichte in diesem Hadith, was Amir erklärt hat. Ja, ich bin jetzt auch noch nicht so koranfest. Ich bin erst konvertiert vor ein paar Tagen. Nein. Was hast du da getan? Ich bitte dich von Herzen. Was hast du da getan? Was warst du davor? Davor war ich gar nichts. Atheistin. Atheistin. Und bist du wegen einem Mann zum Islam konvertiert? Nein, nein. Ich habe geträumt von Allah. Hast du Schemann gesehen, oder? Ich habe geträumt von ihm. Nächsten Tag ging es mir irgendwie besser. Dann habe ich angefangen, den Koran zu lesen und seit ein paar Tagen bin ich konvertiert. Was hast du geträumt? Dass ich zum Islam konvertiere. Weißt du eigentlich, dass der Gott des Islam sagt, dass ihr Frauen bei Widerspenstigkeit so wie viel zu reinigt hat? Also ich habe ja keinen Mann. Ich hoffe ja, dass ich bald einen netten muslimischen Mann finde. Ach du willst du? Weißt du, dass dein Mann noch weitere drei Frauen heiraten kann? Also du einer von vier bist, wenn er will. Und das ist sein Recht im Islam. Findest du das gut? Also so weit habe ich noch gar nicht gelesen. Siehst du, du hast dich einfach wegen einem Traum für etwas entschieden. Wie kann man sowas machen? Es fühlte sich richtig an. Es fühlt sich vieles richtig an und trotzdem ist vieles falsch. Was glaubst du, warum die Leute narkotische Mittel zu sich nehmen? Weil sie sich dann gut fühlen, wenn sie es tun. Betäubungsmittel. Ach so. Aber ist das gut? Aber ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Ja, siehst du. Nur nicht, weil etwas sich gut anfühlt. Pizza fühlt sich sehr gut an. Aber wenn du Pizza isst, wärst du erstmal ungesund und zweit ist dick ungesund. Aber es fühlt sich gut an. Es ist lecker. Es ist wundervoll. Also heißt das, wenn man von kleinen Kindern träumt, darf man dann kleine Kinder nehmen? Nein, nein. Liebe, was ich dir damit sagen will oder meinem Bruder dir damit sagen will, ist, dass ein Traum auch sehr trügerisch sein kann. Wir dürfen uns anhand von Träumen oder Gefühlen oder Emotionen nicht leiden lassen. Wir müssen also selber auf die Suche gehen und nachschlagen, was die Schriften sagen. Wir müssen einmal selber aufschlagen. Und wenn der Gott ist, so wie mein Bruder dir gerade hier erklärt hat, Teresa, der erklärt hat, dass der Mann das Recht über dich hat, selbst wenn Eite aus der Nase rauskommt oder Blut kommt, dass du das abschlecken musst. Damit hast du das Recht des Mannes noch nicht erfüllt. Aha. Nee, so weiter habe ich noch nicht gelesen. Hast du dein Koran da jetzt bei dir? Nein, ich kriege den immer dann, wenn ich in die Moschee zur Bibelstunde habe. Ich habe noch keinen Koran bekommen. Moschee zur Bibelstunde, nein, ist doch kein Problem. Also, war eine Moschee in der Bibelstunde? Wie bitte? Ach, Quatsch, Koranstunde, also Koranschule. Ja. Weißt du, dass du als Frau in der Ehe geschlagen werden darfst von deinem Ehemann, der hat das Recht, dich zu schlagen? Ja, davon habe ich schon gehört, ja, mit diesem Zweig. Ja, mit diesem Bambusschweig. Da wird gar nichts von einem Zweig erwähnt. Das heißt, wenn die Frau widerspenstig ist, Widerspenstigkeit aufzeigt und der Mann befürchtet, dass sie widerspenstig ist, dann darf er sie und das sehen wir auch anhand des Beispiels, wie zum Beispiel die Sahaba Hafsa und Aisha weggeboxt haben. Die lagen regungslos auf dem Boden. Guck dir das mal bitte an. Das musst du deinem Imam mal zeigen, weil dieser Imam dir das nicht zeigt. Guck dir das mal bitte an. Hier, der Mohammed selber hat seine Kindsfrau, du weißt, er hat ein sechsjähriges Kind geheiratet und mit neun Jahren auseinandergenommen, meine Liebe. Kannst du das akzeptieren? Ähm, also aus heutiger Sicht nicht, nein, aber damals war das halt alles anders. Das war nicht alles anders. Da sind ja die Menschen auch irgendwie nicht über 30 Jahre alt geworden oder so. Wie kann das sein, dass Mohammed 54 war, wenn die Menschen nicht über 30 wurden und warum ist seine erste Frau über 40 gewesen, lieber Hippi? Das ist alles Propaganda, das ist alles Lüge, worauf du hineingefallen bist. Meinst du, ich bin darauf reingefallen? Ja, natürlich. Wenn es sich gut anfühlt. Schon wieder mit denen sich gut anfühlt. Ich habe dir doch erklärt, dass nicht alles, was sich gut anfühlt, gut ist für dich. Pädophile fühlen sich doch auch gut, was die machen. Ist Pädophil gut? Aus heutiger Sicht nicht, aber damals war das wahrscheinlich richtig, die jungen Mädels zu heiraten. Sechs Jahre altes, kleines Kind, das ist so kein junges Mädel, das ist sechs, weißt du, was ein sechsjähriges Kind bedeutet und wenn ein 54-Jähriger ein sechsjähriges Kind gut findet für die Ehe? Wir reden hier nicht über eine 16-Jährige, wir reden über ein sechsjähriges kleinstes Kind. Sogar Babys. Ja, das weiß ich. Guck mal hier, meine Liebe, guck mal, guck mal hier, der Mohammed selber hat seine Kindsfrau Aisha auf die Brust geschlagen, dass er sehr viel Schmerzen bereitet hat. Du kannst dir mal vielleicht einige Sachen aufschreiben, damit du das selber mal nachliest. Ja, ich habe meinen Zettel hier. Schreibt dir auf Sahih Muslim, Buch 4, Hadith 2, 1, 2, 7. Warte, wie heißt Sahih? Sahih Muslim, das ist das, an was du glauben musst, weil du bist ja zum Islam, zum sunnitischen Islam, natürlich Gott. Sahih Muslim, das ist das authentischste Werk nach dem Koran. Da hast du den Sahih Muslim, Buch 4, Hadith 2, 1, 2, 7. Buch 4, Hadith. 2, 1, 2, 7. 2, 1, 2, 7. Genau. Und der Mohammed selber hat das Schlagen der Frauen stillschweigend hingenommen. Das findest du zum Beispiel in Sahih Bukhari. Und der Mohammed hat auch erlaubt, seine Frauen zu, ohne infrage gestellt zu werden. Ein Mann sollte nicht infrage gestellt werden, warum er seine Frau, das findest du in Sunan ibn Maja. Och Gott. Ich glaube, ich muss noch viel lernen. Sunan. Sunan. Eben Maja. Eben Maja. Mit J. Mit J. Maja. Maja. 1986. 1986. Ist das ein Jahr? Nein, das ist Hadith Nummer. Ein Hadith Nummer. Okay. Und dann hast du auch noch, dass der Abu Bakr seine Tochter Aisha so dermaßen drangsaliert hat mit Gewalt, dass sie regungslos auf dem Boden lag. Ich meine, hat er den Koran falsch verstanden oder die Aussagen Mohammeds, als der Mohammed gesagt hat, eventuell mit so einem Miswak oder was auch immer? Nein. Das sind treue Muslime gewesen, die Mohammeds Nachfolger waren und Gefolgsleute und die genau verstanden haben, was sie erlaubt ist und was nicht. Und dann siehst du auf einmal, dass der Abu Bakr, der dem Vater von Aisha, dieser Kindsfrau, sie so dermaßen geklatscht hat, dass sie regungslos auf dem Boden lag. Und das findest du in Sahih Muslim. Ah, da oben, ja. Das habe ich jetzt. Ja. Sahih Muslim, Buch 9. Buch 9. Adis 3, 5, 0, 6. 3, 5, 0, 6. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe erst angefangen. Ich muss wirklich noch viel lernen. Aber ich habe halt die Schahade schon ausgesprochen. Das ist kein Problem. Du kannst immer noch wieder zurück. Du kannst wieder zurück, raus aus dem Islam und zum Herrn Jesus kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Ach so, weißt du, was passiert im Islam, wenn du jetzt den Islam verlassen solltest? Was da passiert? Ja, was steht da für eine Strafe da drauf, wenn du als Muslim den Islam verlässt? Also, soweit ich weiß, kann man, also hat man drei Möglichkeiten, nee, zwei Möglichkeiten, nee, wie denn nun? Also, auf jeden Fall zum Schluss ist der Tod. Genau, Todesstrafe. Findest du so eine Religion gut? Na, es gibt doch in jeder Religion oder eigentlich auch in jeder Gesellschaftsschicht gibt es doch Gewalt, Missbrauch, Todesstrafen. Ja, aber das ist doch keine Legitimation, eine Religion anzunehmen, die auch solche schlimmen Sachen legitimiert. Was ist das für ein Argument, was du da sagst, Haypi? Also, es ist so, dass... Das ist so, als wenn wir, sagen wir mal, sagen wir mal, jemand hat jetzt eine Frau misshandelt und dann fragt man ihn vor Gericht, ja, warum hast du das getan? Ja, das gibt es überall auf der Welt, dann darf ich das auch. Ist das eine Ausrede, dass das überall auf der Welt solche Schrott gibt, dass man das auch selber tun darf? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich habe keine Kinder und ich habe noch keinen Mann. Du hast doch einen Verstand. Nein, also Mord und Gewalt an Menschen ist natürlich nicht richtig. Ja, siehst du, du hast aber eine Religion gewählt. Erstmal, du kennst diese Religion gar nicht. Du hast dich blind einfach dafür entschieden, ohne es zu kennen. Und zweitens, wenn du jetzt aus dieser Religion wieder aussteigen willst, weil du erkannt hast, dass diese Religion doch nichts ist für dich, auf einmal gibt es Todesstrafe. Wie so eine Mafia. Wenn du die Sekte verlässt, dass man dich dann so um die Ecke bringt. Heftig, ne? Also bis jetzt habe ich nur Frieden erfahren. Ja, weil du hier in Deutschland lebst, weil der Islam hier nicht herrscht, aber in einem islamischen Staat, wo die Gesetze Allahs herrschen, dann gilt diese Strafe, dass wenn du zum Beispiel jetzt den Islam verlässt, dass du hingerichtet werden sollst. Was ist das für eine Religion? Ja, ich hoffe, dass das mir nicht passiert hier, wenn es wirklich so sein sollte, dass ich das rückgängig mache. Aber bis jetzt geht es mir gut damit. Ja, weil du diese Religion nicht kennst. Deswegen geht es dir gut. Du hast gar keine Ahnung. Also ich bin ehrlich, ich habe nach irgendeinem Halt gesucht, nachdem ich einen geliebten Menschen letztes Jahr verloren habe. Ja, warum hast du denn nicht Gott gefragt? Neutral, Gott, wer bist du? Warum hast du dich einfach blind? Einfach für Religion entschieden? Einfach blind? Einfach rein in so einen Topf? Aufgrund eines Traumes. Aufgrund eines Traumes. Ja, es war wirklich aufgrund eines Traumes. Das ist richtig. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich mich dem Islam oder dem Koran gewidmet. Und dann habe ich einfach, ja... Weißt du, dass der Allah jeden Menschen, der nicht Muslim ist, als weniger wert, als Tiere bezeichnet? Ja, das habe ich gewusst, ja. Aber das war vor 1400 Jahren, wo er das gesagt hat. Das ist doch egal, wann er das gesagt hat, wann jemand was Schlimmes sagt. Das ist so, als wenn ich sage, kennst du nationalsozialistische Ideologie und du sagst, ja, es war vor 60 Jahren. Ja, wie, das ist schlimm. Egal, ob vor 60 Jahren oder nicht. Vor 60 Jahren. Etwas Schlimmes bleibt schlimm. Egal, vor wie vielen Jahren. Happy. Das ist so, als wenn ich mit dir rede über die Verbrechen von nationalsozialisten und dann sagst du, ja, das war vor 70 Jahren. Das ist... Na, ich bin etwas sprachlos. Ich dachte jetzt nicht, dass ihr so auf mich einredet. Ja, wir wollen dir doch nur ein wenig helfen, dass du siehst, zu was der Islam fähig ist, zu was der Islam aufruft und was der Islam in Wahrheit ist. Das ist nichts für eine Frau. Das ist nichts für eine Frau? Nee, das ist eine Religion von einem Mann für einen Mann. Was meinst du, warum der Mann sich so pudelwohl fühlt im Islam? Er darf bis zu vier Frauen heiraten, er kann SEX-Sklavinnen haben, er ist der Herrscher über dich, er kann zu dir kommen und dich als Bundeswehrmatratze sehen in Suche 2223, er darf dich nach Suche 434 dann auch dementsprechend dran geben. Also der Mann sollte schon Mann bleiben. Also der sollte schon seine Männlichkeit bewahren. In der man einen Stock nimmt und dich dann bearbeitet. Das findest du männlich. Das ist männlich. Also ich kann nur von mir reden, falls ich mal einen Moslem, einen Mann finde, dass der halt lieb ist. Aber was machst du denn, wenn er seine Religion praktiziert und dann auf einmal du zu ihm sagst, warum tust du das? Und er sagt, ja mein Gott befiehlt mir das. Hast du den Koran nicht gelesen? Na, ich würde ihm einfach gehorchen. Also wenn er dir so einen Ellbogen gibt, sagst du, okay, ich gehorche dir. Dann muss ich wohl irgendwas falsch gemacht haben. Du bist so fertig. Ja, dann ist sie nicht mehr zu helfen. Das heißt also, du nimmst... Eine Frage, bist du geistig zurückgegeben? Jetzt eine ernst gemeinte Frage, aber jetzt. Bist du vielleicht geistig zurück? Hast du da eben was? Das kann ja sein. Was meinst du jetzt damit? Ja, ob du vielleicht eine Behinderung hast. Das meine ich jetzt nicht als bleib. Ich meine das wirklich auf Ernst. Hast du vielleicht eine geistige Einschränkung? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nehmen wir mal an, im Nationalsozialismus, ja mein lieber Happy, er kommt ein Nazi und drangsaliert dich. Und dann sagst du, ja, bestimmt habe ich was Falsches gemacht. Also gibst du dir die Schuld, dass die Nazis mit ihrer Art und Weise richtig sind? Nein, die waren natürlich nicht richtig. Ja, also du kannst du nicht die Schuld dir geben, wenn jemand sich daneben nimmt, nur weil das eine Religion ist. Ich habe doch aber mit Nazi und dem Ganzen nichts zu tun. Es geht ja um meine Zukunft. Doch, du hast was damit zu tun. Auch der Islam hat sich damit mit den Nazis zusammengearbeitet. Ist das so? Wie gesagt, da ist der Islam eine schöne Religion, eine gute Religion ist. Ja, der Heinrich Himmler zum Beispiel sagt über den Islam, der Islam kommt unserer Weltanschauung sehr nahe. Also das sagt der höchste Führer des DNS. Weißt du, was das bedeutet? Also ich habe im Fernsehen schon viele Dokus gesehen über den Zweiten Weltkrieg, weil mich das Thema beschäftigt. Aber da habe ich noch nie was von Moslems gehört. Da kannst du reinschreiben in Google. Was hat Hitler mit dem Islam zu tun? Findest du sofort. Oder Hitler trifft sich mit diesem Palästina-Präsidenten. Al-Husseini. Es gab sogar eine muslimische Division innerhalb der SS, lieber Happy. Die Muslime haben mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet. Weil die denselben Feind haben, nämlich die Juden. Du siehst, wir sind noch am Anfang. Wir haben gerade nur ein Prozent erklärt, was Schlimmes ist im Islam. Stell dir mal vor, wir würden noch weitermachen. Das war gerade nur ein Prozent von den schlimmen Sachen von Islam, was wir dir gerade gezeigt haben. Stell dir mal vor, wir würden noch die restlichen 99 Prozent zeigen, was der Islam schlecht ist. Aber dann gehst du laufen. Also ich erzähle euch mal kurz. Ich wohne in keiner großen Stadt oder so. Ich habe nicht mehr viel Familie. Ich habe auch keine sozialen Kontakte. Und ich musste auch sehr weit fahren. in die nächstgrößere Stadt. Zu einer Moschee, um mich also umzukonvertieren. Was könnt ihr euch, was denkt ihr denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mich doch nochmal anders entscheide? Du sollst das so schon wirklich tun. Du sollst nie wieder dahin gehen. Du sollst am besten nochmal Buße tun. Geh auf die Knie und nimm den wahren Gott und das ewige Leben Jesus Christus an. Und rette deine kostbare Seele. Du hast in Jesus Christus das beste Vorbild. Dein Herr und Heiland. Und die Rettung für deine Seele. Ihr weißt ja, dass der Mohammed gesagt hat, die meisten Höllenbewohner sind die Frauen, dass ihr an Intelligenz, dass ihr Mangel an Intelligenz habt. Und im Christentum ist die Frau anders gestellt? Natürlich ist es gleichgestellt wie der Mann. Und da wird keine Gewalt reingestellt? Nein. In Epheser, Kapitel 5, Vers 25 sagt das Wort Gottes, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Jesus Christus seine Brautgemeinde geliebt hat und sich selbst für sie geopfert hat. Amen. Also wir Männer im Christentum, der Herr Jesus verlangt von uns Männern, dass wir unser Leben hingehen für unsere Frauen aus Liebe. Also ich will kurz eine Antwort. Ich bin 19 Jahre alt. Du bist 19 erst. Ich dachte, du bist etwas mit 40 oder so. Ja, du wirkst sehr reif. Nein, ich bin erst 19. Heftig. Ja, du musst, pass auf, nicht mehr in die Moschee gehen, komm hierhin, immer hier in TikTok live und hör zu, was der Amir dir alles erzählt über den Islam. Der klärt dich auf und dann kommst du dann wieder raus und dann kommst du zum Herrn Jesus Christus. Du hast dich für etwas entschieden, was du nicht kennst, was gefährlich ist. Aber dann wäre es diesmal vielleicht besser, wenn ich erst mal die Bibel lese. Ja, du kannst es parallel tun, kein Problem. Du kannst parallel die Bibel lesen, komm hierhin, wenn der Amir hier live geht, jeden Tag. Ja, ich folge ihm, ja. Ja, genau. Und erklärt über den Islam auf. Er zeigt alles, was im Koran steht. Er zeigt alles, was Mohammed getan hat. in seinem Leben. Und dann weißt du, was das für eine Religion ist. Ja, ich würde dann vergleichen und wenn Fragen sind, würde ich gerne den Amir fragen. Genau, komm, genau. Komm immer hierhin und frag den Amir oder was weiß ich uns. Ist ja egal, ob jetzt wen du dich fragst. Ja. Aber halt dich noch zurück, Api, halt dich noch zurück, was den Islam betrifft. Also erstmal soll ich nicht mehr in die Moschee gehen. Nein, nein. Bleib erstmal zurück und lerne erstmal über den Islam. Ja, und was sage ich, mein Bibelkreis. Ich habe auch angefangen, die arabische Sprache zu lernen. Du musst erstmal alles auf Eis legen, bis du diese Religion kennst. Weil es kann sein, dass du dich so verführen, dir Honig um den Mund schmierst und dann dich verführen und dann bist du voll drin. Ja, und dann wird es schwieriger, dann dich daraus zu holen, wenn du einmal tief drin bist. Nein, die meinte, die hat sich versprochen mit Bibelkreis. Die meinte, die Koranlesung. Koranschule meinte ich, Koranschule, ja. Das ist alles noch so neu für mich. Ich bin total ungläubig aufgewachsen. Also wir... Ja, aber es ist kein Zufall, dass du hier bei uns drin bist, dass wir dir nochmal das sagen konnten, meine Liege. Du bist erst 19 Jahre alt. Du kannst doch nicht aufgrund eines Traumes dich dann für die heftigste Religion, die absolut bösartig für eine Frau ist, entscheiden. Aber das war so real. Das spielt doch keine Rolle. Ja, es gibt doch einen Satan, lieber Happy, der auch in deinen Traum dich verführen kann und dich zu einer schlechten Sache schicken kann. Oder an mir kannst du 2. Korinther 11, Vers 14 bitte vorlesen. 2. Korinther 11, Vers 14. 2. Korinther 11, Vers 14. Hör genau zu, Happy, was da jetzt drin steht. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Lieber Happy, weißt du, dass Mohammed als vom Herrn Jesus Christus erwähnt wird, und zwar in Matthäus 7, er sagt von Mohammed, dass er der falsche Prophet ist, der in Schafsklein zu uns kommt, inwendig aber ein reißender Wolf ist. Der Mohammed hat zum Beispiel gesagt, dass eine Frau einen erwachsenen Mann stillen kann. Weißt du, was das heißt? Das nennt sich im Arabischen der Begriff Rida al-Kabir. Merkt ihr das mal bitte? Oder vielleicht, dass du das mal aufschreibst. Rida al-Kabir, das ist die Stillung eines Erwachsenen. Der Mohammed hat einer erwachsenen Frau befohlen, die Jumbies rauszuholen und einen erwachsenen Mann in den Mund zu stecken. Ach Gott, das ist ja ekelhaft. Siehst du, dass man die Tizze nicht einfach so irgendwelche Männer geben sollen? So eine eigene Frau. Happy, das heißt, wenn du verheiratet bist mit einem Muslim, der hat das Recht, dich dazu aufzufordern, deine Brüste einem fremden Mann zu geben, damit er in euer Haus reinkommen kann. Also deine Brüste, obwohl du verheiratet bist. Aber das würde ich doch nie machen. Ja, aber das musst du machen. Das musst du nie machen. Siehst du, was das für eine Religion ist? Du hast dich für etwas entschieden, was du gar nicht kennst. Dass ich den Koran vorher noch nicht gelesen hatte, das stimmt, ja. Ja. Deswegen sage ich, leg alles erst mal auf ein. Und was soll ich meinem Iman sagen? Gar nichts. Du musst du sagen, ich muss mich erst mal mit dieser Regierung beschäftigen? Gar nichts. Du bist dem ja noch nicht schuldig. Du bist dem doch nicht schuldig. Was bist du denn schuldig? Es geht um deine eigene Seele. Na, wir haben ja so feste Stunden, feste Termine für die Bibeltreibung. In den Koran. Einfach nicht mehr hingehen, nicht mehr hingehen, bis du genug Wissen über den Islam angeeignet hast. Hier bei Amir, wenn du hier hinkommst, immer jeden Tag, wenn der Amir live geht, und dann lernst du, was der wahre Islam wirklich ist. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden. Aber glaub es mir, bist du noch ein, zwei Wochen näher und der Amir erklärt dir alles aus dem Islam, dann gehst du nicht mehr dahin. Vertrau mir. Das war's. Happy, hat der Imam deine Telefonnummer? Ja. Ja, blockier die. Ja. Mach das am besten jetzt. Blockier die wirklich. Oh weia, das traue ich mich gar nicht. Warum? Hast du Angst vor dem, oder was? Mach ich, frage ich anders. Würdest du lieber deine Sitze geben an einen anderen Mann, wenn du verheiratet bist, oder würdest du lieber den Imam blockieren? Natürlich nicht. Ja, siehst du, dann blockier. Ist das Moral, die der Islam an den Tag legt? Erwachsenen still? Nee, das ist natürlich nicht richtig. Welcher Muslim auf der Welt macht denn sowas, dass Mohammed das angeordnet hat? Die Muslime haben mehr Moral und Ethik als ihr eigenes Vorbild. Das muss es immer geben. 99,9999% der Muslime weltweit würden niemals ihre Frauen haben, das da reinzustecken. Aber, aber jetzt war... Ich stecke jetzt noch Frauen in Burkas rein, in Niqabs rein und dann sagt der Mohammed, die müssen die hier, wenn die bei euch reinkommen, hier, machen wir, äh, Nuckel. Also wenn ich rausgehe, trage ich jetzt auch schon einen Kopf hoch. Ja, du musst die Kraft rein, noch heftig. Ja, weißt du, was der Herr Jesus Christus sagt durch den Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 11? Vers 14? Ich lese dir das mal vor, was deine Haare sind. Hier. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedingt zu Gott betet oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist dir anstelle eines Schleiers gegeben. Amen. Also meine Haare sind bis zum Hintern fast. Ja. Das ist schön. Und wenn ich rausgehe, bedecke ich die. Aber der Herr sagt, dass deine Schleier deine Haare sind. Wenn du zu Gott betest, wenn du ins Gebet gehst, Weissagung oder in der Gemeinde bist, so ziehst du etwas über deinen Haupt. Ansonsten? Aber ansonsten ist deine Haare sehr als Schleier gegeben. Herr P, weißt du, wo du im Am, wo du wohnst? Ja, ich, ich, ja, ja, das wissen die. So ein paar Daten musste ich denen angeben. Ja, Bruder, Bruder Reza, jetzt mal auf Ernst, ne? Ja. Wie kann sie hier Schutz suchen? Also die, die nächstgrößere Stadt ist 50 Kilometer von hier weg. Du hörst mich so an, du hörst dich so an, als würdest du aus Berlin in der Nähe kommen. Nee, 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 nee. Ja, ich sage gerade, sag nicht, woher du kommst. Sag nicht. Lieber Happy, hör mir bitte zu. Leg alles erst mal aufs Eis, bis du dir mehr Wissen über den Islam angeeignet hast. Und da kannst du dich immer noch entscheiden, ob du den Islam weiter praktizieren willst oder nicht. Aber erst musst du dir Wissen aneignen. Komm hier hin zum Amir jeden Tag und lerne, was der über den Islam aufzeigt und dann kannst du dann später immer noch zum Islam gehen. Aber du musst erst mal wissen, womit du es zu tun hast. Jetzt weißt du es gar nicht. Du kannst also verführt werden, du kannst verarscht werden, wenn du keine Ahnung hast von etwas. Verstehst du? Happy, was ich dir sagen kann. Jetzt habt ihr mich total verunsichert. Wir haben dich nicht verunsichert, wir haben dir noch mal ins Gewissen reingeredet, dass das, was du gerade getan hast, diese Entscheidung eher, als tut mir leid, dass ich das sagen muss, eine dumme Entscheidung war von dir. Wir treffen in unserem Leben sehr viele dumme Entscheidungen und wenn ein Mensch sich für den Islam entscheidet, das muss mit die dümmste Entscheidung seines Lebens sein. Deswegen, ich habe einen Kanal auf YouTube, der heißt Ex-Muslimi klären auf dir. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Habe ich auch abonniert. Sehr gut. Du siehst also, dass du dich auch von meinem Kanal schlau machen kannst. Du siehst, dass ich alle Quellen angebe, sodass jeder selber nachschlagen kann und nachprüfen kann, was ich da sage. Ja, aber genauso bin ich ja auch in islamischen Chats unterwegs und da sagen die halt auch viele Sachen. Also das ist... Die werden dich gehirnwachen, die werden dich anlügen. Weil Lügen erlaubt ist in Islam, das nennt sich Takiya. Die mühden alles tun, damit du den Islam bleibst, also dass du da bleibst, wo du bist. Hauptsache du bist Muslima, mehr nicht. Die lügen dich an, die müssen lügen, wenn du den Islam verlassen möchtest. Happy, ich sage sie, wie ist das blockiert den? Wenn der zu nahe kommt, drohen mit der Polizei. Die Polizei wird dir sowieso helfen, du kannst eins als nur sofort wählen. Na, wenn die dich besuchen, mach nicht die Tür auf, bloß nicht. Weil, wenn du den Islam verlässt, du hast keine Ahnung, was sie mit dir machen wollen, du weißt ja gar nicht, was der Muslima da noch sind. Wenn die wirklich nach der Sunna gehen möchten. Ich bin verstoßt. Weißt du, was das Krasse noch ist, meine Liebe? Nicht, dass sie auf einmal, wenn du dich damit total beschäftigst, in eine Moschee reingehst, die mit dir Gehirnwäsche praktizieren, und du auf einmal nach Syrien geschickt wirst, als eine, du weißt schon was, Dschihadin-Nika nennt sich sowas. So wie sie sich anfühlt, ich glaube, die ist prädestiniert, weil die so total jetzt anfällig ist. die ist anfällig. Und ich darf nicht nur sagen, was heißt das, Buddha Amir? Dschihadin-Nika bedeutet, dass du dorthin geschickt wirst, damit du so mit Mujahedin dann SX machst. Damit die sich gut fühlen, damit die schön kämpfen können, indem die Happy halt so wie so ein Stück Fleisch, denen zur Befriedigung steht, die ergürzen, also die befriedigen sich dann an der Happy und dann haben die Kraft dann zu kämpfen. Die ist so wie so eine Art Matratze. Aber ich kann doch aber Nein sagen, das will ich doch gar nicht. Da gibt es kein Nein. Wenn du auch Sitzen abgeben musst, kannst du auch das machen. Also das ist Islam, da gibt es kein Nein. Sonst kriegst du Sura 434, Ellbogen. Ich bin total durcheinander. Du kriegst Schläge, wenn du Nein sagst. Sura 434, amal sie mal sie im E-Betz, schlag sie. Okay, geht an sich, an die feierarteten Frauen, aber die würden das auch bei dir letztendlich machen, weil du allergehorsam sein sollst. Happy, hör auf das, was mein Bruder hier zu dir gesagt hat, der Bruder Reza. Setz dich erstmal neutral hin. Setz dich mit diesen ganzen, du hast ja sogar noch meinen YouTube-Kanal abonniert, Ex-Muslimen-Klern-Auf-TV. Hast du dich nicht gewundert, was ich dort alles zeige? Ja, und ich habe viel gelernt, ist das richtig? Also schon einiges gelernt, aber genau das gleiche habe ich eben auch in muslimischen... War das nicht für dich als Frau verstörend, sowas zu sehen, wenn du als Frau dich dann für diese Religion entscheidest? Bei einem Mann würde ich das eventuell noch verstehen, weil der hat ja Vorteile davon. Was hat denn eine Frau für Vorteile, wenn sie in den Islam konvertiert? Was? Sie hat ihre Rechte abgegeben, sie wird eine von vier Frauen, bei Widerschränzigkeit wird sie Dings, die darf das Haus ohne die Erlaubnis des Mannes nicht verlassen. Was ist denn, was ist denn so schönes am Islam für eine Frau? Gar nichts. Sie hat eine verwestlichte Version des Islams hier in Deutschland bekommen. Eine Gehirnwäsche. Unter der Scharia wirst du dann sehen, was dann abgeht, wenn eine Frau dann ihren Mund aufmacht. Jetzt darf der islamische Mann noch nicht handeln. Happy, du hast gerade mal nur ein, zwei Prozent nur erfahren von der negativen Seite des Islams. 98 Prozent fehlen noch. Happy, wusstest du, dass man eigentlich SCX mit Leichen machen darf, laut Islam? Das nennt sich Necrophilie. Kennst du das? Ganz ehrlich, aber bitte nicht lachen, das habe ich in der Bild-Zeitung als Überschrift gelesen, Malia. Ja, siehst du? Ja, Islam hast du jetzt gerade rausgefunden. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt wirklich. Hier stimmt die beide Zeugen. Es gibt eine Fatwa aus Ägypten von einem Scheer, der erlaubt hat, aufgrund der Aussagen, was er in den Schriften des Islams gefunden hat, dass der Mann die Berechtigung hat, seine Frau innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Ableben dann nochmal mit ihr dann Django-Django zu machen. Genau. Das ist Sachi. Nicht nur das, mit Tieren genauso. Naja, zum Glück ist das in Deutschland ja nicht erlaubt. Ja, aber dann Islam ist erlaubt. Warum verbieten wir dann nicht so eine Religion hier in Deutschland? Weil wir Religionsfreiheit haben hier. Ja, kann der Islam dann als Religion akzeptiert werden oder müssen wir sagen, ey, das ist gar keine Religion? Das ist verfassungsfeindlich, verfassungswidrig. Eine Religion kann ich machen. Es gibt Religionen in Amerika, in Afrika, die sind mit Kannibalismus immer noch behaftet. Sollen wir die machen lassen, oder was? Mit Voodoo und sowas. Es gibt keine Religionsfreiheit. Als Religionsfreiheit gibt es nur eingeschränkt, wenn es der Verfassung nicht so wider ist. Deutsche Verfassung. Guck mal, es gibt sogar in deutschem Grundgesetz eine Religion, da Pflicht tun, was sie möchte. Wenn die das einmal ausüben, kriegen die richtig Probleme. Deswegen müssen die den deutschen Grundgesetz stürzen, um die Scharia einzuführen. Ich kann eine Frau dir noch mal irgendwie was dazu sagen. Ja, hallo, ich höre das alles mit. Und Happy, ich muss dir wirklich sagen, das tut mir unglaublich leid um dich, dass du da so beeinflusst worden bist. Und mein Rat, also jetzt Religion ausgenommen, mein Rat von Frau zu Frau an dich ist einfach, blockiere die erstmal alle, setz dich damit mit dem ganzen Thema in Ruhe auseinander, weil im Endeffekt weißt du nicht, in welche Kreise du da reingeraten bist. Und informiere dich einfach, belese dich, studiere das Ganze, guck, wo bist du reingefallen, da in welchen Kreis. Guck, was sagt die Bibel und dann kannst du dich immer noch entscheiden. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass du dich schützt und dass du auf dich aufpasst. Weil eine Telefonnummer zu hinterlassen und eine Adresse zu hinterlassen, auch wenn du sagst, 50 Kilometer weit entfernt, das ist mir wirklich sehr suspekt. Muss ich dir wirklich sagen. Ja, ich musste da so ein Formular ausfüllen. Wir haben gesagt, es muss sein. Formular ausfüllen. Ja, damit die deine Daten haben und wenn du dann rausgehst, wollen die dann sagen, ach, Happy, wir wissen doch, wo du wohnst. Ja, deswegen bitte pass auf dich auf, schütze dich, blockiere die komplett, unterbrich komplett den Kontakt zu diesen Menschen und finde dann den richtigen Weg. Also es ist nicht so, dass jetzt von jeder Seite dich unbedingt jeder bekehren möchte. Es geht jetzt hauptsächlich erstmal um deinen Schutz und hoffentlich findest du deinen Weg. Wünsche ich mir wirklich vom Herzen für dich. Und wenn man es ist, du kannst 110 anrufen, Polizei ist sofort da. Ohne schäme dich nicht, einfach anrufen. Genau, ich habe mir gerade auch dein Profil angeguckt, du hast auch von Amir ein paar Sachen gepostet, geteilt und so. Also komm immer wieder rein und hör dir an, was er zu sagen hat. Nimm dir die Bibel, lies sie dir durch. Da wirst du nichts von Unterdrückung oder von Gewalt finden. Gar nichts. Ja, ich habe viele Sachen, die eigentlich selten erwähnt werden, habe ich bei Amir schon gelernt. Ja, na gut. Ja, also pass einfach nur auf dich auf. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander und... Neppi, wenn was ist, schreib entweder meinem Bruder oder dem Pavlos an oder mich, wenn irgendwas ist, wenn dich jemand da Gehirn wascht. Schreib erstmal niemand anderen außer hier mit uns drei. Ja, der Pavlos ist auf meiner For You immer wieder. Vielleicht komme ich dann jetzt öfter mal und gucke mal, ob ich da vielleicht doch einen Fehler gemacht habe. Bediene dich deines Verstandes und lass dich an. Ich habe ein Video gemacht, das ist fixiert, oben rechts, wenn man, glaube ich, als Zuschauer reinkommt. Fünf Fakten in Islam habe ich gepostet. Ich folge dir mal, Pavlos. Ja. So, ich bin jetzt... Aber Hetti, sag aber heute auch Gott, wer bist du und was ist jetzt die vollkommene Wahrheit? Bitte helfe mir. Ja, das habe ich schon mal gehört. Man soll sich alleine in sein Zimmer begeben, ganz in Ruhe. Irgendwie so und dann soll man halt... Den Herrn Jesus Christus annehmen. Genau, also fragen. Ja, genau. Gott fragen, wer er ist. Und dann retten sich die Offenbarung. Okay, also ich muss jetzt erst mal meine Gedanken ordnen und ich danke dir, dass du mich hochgenommen hast und dass ihr mir so viel Auskunft gegeben habt. Gerne. Gott segne dich, Hetti. Du wirst... Ich hoffe natürlich, dass der Herr Jesus Christus dich da zu sich zieht. Euch auch alles Gute erst mal. Gott segne dich und behüte dich. Gott segne dich. Wenn was ist, frag einfach. Das mache ich. Das mache ich. Dankeschön. Und er betet, die Lieben auch im Chat alle Geschwister, im Gebet heute für Happy einschließen. Dass sie in euer Gebet einschließen. Ganz, ganz wichtig. Danke. Gott segne dich, meine Liebe. Gott segne dich. Ciao. Tschüss. Ciao. Okay, ich tu dich auch wieder runter, Ella, ja? Ja, danke, ciao. Danke auch für deine Worte, Ella. In Gottes Segen. Ja, es ist heftig. Man weiß sofort, was für eine Gefahr auf die lauert. Man weiß es sofort. Aber die kann das nicht einschätzen, ihre Lage. Wir sind erfahren, aber sie hat überhaupt keine Erfahrung. Und ja. Hallo? Hallo? Lee? Lee? Bruce Lee? Ich habe auch eine Musik. Lee? Lee? Bruce Lee? Ich glaube, die hat es aus Versehen gemacht. Bruce Lee? Das ist die weibliche Bruce Lee. Bruce Lee? Bo? Bo? Hallo? Hört man mich? Ja, ne? Ja, wir hören dich. Wahnsinn. Ich wollte eigentlich nur was zu Happy sagen, aber sie ist jetzt schon über alle Berge. Ist sie raus? Aber ist sie vielleicht noch drin im Chat? Ich kenne Pavlus, weil ich war schon mal bei ihm mit ihm drinne live. Und wir haben uns voll lange über den Islam und so unterhalten. Ich glaube, zwei, drei Stunden. Weil ich ursprünglich, also ich bin in den Islam reingeboren worden. Ich komme aus der Türkei. Das war für mich immer richtig. Das ist das, was man kennengelernt hat. Man hat mich hinterfragt, weil man darf ja auch nicht. Und irgendwann mit 16 habe ich angefangen und dachte mir so, warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Muss man bestimmt mich informieren. Und ja, seitdem wurde das halt immer mehr. Ich bin bis heute noch nicht zu 100 Prozent entschlossen, zu was ich gehöre. Aber ich kann zu 100 Prozent sagen, ich gehöre so innerlich auf jeden Fall nicht zum Islam. Also das, was mein Herz mir sagt, das, was ich als Mensch bin, passt einfach nicht mit dem, was da steht. Und was da wiedergegeben wird. Und du hast ja zum Beispiel auch gerade viele Sachen angesprochen, was Frauen betrifft. Also ob das jetzt zum Beispiel das Bedecken ist oder wie man uns behandeln darf. Das sind auch alles Punkte, die extrem wichtig sind. Aber ich finde es noch viel wichtiger, dass im Koran so viele Sachen drinne stehen, die sich selbst widersprechen. Unabhängig davon, was ich als Frau darf und was nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dass man zum Beispiel nicht weiß, wie lange es gedauert hat, bis die Welt erschaffen worden ist. Dass man nicht weiß, was als erstes kam. Dass die Leute sagen, erst war Eva, dann war Blut, dann war Erde, dann so mäßig dieses, du liest ein Buch, aber auf eine Antwort gibt es drei Antworten. Ja, genau, ich weiß, dass du meinst mit, wie wurde es der Mensch erschaffen und so. Genau, genau. Das hat die, glaube ich, als Thema gehabt. Ja. Ja, kann sein, dass ich mit dem, ja, ja. Ja, du redest mit solchen Menschen. Ich sehe sogar, ich folge dir sogar auch, steht hier, ne? Wie bitte? Da steht doch hier, dass ich dir sogar folge. Wann war das denn her, dass ich mit dir redet habe? Das ist ein paar Monate her. Wir haben danach auch noch mal kurz geschrieben, du hast mir deine Fragen, die du dir selbst gestellt hast, auch noch mal per Nachricht mir geschickt. Danke auch noch mal dafür. Also wenn du später in deinen Chats nachguckst, wirst du mich irgendwo da drinnen finden. Ja, kann ich mal gucken. Ja, dank den Herren, ne? Und ja, deswegen dachte ich, als ich dich gerade drinnen gesehen habe, dachte ich mir, komm ich mal rein. An mir kenne ich sowieso so, sage ich ehrlich, am Anfang dachte ich mir, was ein Spasti, als ich noch Muslim war. Und was ist das für ein Vogel? Hat er nichts Besseres zu tun? Er macht sich einfach lustig, er macht schlecht, er macht dies, weil man nicht besser wusste. Und dann hat man angefangen, sein eigenes Gehirn zu benutzen. Und das wollte ich eigentlich happy auch auf den Weg mitgeben. Ja, meinst du, wie viele Fälle von dir mir geschrieben haben, dass sie gesagt haben, ich habe dich zu Anfang gehasst. Ich glaube dir. Ich habe dich verflucht. Aber ich musste eigentlich stehen, du sagst die Wahrheit. Ja, aber das ist das Ding, das ist, guck mal, im Endeffekt haben wir alle ein Gehirn und alle einen Kopf bekommen, damit wir selber nachdenken. Wenn ich dich höre, dann kann ich mir überlegen, warum sagt er das? Dann kann ich anfangen zu forschen. Digga, wir haben Internet, wir haben Bücher, wir haben Bibliotheken, wir haben alles. Warum musst du von einem Traum dich leiten lassen, wenn du dich von deinem Gehirn leiten lassen kannst? Traum kommt dazu, okay, ist cool. Auf den ich habe auch mal irgendwas geträumt, wo ich bis heute nicht weiß, was es sein soll. Aber du musst doch selber denken. Ja, okay, danke dir. Alles Gute, euch, ciao, ciao. Ich habe jetzt gerade kontrolliert, was ich ihr geschickt habe. Ich habe ja einfach sogar die ganzen Sachen geschickt, die ich die Muslime immer stelle. Und das ist eine riesige Katastrophe für die Muslime. Dass die ansehen, eine pure, faktische Einheit zusammengetan. Und dann sehen wir, dass es ja niemals die Wahrheit sein kann. Unmöglich. Ja, heftig. Ich wusste gar nicht, dass sie sich wirklich damit richtig auseinandersetzen. Sehr, sehr schön. Ja, bete dich. Ja, das war gerade ein Hilfeschrei auch. Ein letzter Hilfeschrei von ihrer Seite aus. Damit die jetzt hier rausziehen können aus diesem Feuer. As-Salaamu alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dein auch. Wie geht es dir? Amen. Handel, Jesus. Und dir geht es gut. Wie geht es dir? Alhamdulillah, ja, Rabbi. Kür. Kür. Ja, wie läuft es? Was machst du? Schon lange nicht mehr von dir was gehört, oder? Doch, ich bin immer hier. Mach dir keine Sorgen. Von mir hört man immer was. Aber ich schreibe jedes Mal. Ich will auch live. Du nimmst mich nicht mehr rum. Wir haben doch immer gute Gespräche gehabt mit dir. Was möchtest du denn beinahmen? Wie kann ich dir helfen? Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. In letzter Zeit gefällt mir das ganze Gespräch von dir. Ja, dank dem Herrn Jesus Christus geht es mir natürlich wundervoll. Aber wenn ich für Jesus Christus leiden muss, dann ist es für mich auch eine Ehe. Wenn du das sagst. Was macht ihr denn? Wallah, ich bin, ich bin, Alhamdulillah, Muslim. Ich werde auch Muslime bleiben. Ja, aber wieso bleibst du in einer Religion, in der Gott dir deinen PNIS so lang und so dick macht wie eine Falle? Was ist das bitte für eine Religion? Meine Religion ist das Schönste, was es gibt. Was ist daran schön, so ein Ding da unten zu haben, lieber Bayram, solange wir einen Palme bekommen im Himmel. Was ist daran schön? Bayram, der Allah sagt, dass du mit zwei Schwestern gleichzeitig. Bayram, mit zwei Schwestern gleichzeitig. Und ein US. Das ist kein Islam, was ihr da rum erzählt. Er labert nur Scheiße. Gerade ihm sagt er noch, ich bin sehr gut, was ich mache. Auf einmal sage ich ihm die Wahrheit, das, was du laberst, ist nur Scheiße. Du nicht, aber die anderen, die gehen dir nach. Ihr labert doch alle nur Scheiße, Mann. Ihr seid alle Heuschler, Alter. Bist Scheiße, Lala. Was ist los mit dir, Junge? Amin, was ist los mit dir, Junge? Hör doch auf, man. Hör auf, gib auf. Komm, zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Auch wenn ich weiß, auch wenn ich weiß, mein Kopf geht ab, ich würde niemals meine Religion ändern. Du bist doch gar kein Muslim. Alhamdulillah. Ich bin ein Muslim, ich werde auch bleiben. Alhamdulillah. Betest du, du bist kein Muslim. Du bist ein Eures-Shisha-Muslim, so der nichts mit Islam zu tun hat. Niemals, Bruder. Ich bete nicht fünfmal am Tag, nein. Ja, da bist du kein Muslim. Gehst du fünfmal am Tag in deine Kirche? Hast du, hast du deine Bibel schon mal komplett gelesen? Sag mal, ja. Ja. Das ist Lüge, pure Lüge. Das ist eine kleine Lüge. Wenn du den Bibel gelesen hättest, ey. Das ist eine Wahrheit. Wenn du, wenn du den Bibel gelesen hättest, dann wirst du hundert Prozent zu Islam konventiert. Zu hundert Prozent. Wenn du den Koran gelesen hättest, hättest du hundert Prozent die Islam verlassen. Jesus genau. Niemals. Unser Prophet ist nicht schön, was es gibt. Jesus Christus gefunden ist er nicht so, ey. Unser Prophet Mohammedal ist das Beste. Er ist das Beste, dass ein sechjähriges Kind geheiratet ist, dann mit neun Jahren mit ihr. Ja, kein sechjähriges Kind geheiratet man. Was seid ihr für alle? Seid ihr nicht normal, oder was? Was ist los mit dir? Ja doch. Sahir Al-Bukhadi 6, 1, 3, 0. Und Zunan Andersai 3378 steht drin, dass er Bunga Bunga hatte mit einer sechsjährigen. Warum? Der hat das nicht gehabt. Niemals. Nein. Was macht man nach der Hochzeit bei der? Bunga Bunga. So, und das hat er gehabt mit Aisha. Unser Prophet hat einfach ein kleines Kind zu sich nach Hause genommen, damit sie nicht auf der Straße bleibt, Junge. Aber das ist ein großes Stiefel gezeigt. Er hat das gemacht, damit er das Kind zu sich genommen, damit der ihr hilft. Warum muss er dann auch mit dem Kind? Er ist ja zu Abu Bakl gegangen, macht Klopf, Klopf und sagt Abu Bakl, du kannst deine Tochter nicht schützen, ich schütze jetzt deine Tochter. No. Ihr werdet alle in der Hölle brennen, Alter. Ich weiß dir, Armin, du wirst der Führer sein wieder. Du wirst der Führer, ja. Was? Der Führer? Der Führer. Ich weiß dir, euch hat man wirklich in Schien geschissen, Alter. Baila, hör auf, den Döner für 99 Cent zu verkaufen, Mann. Ich weiß dir, euch hat man wirklich in Schien geschissen, Alter. Baila, ich habe keine Lust auf Döner für 99 Cent. Ich brauche Döner für 8 Euro, krassig. Ihr habt Kartoffeln, ihr habt nur... Ich habe kein Putt auf Kammelfleisch, Mann. Von der letzte Bahnhofskaschämme. Ja, es... Okay, Armin, du bist doch beschnitten, oder? Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Nein, oh, das ist doch ganz normale Frage, Junge. Ja, an den Milchschnitten. Ja, an den Milchschnitten geschnitten. Schlechtzeile reden, weiter. Ja, weiter. Aber ich wäre auch beschnitten, laut den Radieschen online beschnitten. Du bist doch ein Ex-Moss-Leber, oder? Armin. Ex-Boss-Leber. Armin, ich bin nicht hier, um mit dir über mein PNIS zu sprechen. Ich bin hier, um mit dir über die Ewigkeit zu sprechen. Warum redest du dann über meine? Armin, warum redest du über seine PNIS? Von meinem Raum? Ich kann dir gerne ein Bild schicken, Junge. Hey, weiter, das ist ein Unsinn. Weißt du eigentlich, dass der Mohammed, den Al-Hüssin, sein PNIS geküsst hat von dem kleinen Jungen? Warst du live dabei? Ich habe die authentische Quelle hier. Okay, ich sage dir auch, diese ganzen Nonnen oder was das sind in Kirchen, diese ganzen Dinger, du, Pfarrer oder was das sind. Die ficken alle kleine Kinder. Stimmt das? Nee, wie sollst du die Wörter sagen? Weidah! 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 Sei doch ehrlich, diese katholischen. Das stimmt wirklich, Gerd, wenn du sowas sagst. Die sind von Saate, die sind diese Nonnen. Oder Armin, die sind groß. Stimmt das? Du musst ihn raustun, das kann wirklich folgen. Weidah! Du musst Kamedo hin zu den Debatten. Traurig. Ja, das stimmt, ja. Jetzt die katholischen Priester und so weiter sich an Kinder vergreifen. Das stimmt ja, das kann man nämlich von der Hand weisen. Aber eben, weil das eben eine falsche Lehre ist, die katholische Kirche. Und weil sie halt Zalibat machen, dann haben sie natürlich ihre sexuelle Stau. Und dann lassen sie es an die Kinder raus. Genau. Deswegen bin ich ex-Katholik. Hallo? Bahara? Hallo? Er hat auch aus Versehen drauf gedrückt. Und, Bruder Reza, nicht nur das. Das ist ja ein Dogma, bei denen diesen Zölibat und dann entsteht ja so eine Frucht mit dieses, was die an den Kindern und so weitermachen. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Einfach Wahnsinn. Aber die sind nicht Antichrist, wenn ich sowas auch drücken. Ja, dass diese Lehre von Dämonen kommen. Warum? Weisen zu genießen am Freitag zum Beispiel, ja? Da muss man gewisse auf Fleisch verzichten. So, uns nicht nur das, Bruder Reza. Dann steht sogar noch drin, in 1. Thematheos Kapitel 3, 1-5, dass man eine Frau haben muss und Kinder haben muss, um eine Kirche zu leiten. Und was machen wir nicht? Nein, du musst gar nichts haben, du musst Zölibat haben. Und das ist eine Ehelehre, eine dämonische Lehre. Aber, Bruder Reza, weißt du, was krass ist? Dann gibt es noch Menschen, die dann sagen, ja, nur wenn einer eine Ehelehre raushaut, heißt es nicht, dass es von Dämonen sind. Es ist dann von dem Mensch. Also, Paulus nennt es dämonische Lehre und diese Leute, diese lauwarmen, du weißt, werden, lauwarmen Christen, die sagen dir einfach, das ist ein Mensch, Ehelehre und wir auch nicht. Ja, ja, die Bibel deckt ja die Machenschaften des Teufels innerhalb der Kirche auf. Ja, und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 16, dass die Pforte der Hölle meine Gemeinde nicht umschließen, also überwinden können. Das heißt, der Satan wird es nicht schaffen, die Gemeinde Jesu Christi zu Fall zu bringen. Aber wenn er es doch geschafft hat, sich in die katholische Kirche hineinzudrängen und Lehren da hineinzubringen, dann ist es vorbei. Das heißt, diese Kirche ist nicht die Braut des Herrn, weil der Satan es geschafft hat, da reinzukommen. Ja, genau. Und Bruder Reza, hier, die schreiben ja, einer schreibt, ihr redet nicht über die katholische Kirche, das ist nicht katholische Kirche schuld. Doch, Zölibar kommt von der katholischen Kirche, die ist schuld. Das sind ihr, liebe Babytaufe, nicht biblisch. Unbiblisch gibt es gar nicht in der Bibel. Versteht das jetzt, meine Lieben? Liga, Platz 26, heftig. Danke, liebe Gott, Siegen euch und eure Familie. Immer schön liken, nicht vergessen, zwischendurch immer so 150, 200 Likes machen schnell. Da habe ich das hochgepusht bei der Stream. Einer schreibt, guck mal, einer schreibt, lass die Leute doch in Ruhe. Lass die Leute reden, sie haben ja nichts zu tun. Er macht immer einen Song daraus, Herr Bruder. Natürlich, hallo, das war doch von Ärzte. Ja, buh. Ich habe ganz kurz eine Frage, ne? Ja. Guck mal, Jesus ist ja gekommen und so, und durch ihn ist ja quasi mit der Christentum gekommen. Richtig? Nein. Okay, könnt ihr mir das ganz kurz erklären? Weil immer wenn ich mit meiner Mutter diskutiere, kommen wir an diesen Punkt und ich sage immer, ja, aber Jesus hat Christentum nicht gebracht. Und ich bin immer so dieses, okay, es wurde ja von ihm suggeriert, so. Also, wie kann ich das hier erklären? Der Herr Jesus ist gekommen, um die frohe Botschaft uns mitzugeben, und zwar das Evangelium, dass der Mensch aus Gnade gerettet werden darf. Das ist der Grund, warum Jesus Christus gekommen ist. Damit er die Menschen von ihrer sündigen Natur rettet, wenn sie in den Tod gehen. Okay, und ist dann dadurch der Christentum entstanden, oder woher kam der denn auf einmal? Weißt du, wie ich meine? Der Christentum beginnt mit Jesus Christus' Geburt. Okay. Und dann gab es ja diese Kirchen, Katholiken und so. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott selber alles in die Hand genommen hat, die Form eines Menschen angenommen hat, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Das ist die frohe Botschaft. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, dass Allah das Injil herabgesandt hat. Was bedeutet denn Injil? Frohe Botschaft. Was ist das denn für eine frohe Botschaft? Da ist ja nichts froh. Ja, da ist Klo bei ihm. So kann man das aussehen. Die frohe Botschaft heißt ja Evangelium. Also Allah hat die Evangelium herabgesandt. Aber zum Beispiel, guck mal, du warst ja... Dann sagt Allah, der Koran ist perfektes Arabisch. Und dann siehst du auf einmal, dass Injil einfach so ein aramäisches Wort ist. Injil. Aber das Ding ist zum Beispiel, ich wollte was fragen, also warte, also Pavlos, du warst ja katholikisch, katholisch, du weißt, was ich meine? Katholisch, katholisch. Danke, so bist du, warst ja katholisch, bist du jetzt ja nicht mehr. Was, Arne, du warst Muslim, was bist du jetzt? Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes, so wie der Herr Jesu. Orthodox oder, ich check nicht, wenn ich zum Beispiel, warum ich das frage, wenn ich jetzt mich taufen lassen möchte, in ein Jahr, zwei Jahren, wie auch immer, zu was taufe ich mich dann? Zu Orthodox, zu Christen, zu, wie, also, du musst mir ja eine Gemeinde aussuchen, oder nicht? Du hast, du hast die Bibel doch gar nicht richtig gelesen, ne? Ich hab sie, ich hab sie angefangen zu lesen, aber ich hab andersrum angefangen. Bei mir war so, bevor ich angefangen hab, die Bibel zu lesen, hab ich erstmal den Koran gelesen und hab gemerkt, tamam, damit will ich nichts zu tun haben. Und jetzt fange ich an, die Bibel quasi auseinanderzunehmen, aber du weißt selber, wie lange das dauert. Du musst nur von neuem geboren sein. Und da, wo Wasser ist, da kann ein Bruder dich taufen. Neu geboren sein, Johannes 3, Vers 3, da steht drin, Altersdem wegschmeißen, neues Leben beginnt mit Jesus Christus. Katholisch, orthodox, evangelisch, wie die alle heißen, sind von Menschen gemacht. Die sind alle falsch, ich hab heute ein Video gemacht, kannst du die anschauen. Drei Fakten über diese ganzen Kirchen, die nur ihr Lehren verbreiten. Na, kannst du dir Ruhe anschauen und dann aufschreiben und ich werde jetzt selber nachgucken. Die Bibel spricht klare Worte. Babytaufe gibt es nicht, sondern die normale Taufe. Aber du musst erst Jesus annehmen, um dich überhaupt taufen zu lassen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 38. Tut Buße und dann lass sie dich taufen. Kirche macht das Gegenteil. Ich erst taufe und dann Annahme, das geht ja gar nicht. Ein Baby kann nicht Buße tun. Und das ist die Katastrophe. Dessen sage ich dir, nimm nur deine Bibel, nur dein Glaube und du bist auf dem besten Weg, den Herrn zu folgen. Weil dein Glaube rettet. Epheser 1, Vers 13. Durch Glaube seid ihr errettet und kriegt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Verheißung, mit dem seid ihr auch versiegelt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du erstmal diese Wassertaufe und so weiter ganz vergisst. Der Herr Jesus verlangt von dir die Taufe mit dem Heiligen Geist. Du musst, wie der Bruder Paulus dir gerade erklärt hat, du musst dein altes Leben, was du geführt hast bis dato, musst du vor dem Herrn Jesus Christus bereuen und absterben. Also das alte Bu muss vergehen, absterben. Das neue Bu mit Christus Jesus muss beginnen. Es muss ein Tod eintreten von dir, geistig gesehen. Das alte von dir muss absterben, das alte sündige Ich von dir, wenn du zu dem Herrn Jesus Christus kommst. Und dann erst, wenn du von neuem geboren wurdest, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann erst lässt du dich mit Wasser taufen. Aber die Wassertaufe ist erstmal unwichtig, sie ist nur ein symbolischer Akt. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, sie ist wichtig. Die ist rettend. Und das geschieht, wenn du wirklich dich mit ganzem Herzen, ganzer Seele zum Herrn Jesus kommst und dein Leben ihm übergibst und alle deine Sünden, was du bis dato getan hast. All die Boshaftigkeit, die Lästereien, die Lügen, die Betrügereien, die Stählereien. Das Ding ist, ich verstehe den ganzen Punkt, was ihr alles sagt und so. Aber wenn ich jetzt innerlich damit abgeschlossen habe und sage, okay, ich bin jetzt innerlich erleuchtet, so oft den. Nicht heute, nicht morgen, aber dann, wenn es soweit ist. Ja. Muss ich ja trotzdem, weil ich bin jetzt ja muslimisch, da steht auf meinem Pass, dass ich bin, also ich bin ein Moslem. Ja. Um dann aber ja christlich zu werden, muss ich mir ja eine Gemeinde raussuchen. Und das gibt ja nicht über wenigstens. Vergiss die Gemeinde. Vergiss die Gemeinde. Du musst dich auf die Wiedergeburt konzentrieren, was der Herr Jesus von dir verlangt, den Johannes 3, Vers 3. Du darfst dich nicht anlenken von der Wiedergeburt. Vergiss alles andere, was du jetzt mit Gemeinde, Wassertorfe, vergiss das erstmal alles. Das kommt alles viel später. Du musst von Neuem geboren werden. Das heißt, dein altes Ich muss absterben vor Jesus Christus, vor dem lebendigen Gott. Dein altes, sündiges Ich, du weißt doch genau, was du getan hast in deinem ganzen Leben. Wie böses. Du hast gelästert, du hast geschimpft, du hast gehasst, du hast gelogen, du hast betrogen, du hast, wie wir alle, richtig? Hast du getan? Du hast die Bote Gottes gebrochen. Und das musst du vor dem Herrn Jesus Christus bereuen in deinem Gebet, wenn du zu ihm kommst. Und dann beginnt das neue Leben mit dem Herrn Jesus Christus, da folgst du ihm nach. Und das ist Wiedergeburt. Das ist es. Deine Religion, nicht die Gemeinden. Dein Glaube bringt dich zum Paradies. Auf Papier ist vollkommen egal, was da steht. Muslimisch, Atheist oder eben was. Jessica, dein Glaube. Bu. Ja. Hast du das verstanden, was die Brüder dir erklärt haben? Das Ding ist, ich verstehe, was ihr sagt. Ich weiß ja auch, warum Jesus gekommen ist und so. Das ist ja alles nicht, weil voll auch viele sagen, ich bin ungebildet oder so. Ich check, was ihr sagt. Ich bin ja nicht dumm. Aber die Frage ist nur dieses rein Förmliche. Es geht mir nicht um den Geist, um das, was wäre innerlich. Es geht mir um Förmlichkeiten. Wir leben in Deutschland und darum geht es mir gerade nur. Rein von Form. Was wäre richtig, wenn ich dann irgendwann die Erleuchtung habe? Was muss man danach machen? Wenn du wiedergeboren bist, dann ist erstmal alles danach unwichtig. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du errettet für die Ewigkeit. Das ist, du hast das ewige Leben geschenkt. Dann ist alles andere unwichtig. Du kannst in die Gemeinde gehen, du musst nicht in deine Gemeinde gehen. Du kannst dich mit Wasser taufen lassen, du musst dich mit Wasser taufen lassen. Dann musst du dich doch getauft sein, um in einer Kirche zu heiraten. Nein, du musst den Standesamt. Nein, 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 nein. Standesamt ist die richtige Heirat. Warum? Römer Kapitel 13. Du musst dich den Obrigkeit, also der Staat, unterordnen. Und da ist Standesamt die richtige Heirat. Alles andere ist keine Heirat. Nur Standesamt. Wenn nicht Standesamt geheiratet hat und behauptet, er hat aber Kirchig und so geheiratet, der lebt in Unzucht, weil das nicht die richtige Heirat ist. Die Heirat ist der Standesamt, weil wir in Deutschland leben. Und Römer 13 sagt, ordnet euch den Obrigkeiten unter. Tut ihr das nicht, ordnet ihr euch automatisch nicht Gott unter. Okay, das heißt eigentlich... Römer 13, könnt ihr alle aufschreiben. Okay. Okay. Das war schon wieder von meiner Seite. Warte, sehr gut. Aber, boh, eine Sache noch. Bei Leuten wollte ich ja immer viel anschreiben. Ich sagte jetzt schon, Katholiken, Orthodoxe wollen dich jetzt verwirren, dass du Bescheid weißt. Man ist eh verwirrt. Ja, aber ich sagte jetzt, geh nur in meinen Kanal rein. Guck dir das neuste Video, was ich heute gepostet habe. Drei Fakten über die ganzen Kirchen. Dann denkst du ganz anders. Ja, und ansonsten, wenn ich irgendwas wissen muss, schreib einfach dir. Dann gibt es drei Minuten deiner Zeit, kannst du dir das jetzt anschauen. Nur drei Minuten geht das. Und dann weißt du direkt über die ganzen Kirchen Bescheid. Okay. Danke. Bis zum Herzen. Ich auch. Tschau. 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 Guck mal, Pavlos wird immer radikal. Ich werde radikal beim Herz. Ich meine, die seht ihr das nicht? Nein, die versuchen, ich habe das gelesen eben schon, die versuchen, die privat anzuschreiben. Die wollen die privat jetzt richtig hier... Die wollen die abgeräumt von dem Wiedergebot und wieder in so eine Kirche und sowas. Ja, ja, genau. Mit Liebe habe ich diese ganzen Kirchen jetzt. Ich bin mit Liebe. Ihr werdet sehen. Es sind 200.000 Leute, es sind dieses Video. Ihr werdet jetzt alle sehen, was ich da gemacht habe. Hallo. Hallo. Was ist das? Wo ist das 12? Fortnite ist gekommen. Hallo. Spielst du Fortnite? Es spielt Mord Night. Mord Night. Mord Night. Genau, Fortnite, Mord Night. Pavlos, lass dich nicht einschieben. Baba Haft. Jetzt kommt Baba Haft. Amen. Aber ich liebe deine Videos, deswegen, die habe ich mich bekehrt. Gott segne dich. Mane. Sehr schön. Guck mal, sehr schöne Nachricht wegen Armin, ja. Ey, Bruder, ich habe gerade gesehen, Happy hat mir geschrieben, ne? Ja? Ja, die hat mir wirklich geschrieben, jetzt habe ich das gesehen. Da steht so, hey, stand da. Ja, das sehe ich dann hier in meinem TikTok, aber ich kann nicht rein. Ich kann gleich erst rein. Schauen, was ich gleich möchte. Baba, was mir... Baba heißt dich. Gottes Segen, Baba. 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 Wir kommen hoch, sagen nichts und gehen wieder runter. Das verstehe ich nicht. Aus Versehen kann es auch sein, dass die hier drauf gedrückt haben, ohne es zu wollen. Hallo ihr Lieben, Gottes Segen. Gottes Segen. Bruder Reza, antworte mal da drauf. Was ist mit den katholischen Priestern, die böse Geister auszutreiben? Nein, Exorzismus und so weiter ist alles abgeschlossen während der apostolischen Zeit. Das waren Zeiten von Wunder und Zeichen, die nur in der apostolischen Zeit damals erlaubt haben und in Vollmacht vom Herrn Jesus bekommen haben, über die Jünger eben diese Wunder und Zeichen zu tun. Diese Zeit ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels Johannes, ist auch die apostolische Zeit von Wunder und Zeichen vorbei. Jetzt leben wir in der Zeit der Gnade und des Glaubens. Also dieser ganze Exorzismus und so weiter ist alles falsch. Sogar wenn du es tust, dann sagt der Herr Jesus, dass du gar nicht wieder geworden bist. Matthäus 7 sagt der Herr, wenn ihr Dämonen ausgetrieben habt und ihr habt Geweißsagen und so weiter und ich werde euch sagen, ich habe euch nie gekannt. Guck mal, eine Frage, wo steht das? Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweißsagen, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten verbracht? Und dann wird der Herr ihn bezeugen und sagen, ich habe euch nie gekannt, weil ich traue mir, ihr Gesetzlosen. Seht ihr, dass die Leute Dämonen ausreben im Namen Jesus? In dem Namen Jesus kann jeder was ausreben. Apostelgeschichte nur lesen. Da haben Juden gesehen, dass die ganzen Aposteln in dem Namen Jesus die Dämonen ausreben. Da wollte ein Jude es auch machen, weil die einmal ausprobieren wollten, wie das geht, nur den Namen des Herrn Jesus in den Mund zu nehmen. Da haben die wirklichen Dämonen ausgetrieben und da sind sieben weitere Dämonen zurückgekommen. Weil diese Personen haben auf einmal diesen Juden angegriffen, den jüdischen Priester, also den Rabbi angegriffen direkt. Und keiner konnte ihn mal aufhalten, weil er auf einmal übernatürliche Kräfte hatte. Ja. Hallo? Ja, Sascha. Hi, ich habe zwei Fragen oder drei Fragen. Und zwar geht es um Sola Scriptura. Ja. Ich habe eine Frage, ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von Pavlos mit dem jetzt neuen Katholiken da. Und er sagte selber, dass Sola Scriptura, ich bin selber ein bisschen durcheinander, ich weiß selber nicht, was richtig ist. Sola Scriptura sagt eher, wenn du jemandem einen Vers gibst, dann deuten zehn Christen einen Vers kulturellen Unterschiedlichen. Deswegen gibt es, weiß nicht, 50.000 verschiedene Gemeinden und keiner ist sich richtig einig. Jetzt wollte ich euch fragen, was ihr davon haltet. Ich habe mir so die Sachen ja angehört von Pavlos und ich habe auch die Sachen angehört von dem Katholiken da. Also er Ex-Evangelikale und du halt Ex-Katholik, also genau andersherum. Und deswegen ist meine Frage jetzt hier, für manche Gemeinden ist das wichtig, Taufe wichtig, für die anderen Gemeinden ist das wichtig. Dann gibt es Adventisten, dann gibt es Baptisten. Dann gibt es, jeder deutet eine Wichtigkeit aus der Bibel irgendwie anders, dass irgendeine Gemeinde entsteht, was die am wichtigen. Dann gibt es dann noch, keine Ahnung, Brüdergemeinden, Charismatiker, dann gibt es noch so. Die Leute kommen durcheinander, die wissen nicht mehr, was ist jetzt genau richtig so. Ja, also guck mal, das ist so. Das habe ich auch da gesagt, auch in den Stream. Diese ganzen Leute, mit diesen sieben Tagartwirtis Charismat und wie die alle heißen, das sind alles ihr Lehrer. Weil es nur eine Lehre gibt, eine gesunde Lehre. Achte nicht auf diese Gemeinden, weil dieser Typ war selber vorher in eine falsche Gemeinde, beziehungsweise nicht schon falsche Gemeinde, er war selber sogar noch davon ihr Lehrer. Also wir haben schon vorher gewusst, dass der irgendwann früher oder später abfallen wird. Und das hat er auch bewiesen, indem er katholische Kirche angetreten ist. Und er kann meine Fragen nicht beantworten. Ich habe ihn doch gezeigt, ey, eure Kirchenväter widersprechen sich. Was machen wir jetzt? Einmal sagen, die Petrus ist der Fels, einmal sagen, die Petrus ist nicht der Fels. Was nun? Was macht der? Ja, keine Ahnung. Darüber weiß ich nicht. Punkt. Jeder hat seine Meinung. Punkt. Was hat denn für eine Antwort? Da habe ich ihm auch gesagt, die Sola Scriptura ist der Bibel vertreten, weil das bedeutet ja nur allein die Schrift. Was mache ich mit der Bibel falsch? Und weißt du, was krass ist? Dass seine Kirchenväter die Sola Scriptura repräsentieren. Bruder, mach mich mal bitte groß. Ich zeige jetzt die Zitate von nur ein paar Stück einfach, dass sie sehen, dass die die Sola Scriptura vertreten haben, die Kirchenväter, an denen sie glauben. Okay. Warte, ich muss einmal, warte, ich mache jetzt eben ein Bild kurz an, weil ich glaube, man muss es einmal machen. So, sieht man jetzt, der Text. Also, hier haben wir einen katholischen Priester, ja? Ja. Ein normaler Priester, sieben. So, was sagt dieser Priester? Ich muss lesen. Einer der gefährlichsten Ideen der protestantischen Reformation, nur nebenbei gesagt, wir sind keine Protestanten, die betiteln uns immer nur so. Na, wir sind einfach wiedergeborene Christen, wie es der Bibel steht. So, ist das die Schrift eine gewisse Weise, sie es selbst ausdeckt. Nach dieser Auffassung ist die Heilige Schrift so klar, dass wir keine unfähbare katholische Kirche brauchen. Also, dieser Priester hat erkannt, wenn es doch so wäre, die Sola Scriptura, braucht man keine katholische Kirche. Und das wollen die doch nicht. Guck mal, was die Kirchenväter sagen. Und die Quelle ist immer da drunter. Guck hier. Johannes Christos, du musst, wenn wir uns nun, guck jetzt, wenn wir uns aber um die Dummheit dieser Leute zur Schau stellen, ebenfalls zu unbürgerlichen Bemerkungen veranlasst sehen, so lasst uns von ihren Toheit, also Dummheit, ablassen und uns von solchen Idioten abwenden. Guck mal, der betitelt ihr alles Idioten. Lasst uns die Heilige Schrift in der Auslegung folgen, die sie von sich selbst gibt. Was denn da los? Johannes Christos, du musst eine Quelle ist da runter, könnte alles gehen shoppen. Guck jetzt, der Nächste. Warte, ich gebe dir den Nächsten. So, jetzt noch andere Kircheväter. Basilus, Entschuldigung, Basilius, der Große, was an bestimmten Stellen der interpretierten Schrift zweideutig und verschleiert zu sein scheint, wird durch die offensichtliche Bedeutung anderer Stellen deutlich gemacht. Das heißt, die Bedeutung legt sich von sich selbst aus. Und das stimmt ja auch. Ein Bedeutung sagt so, der andere sagt dann so. Und das ergibt wie keine Puzzle. So mehr Puzzleteile du hast, so zusammenfügst, ein klares Bild entsteht. Ja, manche sagen ja auch. Die betonen das alle. Ich kann die jetzt unzählige zeigen, aber das gelügt erstmal. Manche sagen ja irgendwie, verschiedene Verse sind allein, manche Übersetzungen sind nicht so gut, weil manche Wörter eine ganz andere Bedeutung hatten im Griechischen und Hebräischen und hat am Ende dieser Satz eine ganz andere Bedeutung, als er eigentlich ursprünglich hatte. Guck mal, mein Bestes, die Schlacht der 2000, die Elbeväter Bibel in Deutschland, Ja, die habe ich ja auch hier. Schweiz, Österreich, ist die beste Übersetzung, die wir im deutschen Raum haben, weil die wirklich den Originaltext, Urtext wirklich sehr, 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 sehr einstimmig ist. Also die sehr, sehr, sehr nah liegen. Das ist die beste Übersetzung, die wir haben. Also wenn du die liest, dann liest du automatisch auch den Urtext. Die anderen, die sind sehr schwach übersetzt, sehr, sehr schwach. Und das ist die Einheitübersetzung der katholischen Kirchen von Orthodoxen, um wie die alle heißen. Die sind so schwach übersetzt, dass wirklich eine Ehelehre noch vielleicht entstehen könnte. Aber man kann das aber auch noch, die gesunde Lehre eigentlich noch rauslesen. Nur sehr, sehr schwach. Nicht so gut übersetzt. Selbst Katholiken nutzen sogar Schlacht der 2000, weil die wissen, die ist besser. Und eine Frage noch. Wie hieß der Mann, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist? Seinen Namen wusste ich, ich glaube, seinen Namen wird gar nicht genannt. Einfach ein Verbrecher. Bruder, du kannst du ruhig keinem machen. Ja, genau. Er sagt ja zu ihm, Jesus sagt er zu ihm, du wirst heute mit mir im Paradies sein. So, und manche sagen ja, also man stirbt erst, kommt irgendwie ins Totenreich und dann kommt man erst in den Himmel. Also nicht sofort. Aber Jesus sagt ja zu ihm, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. So, deswegen sagen manche, okay, wenn man stirbt, dann kommt man sofort in den Himmel. Nein, in den Himmel kommt man erst bei der Entrückung. Das heißt, wenn wir unseren Auferstehungsleib haben, alle Gläubigen des Neuen und Alten Testaments, wenn wir entrückt werden, nach 1. Korinther Kapitel 15, Vers 51, werden wir einen neuen Leib bekommen und mit unserem Geist und Seele werden wir auferstehen. Mit diesem neuen Leib werden wir entrückt werden und dann kommen wir alle in den Himmel. Das heißt, bis dato kommen wir alle im Totenreich in den Bereich des Paradieses oder es wird auch Schoß Abrahams genannt bei den Rabinern. Kennt man den Ausdruck? Das ist ein Bereich im Totenreich, wo die Toten in Christus, die Gläubigen, getröstet werden. Das ist auch genannt, Scheol. Scheol, Hades, das ist Totenreich. Und da ist einmal Ort der Qual. Ich habe doch ein Video gemacht darüber, wegen Lukas 16, das schöne Video, das ich gepostet habe. Und Ort der Qual, da wo die Leute leiden, eine Kluft ist dazwischen und dann ist einmal Abraham Schoß. Und Abraham Schoß wird das genannt, weil die alten Juden im jüdischen Sprachgebrauch so ein Himmelreich da bringen wollten. Weil Abraham ja der Vater so gesehen ist. Also die Quelle, die er alles hineinetabliert hat. Und das sind hier diese Punkte. Jetzt sind die Abraham Schoß. Aber wir sind ja nicht auf seinen Schoß. Das ist ein... Oder bitte ausfärbbar. Also im Totenreich gibt es zwei Bereiche. Einmal Schoß Abraham oder das Paradies, wie der Herr Jesus das da genannt hat. Eben, das sind die Toten, die in Christus gestorben sind, errettet sind, aber die warten da in diesem Bereich und werden getröstet, bis die Entrückung kommt. Und die anderen, die eben verloren sind, sind, wie der Bruder Pavlos gesagt hat, auf der anderen Seite. Aber die können sich unterhalten. Wenn du Lukas 16 liest, dann siehst du, dass sie sich sogar miteinander unterhalten können. Das heißt, die sehen sich. Die hören auch aneinander. Und der andere, der verloren ist, im Hades, im Totenreich, der ist halt im Ort der Qual. Und wird gepeichert. Also es gibt zwei Bereiche innerhalb des Totenreiches. Also ist der Ort der Qual auch noch nicht die Hölle? Ja, man kann es als Hölle übersetzen, aber ja, also der Tod und der Scheol oder dieser Bereich des Hades wird am Ende in den Feuersee geworfen. Okay, okay. Das habe ich jetzt verstanden. Ich habe gesagt, weil Jesus sagte, du wirst heute in einem Paradies sein. Dann habe ich gedacht, okay, wenn er sagte, du wirst heute in einem Paradies sein, bedeutet das, ach, du wirst ja heute nie schon im Himmel sein. Nein, der Himmel ist noch, da ist nur der Herr Jesus, also als Gott. Der ist nur sein mit seiner Gottheit und die Engel. Und erst bei der Entrückung, wenn der Herr Jesus dann uns entrückt, die Lebendigen und die Toten im Totenreich, die errettet sind, die schlüpfen wieder in ihr Leib rein, in den Totenleib, aber dieser Tote Leib wird umgewandelt, eine perfekte Leib erschaffen für die Ewigkeit. Und dann gehen wir dem Herrn Jesus entgegen in die Luft und dann werden wir alle Zeit beim Herrn Jesus sein im Himmel. Ja, weil der Entrückung ist nur im Totenreich. Wenn er wiederkommt, dann hören die Toten auch seine Stimme. Genau. Genau. Genau, das ist die Welt auferstehen und in ihren Leib schlüpfen und dann werden wir alle entdrückt werden dem Herrn Jesus entgegen in die Luft und dann werden wir in den Himmel gehen. Und da findet die Hochzeit des Lammes statt. Hier auf der Erde aber wird die Apokalypse anfangen. Wie das aussehen wird, wenn auf einmal die Trompeten blasen und dann auf einmal dieses Schalle kommt. Ja, ja, klar. Das ist gigantisch. Menschen auf der Erde gesehen wird, weil er ja omnipräsent ist. Ja, dann bedanke ich mich sehr bei euch. Gottes Segen. Achso, weil ich nur sagen wollte, Amir, du weißt, Sona.com ist von amerikanischen Rechtsradikalen gemacht worden. Ja, genau. Sona von amerikanischen Rechtsradikalen Juden. Genau. Nicht vergessen. Genau. Sehr gut. Danke euch. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen. Tschüss. Ciao. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, da kam ja jemand rein, hat gesagt, Sona.com ist von Juden. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hallo, Mesopotamia. Meso. Mesudbutamia. Meso. Mesudbutamia. Mesudbutamia. Wir haben schon insgesamt 21.400 Gesamtaufrufe. Wahnsinn. Ja, sehr schön. weiter liken liken damit wir ersten platz haben auf tiktok ja genau durch das liken diese ganzen sachen die hier reingepostet ist heftig hallo 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 und euch alle und zwar ich wollte hartmann sagen dass ich kein christ bin aber man findet nur frieden bei christen ehrlich zu sein wünschte mir ganze welt christen zu sein man findet nur frieden bei christen ehrlich zu sein soll jeder das beweis weißt du auch warum christus selber gesagt hat ich gebe euch meinen frieden ein frieden den die welt euch nicht geben kann verstehst du obwohl ich kein christ bin also aber ich wünschte mir ganze welt christ zu sein dann hätten wir weniger probleme alles gereicht alles gehabt ohne nichts das ist genau richtig ja da hätten wir ein paradies auf erden und ich wünschte so hat sehr viele leute wie euch hat sollen weiter weiterentwickeln war ich sehr selten also bei uns überall soll sagen so wie ihr seid ich wünschte mir halt alle christen zu sein und sollen ab einmal nachlesen pissen darüber sprechen dass wie ist die religion das beste religion auf der welt ist christen also hat respekt das worte ich habe sagen und das wir wünschen uns natürlich auch mein lieber wenn so gut damit dass du auch zum herrn jesus kommt und dann auch bei ihm bitte ok ja und ja wie gesagt respekt für euch alle weiter so ja dann sehen wir haben mich angenommen haben alles klar einen schönen tag euch danke wird segne dich weil er wollte auch den händen jesus also also eigentlich hat er vieles erkannt frieden hat die liebe erkannt aber leider noch ein christ hallo einen wunderschönen guten abend amir und haben sie über gott segne dich schon eine familie dankeschön aber mir ich finde deine islam kritik zwar gut aber ich finde du erschaffst eine armee aus islam hetzern oder ich bin ehrlich deine leute die hier dich tagtäglich supporten die gehen in islam palästina themen rein machen dann muslime also alle muslime werden da potenziell terroristen begriffe wie shisha moslem ist alltag ich finde die muslime hängen shisha was ab und sie muslime was sind sie dann sicher moslems siehst du siehst also dass der begriff aktueller denn je ist ja bruder aber du weißt doch ein ein richtig frommer moslem geht nicht in die shisha bar ja aber der moment hat gesagt du kannst die leute nicht einfach aus dem islam exkommunizieren sie sind erst mal muslime ja aber so heuchler muslim deswegen musste sie wieder zum islam rufen so nach dem motto aber sie bleiben trotzdem erst mal muslim aber auch mir wenn du ehrlich bist der wahre islam für dich ist doch terrorismus oder nicht der wahre islam ist das was morgen praktiziert oder wenn er gesagt hat ich wurde angewiesen die gesamte menschheit zu bekämpfen dann weißt du was der islam ist also das heißt du interpretiert das so sobald ein moslem from es macht das für die welt genauso sieht es aus je mehr ein muslim sich mit seiner religion beschäftigt desto wahnsinniger kann er werden und und genau das ist halt das was ich meine mit der islam kritik wenn du das so den leuten wiedergibst dann die armen ich weiß nicht ob ich das so losgetreten habe dass auf einmal die leute aus dem boden schießen und genau fast dasselbe wie ich mache die kommen wie samengut aus der erde raus ja aber dafür kann ich nicht wenn die selber die gefahren des islams erkannt haben und dann auf einmal so versuchen auch irgendwie in meinen weg zu gehen ja was kann ich denn dafür okay ich wollte dir das nur mitteilen gottsegen ich bin für die verantwortlich jeder ist für sich selbst verantwortlich das muss doch immer noch bedenken das ist richtig aber ich finde die spaltung der gesellschaft ist noch viel schlimmer ja kann sein dass ich der erste war der auf einmal losgetreten ist und seinen sich getraut hat etwas zu machen und jetzt ist eine bewegung daraus entstanden und jetzt siehst du dass alle irgendwie so ein stückchen wie amir sind so also amir ich wünsche einen schönen abend gott segne dich dankeschön tschau amir hat alles ins wallen gemacht ja kann sein dass ich das gemacht habe ja aber ist doch gut dass wir dass ich das für alle erstmal diesen weg so vorbereitet habe und die leute dann mitbeziehen alle eine riesen riesen aufklärungsarbeit machen jeder von seinem standort jeder klärt den anderen auf so dass wir gewappnet sind versteht ihr das nicht wo ist denn da das problem einer muss sich nur trauen die anderen ziehen auf einmal mit wo ist was denn das problem kann ich kann ich was an mir ja ich bin auch christ und ich weiß dass unser lebendiger gott mit unser jesus christus aber was ich nicht verstehe ich finde das gut dass du unseren herrn verkündigt was sie verstehen warum die moslems uns fertig machen weil die sagen ja immer die die sind ja auch liebvoll und die dürfen andere religion nicht beleidigen und alles aber ich habe keine ahnung habe ich beobachte dein live jeden tag und ich sehe mal wie hass erfüllt gegen uns mal ein beispiel zwischen uns und denen wie hass erfüllt die sind ja du siehst du dass aller sagt verflucht sei derjenige der sagt dass jesus mein sohn ist suche 9 bis 30 ja und wenn ihr gut und schon verflucht ja wie soll denn ein muster mit uns umgehen ja und die dürfen wir auch menschen töten das dürfen wir nicht lauter bibel dürfen wir sowas nicht nicht so was sagen aber dürfen die das haben wir ja schlag mal suche 9 vers 5 auf und frag dich einmal selber ob das noch eine normale religion ist weil kosek will auch was sagen weil wir sind brüder wir sind glaubensspieler ja okay wir haben gleich die eine million geknackt leute heftig noch 100 haben wir alle tippen kann er mich sehen nein er hatte ich mal amir ja hallo amir hallo mein lieber gott segne dich und eine familie dich auch mein lieber möge er dir viel gesundheit geben und viel frieden und freiheit in frieden viel liebe in deinem leben mit sagt ja weißt du was mit dem von jesus mit dem apostel apost sind dass die aposteln von jesus die zwölf die zwölf jünger weiß was mit dem passiert ist sie sind alle als märtyrer in den tod gegangen alle als märtyrer trotz jesus seine ankündigung genau die wissen ganz genau dass sie den herrn jesus christus was sie haben den herrn ja gesehen muss man vorstellen ich habe den herrn jesus christus oder die geschwister alle auf der welt wir haben jesus christus niemals gesehen und wir kennen ihn nur von der schrift ja wir sind bereit auch unser leben für ihn zu lassen aber nicht in einer art und weise so wie allah das von uns verlangt in zure 9 fest 111 dass wir uns selbst nackentherapien sozusagen und andere nackentherapien damit wir sicher ins zimmer reich eingehen nein der wahre märtyrertod ist der dass dein leben für gott lässt in einer friedlichen art und weise verstehst du das ist das ist auch glaube ich das ist auch glaube ich die ganze warte das ist das richtige märtyrertum nicht dass du dich und andere leute mit in den dings reißt ja also ich denke mal du rede also du sagst ja schon gute sachen so ich vor ich folge dir auch und ich höre auch was du so sagst ich höre auch was die anderen leute sagen so aber ich sag mal so die älteste religion auf der welt ist die tue oder die älteste religion der welt da gibt es einige alte religionen die sie ja was ist der beginn der menschheit ist das mit adam und eva was religionen wie die entstanden sind und so das interessiert erstmal niemand es interessiert uns nur wie wir menschen gerettet werden woher wir kommen und wohin wir gehen nach unserem tod gibt es vor allem und eva was nein das ist der beginn das ist der beginn genau nein das ist nicht der beginn adam und eva war nicht der beginn wie jetzt ja woher weißt du das denn das sagt doch auch gott wo gott die erde erschuf die erde wurde nicht an einem tag erschaffen ja was meinst du warum gott sie in sechs tagen geschaffen hat und am siebten tag ruhte ja deswegen sage ich ja warum der gott diese weisheit dahinter ich bin immer noch am staunen sechs tage lang die erde er könnte ja in zwei sekunden schaffen nicht mal eine millisekunde könnte alles machen so verstehst du warum hat er das in sechs tagen gemacht und am siebten tag hat er geruht was meinst du was was ist was ist die weisheit dahinter die weisheit dahinter ist dass wir sechs tage arbeiten sollen und ein tag ruhen sollen sehr gut sehr sehr gut du hast es also erkannt du siehst also dass gott ganz schnell alles machen könnte aber dass wir im ebenbild gottes geschaffen sind und wenn gott diese dinge getan hat wilde etwas für uns auch dass wir das machen dass wir sechs tage arbeitet und am siebten tag ruhen ich bin ein mensch ich glaube an gott aber die religion hat nicht gott geschrieben oder so also ich kann ja auch nicht von gott religion kommt man menschen versuchen gott zu erklären verstehst du das evangelium ist keine religion das muss jedem bewusst genau also gott hat ja damals mose moses mit den zehn geboten ja hier ich habe ich bin jetzt der andere cousin aber ich habe mal jetzt eine kurze frage seit ihr denn ja wir sind russfamilie aber weißt du ich verstehe nicht warum also natürlich die muslime warum die das nicht einsehen wollen dass unser herr jesus die wahrheit ist stehe ich nicht die sagen ihr alle ist die wahrheit weil er selber von sich aus sagt ist dass er die wahrheit ist bis 22 6 bis 7 jesus ist gottes sohn sondern wir alle sind gottes kinder das sowieso sind wir sind sowieso gottes kinder jesus ist nur der sohn nein nicht nur jesus ist der sohn sondern wir sind auch gottes kinder jesus land sind wir gottes kinder nicht vorher also ein mensch der da draußen nicht von einem geboren ist einfach ohne glauben ist der ist nicht ein kind gottes so heute zorn gottes bleibt auf ihm nein nein du hast nicht verstanden wir sind kind gottes mir ja die wir den herrn jesus aber alle anderen die sind kinder des zorns nein wir sind alles kinder gottes aber die die sich weigern sind ja die kinder des zorns kann man aber einfach ist jesus gott für dich ja okay weil ich habe ihn in hintergrund gehört nur der sohn gottes deswegen nein jesus ist gott für mich weil da was erwartet du musst dir kummer du musst dir vorstellen der vater macht den sohn und der sohn wer zum vater und bitte nie wieder möchte ich sowas hören der vater machte so machte ich hab doch richtig gehört der hatte nicht als gott erkannt siehst du moderne das war mehrere leute der eine war glaube ich schon in ordnung der eine war in ordnung der andere war ein kritiker halt ja er wollte die bibel kritisieren möchte absolut sowas hier nicht hören kann mein geist nicht verkraften so was der vater hat den sohn gemacht der sohn ist der vater hat der hauptsache kommen wir haben gleich die eine million geknackt leute wir haben neunhunderttausend wahnsinn neunhunderttausend neunhunderttausend luftballon ja hab ich auch gesagt regen durch den hetzer sonnen da 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 hallo ich habe eine frage ja gott segne dich um deine familie du sagst ja dass ein beweis für dass das christ um die weiter ist dass es viele prophezeiungen gab richtig ja einer von ihren beweisen ok aber das ja es gibt ja auch in der torah prophezeiung in den hadithen prophezeiungen im koran prophezeiungen das war mit ein falscher prophet war und das steht noch nicht in den liefen nein ja doch soll ich das zeigen es gibt keine prophezeiungen in den hadithen was sagt denn moment ist ja kein prophet und nur propheten können ja prophezeien oder und wenn ich dir einen zeigen würde dann würdest du sagen er ist ein prophet nein weil wir beweise haben dass er kein prophet ist ok aber du sagst ja er keine prophezeiung gemacht 100 prozent hast du schon mal den sohn von hamas den muss ab hassan youssef kennst du denn tatsächlich nicht ne ja der ist ja aus dem islam ausgetreten der hat er die jugend der hamas hat er natürlich unterrichtet und alles und hat den islam verlassen für jesus christus und dann sagt in einem seiner interviews mohammed ist der einzige prophet prophet wenn man über profeten können wir keine prophezeiung gemacht hat weder den hadithen aber was mit der prophezeiung das zum beispiel die araber sich daran streiten werden wer die höchsten gebäude macht was keine prophezeiung wo sind denn die araber die streiten um die höchste gebäude in den vereinigten emiraten in dubai das machen die auch in new york nein die höchsten bei euch den dubai also in new york gibt es keine hoch wolkenkratzer das geht nur in dubai habe ich nicht gesagt das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt die höchste eine wahrheit immer omnipräsent seiner eine wahl ist auf alles zutreffen nicht nur für einen bereich okay aber was sind dann so für beweise aus christen um die wahrheit sind ist zum beispiel 700 jahre bevor jesus christus kam hat der prophet jesaja in torah gesagt dass der herr jesus kommen wird geboren wird als gott wird geboren als ein mensch und er wird gekreuzigt werden seine füße und hände werden durchbohrt werden wenn er unsere sünden auf sich nimmt okay ich habe mal eine frage zu einer profiteiung in der bibel in jesaja 27 steht wenn es soweit ist wird der herr den könig von asieren in dienst nehmen von jenseits des fahrt holt er ihn herbei er wird ihn als schermesser benutzen um euch das kopf abzuscheren und die schamhaare und den bart den ersten warte da steht beine rasieren und das steht bad rasieren nein steht nicht ich habe dazu vorgelesen steht nicht drin okay hier lesen wir mal vor bruder arme kannst du das mal vorlesen bitte hier sei ja 7 vers 20 nein 27 hat er gesagt oder was nein hier sei ja 7 vers 20 da steht nicht so drin wie er gesagt hat jetzt voll komplett gelogen hat er jetzt ich habe es vor mir ich habe auch du hast gelogen okay zu jederzeit wird der herr durch das gemietete schermesser von jenseits der euphrat strom ist nämlich durch den könig von assyrien das haupt und das haar an den beinen abrasieren ja auch den bart wird er weg nehmen wo steht der schamhaare oder so wo steht das also in dieser bibel also übersetzung hast du ich liest doch gerade aus der schlacht davor warum lügst du ich bin mir auch nicht sicher ich weiß nicht mehr sicher du lügner darauf damit zu rumzulügen ich weiß ich glaube ich glaube oder an ihr das habe ich muss ihnen auch weil sie alle dieses da was kript haben was der dachmann der dat vor 30 40 jahren schon thematisiert hat und die christen auseinander genommen hat kommt er damit vor 30 40 jahren okay das scheint in einheitsübersetzung wir haben die möglichkeit auf biblehub.com zu gehen und einfach mal einzugeben wir geben jesaja isaiah 7 vers 20 und dann können wir mal gucken was da so abgeht wir können ja eine urtexte sehen so an jedem tag wird der herr mannskripte mannskripte aus der leist gerade aus der neuen internationalen version aha da ist es natürlich drinnen deswegen berufen sich darum aber du weißt jetzt was besser so was die weit ist deswegen gehe ich gerade in den urtext rein und schau mal nach aber du hast ja keinen urtext es gibt ja 300 jahre lang keine manuskripte ich habe einen urtext hier vor mir es gibt keine urtexte redest du da natürlich gibt es einen urtext es gibt 200 jahre lang keine manuskripte nach nach raus wirklich der ist ein lügner der ist ja wahnsinn der sittlar da war studiert so ellikotts kommentar für englische leser soll der herr mit einem gemieteten rasiermesser rasieren besser mit dem rasiermesser die worte finden eine parallele in der aussage machte in zweite chronik 28 19 der begriff angeheuert bezieht sich auf den tribut den ahas tilgard Pilneser zahlen wollte. Er glaubte, sich einen Verbündeten zu sichern. Er mietete lediglich ein Rasiermesser. Vielleicht wird damit auch der Gedanke angedeutet, das Rasiermesser befinde sich in den Händen, in anderen Händen als ihm. Dass alle Anzeichen von Stärke hinwegfegen und ihm eine offene Schande hinterlassen sollte. Und Verachtung für alle, die ihn ansahen, 2. Samuel 10, 4, von Kopf bis Fuß, nicht einmal vom Bart verschont bis hin zu Misshandlungen, die das letzte extrem orientalische Schandtaten darstellten. Sollten er und sein Königreich seinen Feinden nackt und nackt zur Schau gestellt werden? Ja, genau, eine Niedelung. Möglicherweise gibt es eine Anspielung auf Leviticus 14, 9. Die Nation aussetzt sich in ihrer Schuld. Jesaja 1, 6. Braucht die Behandlung, die dem Aussätzigen bestimmen wurde? Siehst du, dass alles, was er gesagt hat, da mit dieser Dings, und dann gibt es hier im Kotex. Genau. Jetzt sag ich ja, Einheitsübersetzung ist die schlechteste Übersetzung in der heutigen Zeit im deutschen Raum. Nur Schlachter 2011-Väter, die könnt ihr lesen, weil die wirklich den Urtext von Form sind. Punkt. Siehst du, im Urtext steht nicht einmal was von Schamhaaren. Siehst du? Hier, rasieren, eine Glatze haben, sich rasieren, den Kopf. Und das ist das griechische Wort, warte. Ja, guck mal, man sieht es. Der Urtext spricht davon. Und ich sag ja immer wieder, die Elbefelder und die Schlachter 2000 ist ein Urtext nah. Der will alles richtig machen und macht auch richtig. Die anderen Übersetzungen braucht ihr schon nicht lesen, weil die nicht richtig sind. Ihr seht ja, was dann entsteht. Schamhaar, was ist das? Ist ja Wahnsinn. Und das haben die Katholik-Orthodoxen, solche Übersetzungen. Und was mit 1. Samuel 15, 3? Weil alles, was ihm gehört, dem Untergang, schone es nichts, sondern töte Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Kinder, Scheiße, Kamel und Ere. Du musst bitte dann auch das Volk Amalek betrachten. Und was hat Amalek getan? Ach so, was haben die Säuglinge getan? Also haben die auch was Böses getan? Was Amalek, das Volk Amalek getan, haben sie auch versucht, die Säuglinge der Israeliten zu töten? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Wie bitte? Was Amalek erklärt hat, war ein Gericht Gottes, was gestellt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, um das Volk auszulöschen. Und jetzt, wenn du das kritisierst, ja, ein Gericht wurde gesprochen, weil die angegriffen worden sind, die Israeliten von Amalek, ja, und dann sehen wir dann diese Differenz. Jetzt, wenn du es kritisierst, kritisierst du automatisch Allah, weil er hatte auch die Sintflut bei Eiche Noah geschickt. Sind da Babys nicht gestorben? Das weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Sind da Säuglinge da runter? Da wusste Allah nicht, dass da unschuldige Säuglinge, Frauen, Schwangere, alles da drunter waren? Aber er hat ja nicht befohlen, dass man sie umbringen soll. Mein Bester, wo Allah die Eiche Noah befohlen hat, ja, und die Sintflut geschickt. Als er Sodom und Gomorra auslöschte im Koran, waren da Frauen, Kinder und Babys da drunter? Weiß ich nicht. Ja, Wahnsinn. Weißt du nicht, aber du beschäftigst dich auf einmal mit 1. Samuel 15, 3, obwohl dein Gott das prüft in Suche 2, 248 bis 252. Ja, aber er hat ja nicht, wie dein Gott, befohlen, angeblich in der Bibel, dass man Säuglinge töten soll. Der hat eine ganze Stadt auseinandergenommen, der Allah. Warum musst du das Thema wechseln? Warum musst du von deiner Bibel abhauen? Schämst du dich für deine Bibel? Das kannst du gar nicht. Ich will dir nur sagen, dass das, was du gerade sagst, den Allah vernichtest. Verstehst du? Das ist das. Okay, okay, okay. Wie kannst du denn Allah denn seine Religion akzeptieren? Okay, ich habe noch mal eine Frage, ne? Nee, das ist noch mal eine Frage, ne? Warum diskutierst du meistens immer mit so unwissenden Muslimen? Warum gehst du nicht mal mit Anna's Islam in Allah? Ich wusste es, wie ich das wusste. Das sind alles dieselben. Das sind alles dieselben. Alles. Alle. Taurin. Ah, das ist der Taurin, der hoch wollte, Bruder. Taurin. Der hätte ich auseinandernehmen. Taurin. Hallo. Ja. So, ihr habt ja eben gesagt, dass euer Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen hat und einen Tag geruht hat. Beziehungsweise, dass man sechs Tage arbeiten soll und einen Tag ruhen soll. Stimmt das? Ja, Taurin, ja. Was passiert mit den Menschen, die am siebten Tag arbeiten? Nach dem alten Gesetz dürfen sie ihre Arbeit nicht machen. Sie müssen ruhen. Das ist der Sabbat, der eingehalten werden muss. Genau. Was passiert mit den Menschen, die am siebten Tag arbeiten? Sag du mir, was passiert mit den Menschen, die am siebten Tag arbeiten? Ja, laut 2. Mose 31, 15. Ja. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist Sabbat, ein heiliger Ruhrtag für den Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbat-Tag, soll des Todes sterben. Ja. Wem hat er dieses Urteil oder beziehungsweise dieses Gesetz gegeben? Sag mir das. Seinem Volk Israel. Bist du ein Jude? Nein. Warum beziehst du dich beim Alten Testament? Was machst du dann? Was meinst du? Bist du ein Jude, dass du zurückgehst zum... Nein, zurück kein Jude. Aha, siehst du. Gelten die alten testamentarischen Gesetze für uns Heiden, die zum Herrn Jesus Christus gekommen sind? Ja. Was? Ja. Ah, die gelten für uns. Wofür ist dann Jesus Christus gekommen? Genau, ich höre die Vögel zwitschern. Traurig. Genau, ich höre die Vögel zwitschern. Da habt ihr es gemerkt, ne? Wahnsinn. Traurig. Aber die beschäftigen sich alle mit dem einen Testament, aber nur ein Testament nie gelesen. Warum ist das bei dir so im Hintergrund so laut, Pavlos? Was ist da los? Familie, Familie. Familie. Da ist doch wieder die italienische Familie. Oh, Goccibo, endem elé. Jetzt gibt es wieder schönes Espresso. Da weiß Andi, da weiß Andi nur Hallo und wie geht's dir und ich liebe dich. Oh, mon amizé. Das stimmt wirklich, ja. Das ist wirklich so. Ich liebe dich, ich liebe dich auch noch. Was machst du heute? Hey, komm mal. Du denkst, die bringen sich gleich um. Das ist genauso wie bei den Arabern. Ich konnte nicht mehr so. Ich habe einen marokkanischen Kollegen von mir, ne? Der hat mir eine Geschichte erzählt und der kann das sehr gut erzählen, ne? Ich bin fast vor, ich bin, ich war auf dem Boden, am Lachen, am Schreien, alles. Ich konnte nicht mehr. Ich war Bibi in den Hosen gemacht. Ich erzählte mir von so zwei Libanesen, die sich so getroffen haben, aber mitten auf der Straße stehen geblieben sind, Fenster runter gemacht haben. Der eine den anderen so angebrüllt hat. Und der versteht den Arabisch. Dabei haben die nur miteinander so, wie geht's dir, was machst du? Aber in einer Form, das war unglaublich, wie der das so nachgemacht hat. Ich konnte nicht mehr. Ich lag auf dem Boden und die sind so mitten auf der Straße stehen geblieben, die Autos am Ruf sind und die sind einfach... Ich konnte nicht mehr. Wie der das so nachgemacht hat. Genau, die Libanesen genauso. Die reden immer ein lautes Organ, wo wir nur fragen, wie geht's dir? Sagen immer so, tut aposto! Schreiben wir dann immer so richtig. Ich habe eine Frage, weil er auch gerade über Juden gesprochen hat und da habe ich gleich mit meiner Frau drüber diskutiert. Die Juden in Israel, die leben ja nach dem Alten Testament noch, oder? Im Alten Bund, ja. Aber sie dürfen ihre Strafen in Israel nicht ausleben, weil der israelitische Staat dagegen ist, ne? Du darfst nicht einfach... Ah, okay. Ja, achso, okay. Ja, ja, okay. Das ist ja die einzige Demokratie im Nahen Osten. Ah, ja, okay, okay. Jetzt verstehe ich das. Dankeschön. Okay. Gott segne dich schon an der Familie. Ich auch, mein Lieber. Gottes Segen. Boris. Boris. Schicken die Einladungen aus Langeweile? Aus Versehen. Manche machen es einfach aus Versehen. Die denken dann, oh nein, ich bin da drinne. Ich muss schnell raus. Oh nein. Oh Gott, ich bin hier drin. Oh Gott. Was mache ich jetzt? Hallo. Hallo. David. Ja, siehst du der auch? Alle aus Versehen. Der denkt sich auch so, boah, was mache ich jetzt? Ja, Leute, wenn ihr einfach so aus Versehen eine Anfrage schickt, dann schickt, dann guckt doch nochmal nach, ob ihr das gemacht habt, nicht gemacht habt, ob ihr rein wollt oder nicht rein wollt. Hallo. Hallo. Hi, freut mich jetzt, dass ich drin bin. Ich wollte dir sagen, dass ich ultra feiere, dass das, was du machst, ich feiere das so richtig stark, finde ich. Aber nochmal kurz vorhin, zu der Frau, die gesagt hatte, dass ihre Tochter zum Islam konvertiert ist. Weißt du noch, die Frau, die vorhin drin war? Ja. Ich fand es nicht so korrekt, dass wir die Mutter dafür verantwortlich gemacht haben und dass die Mutter dafür... Du verstehst das nicht? Sie hat ein Maß an Selbstverantwortung für ihr Kind zu tragen. Und wenn sie uns erzählt, dass das Kind übelst in der Welt war und einfach voll konsumiert hat, in Diskus gegangen ist und so, wo war die Mutter, um ihr Kind zu schützen? Ja, aber ich weiß nicht, ob du dieser Aufsehungspflicht heute so 100% nachgehen kannst, weil letztendlich können die Kinder... Einige. ...können die Kinder halt eben sagen, dass sie das und das machen und dann gehen sie halt eben trotzdem da und da hin oder machen das und das. Und vor allem, wenn sie 18 ist, dann ist es immer schwer, vor allem hier in Deutschland dafür so ein bisschen den Überblick zu behalten. Also ich kenne es aus Freundeskreisen und so, dass es halt eben alles ein bisschen schwer ist, immer so nachvollziehen zu können. Trotzdem, wie ich das gerade eben erklärt habe, hat jeder ein Eigenmaß an Verantwortung mitzubringen für seine Familie, für seine Familienbande und um sie zu kümmern. Und wenn du siehst, dass dein Kind auf einmal da loszieht und Dinge tut, die absolut ultra brutal sind, da musst du als Mutter hingehen und das versuchen erstmal gerade zu biegen. So wie mein Bruder auch gesagt hat, der meinte, erstmal gehst du selber Buße tun für das, was deine Tochter getan hat, dass du sie nicht aufgeklärt hast und für sie da warst mäßig. Vielleicht warst du für sie da, aber du hättest deine Tochter erstmal über die Bibel aufklären müssen, von klein auf. Okay, ja, okay, ja, den Punkt verstehe ich, den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Der Satan läuft ja umher wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen, wenn er kann. Und genau die Tochter hat dann verschlungen. Das ist das. Deswegen immer ihr vor dem Satan verschließen. Eure Kinder aufklären über den Islam und ihnen sagen, wer Jesus Christus ist und mit ihnen darüber sprechen. Ganz einfach. So einfach ist das. Je mehr ihr redet mit euren Kindern, je mehr ihr sie aufklärt, desto leichter, also desto, die sind dann nicht mehr leicht oder anfällig, sich manipulieren zu lassen oder beziehungsweise sich da irgendwas einreden zu lassen. Verstehst du? Wenn dein Kind also aufgeklärt ist oder wenn eure Kinder aufgeklärt sind, dann sind sie nicht anfällig, sich mit so einem Unsinn dazu vergiften zu lassen von denen. Mit dieser Dauerpropaganda-Unsinn da. Ja, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Und ich habe noch eine Frage, wie betet man so richtig? Weil ich meine, ich bin, ich gehe jetzt noch nicht so lange diesen Glauben so extrem hinterher wie jetzt aktuell. Ich gucke jetzt auch schon seit, ja, seit längerer Zeit auf jeden Fall deine Videos. Ich gehe regelmäßig sonntags in den Gottesdienst. Aber ich weiß nicht ganz, wie man so richtig betet oder für jemanden betet. Sprich man da, spricht man da Gebete? Ein Gebet aus dem Herzen. Du sprichst ein Gebet aus dem Herzen, entweder zum Vater oder zum Sohn. Die Bibel kennt nur zwei Adressen der Anbetung. Das ist einmal der Vater und einmal der Sohn. Und so sieht es aus. Ja, das ist klar, dann gucke ich mal, wie ich es mache. Ja, das ist kein Problem. Du kannst einfach aus dem Herzen zum Herrn Jesus Christus beten. Du kannst sagen, Herr Jesus Christus, so wie ich das immer mache. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich preise, lobe, ehre deinen heiligen Namen und danke dir von ganzem Herzen, dass ich jetzt zu dir beten darf, dass ich zu dir gehöre. Ich danke dir von ganzem Herzen. Einfach, einfach ihn zu loben, ihn zu ehren. Das ist schon mal das Erste, was du machst. Und dann bittest du ihn einfach für Dinge, die in deinem Leben gerade geschehen. Bittest du für andere Menschen. Du sollst ja auch für andere beten. Ja. Und dass du ihm dankbar bist, dass du aus Gnade errettet bist. Immer und immer wieder. Danke, Herr, dass du mich ausgabst. Ich kann dir ein schönes Gebet machen. Bitte? Jetzt kannst du jetzt einmal schön beten, damit dann, es sieht auch, kommen wir beten miteinander. Ja, mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen her, dass ich jetzt diese Gunst der Stunde nutzen darf, um dich zu loben, preisen und zu ehren. Und dein Name hier kundzutun, Herr Jesus Christus, dass du der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bist, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen her, dass wir zu dir gehören und dass du uns, elende Sünder, ja, trotzdem liebst für das, was wir in unserem Leben getan haben und noch tun, Herr. Denn wir sind immer noch in diesem sündigen Körper gefangen, Herr. Und, ja, freuen uns eines Tages auch von diesem Leib erlöst zu werden und dann mit weißen Kleidern bekleidet zu werden und einen neuen Leib zu bekommen im Himmelreich, ja, wo wir dann die schönen Gottesdienste schauen, die dich umgeben, Herr Jesus Christus, und dir ganz nah zu sein, wo du bist. Herr, wir danken dir von tiefstem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du die Strafe, die wir verdient haben, auf dich genommen hast und uns losgekauft hast, Herr, mit deinem heiligen Blut, das du für uns vergossen hast, unter Schmerzen, Tränen, Leid, das können wir niemals nachvollziehen, Herr. Aber wir möchten dich anbeten und dir danken, Herr, dass du, ja, deine Herrlichkeit, dein Königtum da oben verlassen hast und als dein sterbliches Wesen hier auf diese Erde kamst und uns ganz nah sein wolltest. Du bist der Gott der Liebe und du hast deine Liebe bewiesen, nicht nur in Sachen reden, sondern du hast deine Liebe bewiesen in Taten, Herr. Und du bist der wahrhaftige Gott, Herr Jesus Christus. Und meine Knie beugen sich vor dir. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle, die das hören, auf dem Weg zum ewigen Leben sind, Herr Jesus, dass sie gerettet sind in dir, dass du sie segnest, behütest und beschützt, dass sie dir nachfolgen, dir die Ehre geben und dich loben, preisen und ehren, so wie wir das jeden Tag machen, Herr, dass du sie zu deinen wiedergeborenen Christen zählst und sie wahrhaftig im Buch des Lebens verzeichnet sind, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen her und bitte dich auch von tiefstem Herzen her für unsere Geschwister, die gerade, ja, wieder Leid erfahren, Herr, durch den Islam, durch die Muslime, die sie verfolgen und ja, eventuell auch in die Ewigkeit geschickt werden, weil da jemand ist, der Widersacher, der nicht möchte, dass wir zu dir gehören und wir sogar noch dich abschwören. Aber das werden wir niemals tun, denn wir werden zu dir stehen und wir werden alles geben, so wie du alles für uns gegeben hast. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. So ungefähr klingt dein Gebet. Sehr gut, danke schön, dass du es mir nochmal kurz vorgemacht hast. Und vorhin hattest du auch gesagt gehabt, dass du, also dass so katholisch und evangelisch zweitrangig sind, also dass es nicht so, dass es nicht so von Bedeutung ist. Also ich versuche nicht, ich bin katholisch eigentlich. Was von Bedeutung ist, ist Jesus Christus. Der ist von größter Bedeutung. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Er ist die zentrale Ruhe deines Glaubens, deines Lebens. Er ist alles in deinem Leben, dein Ein und Alles. Er muss die Nummer eins sein. Danach kommt erstmal alles andere. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, weil ich bin ja katholisch und ich rede da auch öfter mit meiner Oma mal drüber. Und die beharrt so sehr da drauf. Ich hatte nur, bei uns ist das ja so, wir machen Firmung und dann, wir machen Kommunion und dann kommt Firmung. Und diese Firmung habe ich nie gemacht. Und die beharrt da die ganze Zeit drauf, dass ich das nachmachen soll. Und dann... Du kannst dich hinsetzen. Im Zeitalter des Internets kannst du Eigenrecherche betreiben. Du kannst sehr viel über den Glauben herausfinden. Damals ist es natürlich schwieriger gewesen. Du nimmst dir also die Bibel zur Hand und dann liest du erstmal, wenn etwas unklar ist, hast du natürlich das Internet zur Hand, kannst du nachschlagen. Versen, du kannst in den Urtext rein, kannst du Wort-für-Wort-Studie unternehmen. Das ist doch wunderschön, dass du bist noch jung, du kannst jetzt Zeit, du kannst dir immer wieder Zeit für Gott nehmen, weil Gott auch für dich Zeit genommen hat. Du bist Gott wichtig und lass ihn auch wichtig sein in deinem Leben. Okay, danke Armin, ich bedanke mich erstmal bei dir. Und danke, dass du mich überhaupt live reingeholt hast. Und herzlichen Glückwunsch übrigens zu den 1 Millionen Likes. Ja, das spielt keine Rolle. Mit diesen 1 Millionen Likes reichen wir viele Menschen. Und das ist auch ein verdienstes an die Geschwister, an jeden, der geliked hat. Gott segne jeden Einzelnen. Alles klar, Gott segne dich, ciao. Luca, ich wollte dir sagen, die Wiedergeburt, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und hör nicht, was im Kommentar gesagt wird, wie job.org, das ist Zeugen Jehovas, nicht hören. Das ist eine Ehelehre. Nein, der weiß das doch. Was heißt denn genau Wiedergeburt? Wie mache ich das? Ja, Bruder Amir, erklär dir das mal. Wiedergeburt geschieht dann, wenn du deine Knie vor dem Herrn Jesus Christus beugst und deine Schuld komplett vor ihm bereust und quasi zusammenbrichtst. Das muss wie so ein Film vor dir ablaufen, dass du ohne Jesus Christus die ganze Zeit gelebt hast und ihn bittest, einfach deine Schuld zu tragen. Dann beginnt die Wiedergeburt. Ich habe die Kirche verlassen, weil ich anerkannt habe, die Bibel ist sie, weil Jesus ist sie. Ich habe alles verlassen für Jesus Christus, weil ich nur an ihn glaube und in ihn nachfolge. Jesus ist Gott und der ist der Allmächtige, unser Retter, der, der alles erschaffen hat. Er ist der Schöpfer wie die Schöpfung. Und wenn du ihm nachfolgen willst, dann lässt du alles weg von diesem ganzen Ehelehre und Volk ziehen mit ganzem Herz und mit ganzem Verstand und Liebe nach. Du kannst meine Videos sehen. Ich habe die katholische Kirche schon lange aufgedeckt. Er ist der Luca. Geh ins Gebet, wenn du das erkannt hast und dann nimm den Herrn Jesus richtig an. Sei von neuem Geboren. Und bitte hör nicht auf den Kommentar. JW.org findest du alles. Das ist alles Lüge. Das ist ein Jehovas. Stimm dir mal bitte. Ich schicke dann mal gleich dein Profil noch ab. Und dann gucke ich einfach mal, wie ich es mache. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch. Gott segne euch auch. Gott segne dich. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. 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 Hallo Mann, lieber Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch auch. Jungs, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe sehr viel mit Muslimen zu tun. Und man lernt ja auch viel, wie man bestimmte Suchen auch anwenden kann. Aber habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass es bei manchen einfach nicht möglich ist? Ja, weil zu viel Kamelurin im Spiel ist. Wenn die zu viel Kamelurinisiert sind, dann kommt es auch nicht mehr durch. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich der Kamelurin, der den zu schaffen hat. Sonst, wenn man weniger Kamelurin trinken würde, wird ja einiges durchkommen. Aber er kommt ja nicht. Das ist alles Problem. Wir haben ja immer noch die Liebe in uns. Wir wollen diesen Menschen ja trotzdem noch bekehren. Weil wir ihn vielleicht kennen, weil wir ihn von der Schule noch kennen. Dann können wir das Ganze doch nicht einfach so abbrechen. Nein, nein, nein. Du kannst ihn von Jesus Christus erzählen. Wenn sie partout nicht hören wollen, dann sollst du den Staub von deinen Füßen abwischen und weitergehen. Ja, das ist ja fast schon wie ein Gericht, wenn wir das so tun. Ja, aber das sagt der Herr Jesus, nicht ich. Ja, ja, schon klar. So einfach ist das. Entweder wir müssen zum Herrn stehen oder zu wem stehen wir denn? Zu Menschen oder was? Ja, und deine Erfahrung sagt, einfach abbrechen und weiter zum nächsten oder wie? Du sollst das Evangelium verkünden, wenn diese Leute partout nicht hören wollen und die ganze Zeit mit dir da rumdiskutieren sind und das auch nicht verstehen wollen. Ja, was willst du denn deine Zeit noch da verschwenden? Ja, eben. So einfach ist das. Dann gehst du, putzst deine Füße, Staub von deinen Füßen und gehst weiter zum nächsten. Und der Herr wird das dir anrechnen. Okay, das war die einzige Frage. Vielen Dank, dass ich hochkommen durfte. Bis zum nächsten Mal. Gott. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Jesus. Shalom, meine liebe Geschwister. Gott segne dich und Gott. Gott segne alle Leute, die hier drin sind. Lass die Liebe Jesu wirken, meine Geschwister, und verkündet das Evangelium unseres Herren. Amen. Ja, eben, ich konnte dich einmal mit dir sprechen. Ami heißt du, ne? Ich heiße Dr. Cheikh Abu Amir, den Arzt, den die Muslime verhauen. Im Vertrag. Oder ich höre dir, ne? Ich liebe deine Streams. Ich liebe auch meine Streams. Meine Streams sind so gut geworden hier auf TikTok. Wenn die Muslime ihre eigene Religion nicht kennen, das ist bau, bau, bau. Und die können das nicht akzeptieren. Was redest du da? Da steht dich in den Koran. Lachen ist das Segen Gottes. Vielleicht möchte Huda uns etwas erzählen. Lass Muslime in deine Ruhe. Lass Muslime in deine Ruhe? Lass Muslime in deine Ruhe. Huda, komm hoch in deine Ruhe. In deiner Ruhe liegt die Kraft. Immer lieber Grüße zu deiner Familie. Danke euch auch. Eine liebe Grüße, meine Geschwister. Huda, Huda, Huda. Huda. Hallo, hallo. Gott segne euch alle. Danke dich auch, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich feiere deine Lives richtig krass. Und ich finde das cool, was du machst, so dass du den Leuten auch den wahren Weg zeigst. Und ja, ich wollte dich nur mal fragen, so wie du eigentlich so diese Liebe, so wie gehst du eigentlich damit um, wenn du zum Beispiel andere Religionen hast und zweifelst du eigentlich auch manchmal so am Glauben? An meinem Glauben? Ja, so bist du zum Beispiel, hast du, ich lese ja die Bibel gerade intensiv und ich bin jetzt beim fünften Buch Mose. Und manchmal kommen da so Dinge, die ich nicht so verstehe oder zum Beispiel auch das mit zum Beispiel den Tieren. In den Zehngeboten steht ja, dass man nicht töten darf, aber wir dürfen Tiere töten zum Beispiel. Und da gibt es ja so Dinge, die ich manchmal nicht ganz verstehe. Weißt du, was ich meine? Du siehst ja das, dass der Herr zum Beispiel sagt, ihr sollt nicht töten, aber wenn er zum Beispiel Gericht hält über verschiedene Völker, da musst du aber auch beachten, dass diese Völker etwas getan haben, warum der Herr dann das macht, was er macht. Verstehst du? Und Tiere sind den Menschen gegeben worden, damit sie ihnen dienen, aber auch zur Speise. Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Und ich habe noch eine Sache. Ich war in deinem Live vorher drin und du hast irgendwas erzählt mit einem hohen islamischen Gelehrten, der irgendwie erlaubt hat, dass man sich Leder-Dingens einschiebt oder so und guckst. Welches Buch war das nochmal? Das war in Bader Alpha White in Band 4 auf der Seite 94 bis 95. Ich danke dir, Armi. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Gottes Segen, mein Lieber. Gott Segen. Wo ist mein Bruder eigentlich hin? Der Hetzmaster. Fratello Reza, bist du noch da? Signore Reza. Hallo, Gottes Segen, Armi. Gott Segen dich, Milal. Ja, Gottes Segen, Reza. Paolo ist Gottes Segen. Armi, ich habe da mal eine Frage. Ich meine, jetzt seid ihr drei. Das ist für mich, danke dem Herrn, dass ihr da seid. Ich habe hier bei 5. Mose mit der Ehescheidung, weißt du, 5. Mose 24, das ist von 1 bis 4. Ja, ich habe das so oft schon durchgelesen, ja. Könnt ihr mir da eventuell schauen? Vielleicht habt ihr das ja geistig anders in Auge oder was das heißt. Scheidebrief oder was? Ja, der Scheidebrief, ja, Scheidung, über Scheidung geht es da. Soll ich mal, kannst du da, hast du das vor dir, Armi? Nee, lies mal vor. Ich lese mal vor, ja, wenn ich darf. Ja, okay. Hier steht bei 5. Mose 24, 1, ja. Wenn jemand eine Frau nimmt, und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus dem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird wieder die Ehefrau eines anderen Mannes. Aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht noch mal zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Gräuel vor den Herrn und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken und dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Ja, genau. Also heißt das, also ich versuche, ich sage erst mal, wie ich das verstanden habe, dann könnt ihr ja sagen, ob das richtig oder falsch ist. Also wenn eine Frau einmal geheiratet hat, ja, und der Mann irgendwie, die haben sich gestritten, keine Ahnung, irgendwas, dann hat sie sich geschieden, hat den Scheidebrief gekriegt und heiratet dann noch mal, auch wieder mit einem Brief und findet wieder kein Wohlgefallen und ist wieder was passiert, dann kam sie nicht, weil sie das zweite Mal geheiratet hat, nicht mehr zu dem ersten Mann zurück. Richtig? Also das gilt erstens für den Alten Testament an Israel. Warum Israel? Weil der hat ja extra sogar erwähnt, das ist Gott schon vorgelesen am Ende, weil du Israel nicht beflecken sollst. Das liegt daran, in Israel, da wohnt ja Gott mit den Tempeln und da muss heilig sein und das muss gegenüber alle anderen Länder und Völker anders sein. Und das war so, nicht wohlgefallen heißt, die hat was Schreckliches getan diesbezüglich, was für eine Scheidung legitimisiert und die durften, und dann durfte der Mann sich scheiden lassen, ist kein Problem. Die hatte natürlich noch die Chance, noch mal zu heiraten, weil erstens diese Frau wird ansonsten alleine und verhungert, na, ist klar. Und dann hat er auch gemacht und dann sehen wir, oh, wieder was. Man kann es ja nicht einfach so eine Scheidung einreichen. Das muss schon was richtig Heftiges sein für eine Scheidung, Ehebruch zum Beispiel. Ja, und wenn die da wieder ist getan, na gut, dann ist das die Zucht, dass die halt dann ohne Mann ist und dann quasi stirbt, weil die kann auch nicht arbeiten. Die muss dann verhungern und verdursten, außer jemand gibt ihr Essen und Trinken umsonst von den ganzen Leuten drumherum, aus Genade. Weil Israel muss reingehalten werden, das Böse muss aus der Mitte getan werden. Es ist sogar auch Steinigung war sogar ins Spiel. Na, wenn jetzt mit Zeugen da sind, weil es war wichtig, die Zeugen auch da zu sein. Na, zwei Zeugen, die dann auch die Steinigung ausführen, wenn ein Ehebruch beispielsweise auch geschieht, oder generell verschiedene Punkte. Und Israel muss reingehalten sein. Das Böse muss aus der Mitte weg. Und was ist heute der Sinnbild? Erstgründer Kapitel 5, Vers 12. Ihr habt ihr nicht die zu richten, die in eurer Mitte sind, denn die sind schon gerichtet, außerhalb der Gemeinde. Weil die in unserer Gemeinde sind, die mitwirken wollen, die müssen wir richten, wie anhand der Bibel und anhand der Schrift und den vorweisen und sagen, ey, so geht das nicht. Und dann steht dort drinnen, das Böse muss aus der Mitte hinweg. Und der, der es nicht macht, der handelt nicht nach Wort Gottes. Der liebt auch Gott nicht, weil er nicht handeln möchte. Der juckt das ja anscheinend nicht. Deswegen ist Richten mit guter Entscheidung gut. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand in unsere Mitte kommt, sich als Christ ausgibt und sagt, Jesus ist nicht Gott, würdest du ihn dann aufnehmen und sagen, das hast du sehr gut gemacht oder würdest du sagen, nee, nee, mit sowas würde ich nichts zu tun haben? Wenn du dich Christ nennst. Würde ich nichts mit zu tun haben. Das tut den Bösen aus eurer Mitte. Das, was er da sagt, ist böse. Ah, okay, okay. Dann habe ich das verstanden. Und bei Korinther ist ja nochmal da zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich bin ja ein Wiedergeborener. Ich bin ja mit dem Herrn Jesus Christus. Ich habe geheiratet, habe aber die Erkenntnis vorher nicht gehabt, dass man, wenn man verheiratet ist, dass man sich nicht scheiden lassen soll. So, jetzt habe ich mich, sagen wir mal, als ich den Herrn ja noch nicht in mir hatte, also nicht angenommen hatte, habe ich geheiratet gehabt, aber habe dann eine gläubige Schwester gefunden, habe mich von der Frau getrennt gehabt und habe mit ihr geheiratet. Würde das gehen? Würde sowas gehen? Warte, warte, kurze Frage, warte. Du bist wiedergeboren? Deine Frau, die du genommen hast, ist die auch wiedergeboren? Nein, also die neue, sage mal, ja. Nein, nein, die alte, wir reden von alten. Nein, nein, nein. Okay, du wusstest aber nicht, weil eigentlich nur eine Wiedergeborene darf man ja heiraten, wusstest du aber nicht, ne? Nein, das wusste ich ja nicht. Oh, wusste ich nicht. Okay, dann ist die aber deine Frau, weil du es dann herausgefunden hast, die erste, ja? Und wie ist es zur Scheidung gekommen, was ist passiert, Ehebruch, oder wer hat sich scheiden lassen? Ähm, nee, das war dann, das war so, also wir waren schon eine sehr, sehr lange Zeit getrennt, schon über fünf, sechs, sieben Jahre getrennt lebend und war nur, nur halt, dass noch verheiratet da, von meiner Seite aus. Also wir haben keinen Kontakt, nichts gehabt und war halt getrennt, war mal. Aber wer hat die Scheidung eingereicht? Ich habe die eingereicht. Ja, dann darfst du keine neue nehmen, weil du darfst nicht einfach, warte mal, lass mal so denken, erst Korinther 7 war das, ja, steht ja detailliert so drin, 7, und wir dürfen nicht vergessen, du darfst nicht die Scheidung einreichen. Warum? Du musst bei deinem gläubigen Ehepartner bleiben, bis der Tod die scheidet, das weißt du, ne? Genau, die dürfte sich scheiden, sie hätte das Recht gehabt, du nicht. Außer sie hat Ehebruch gemacht, dann hättest du das Recht. Okay, und sag mal jetzt, ich bin jetzt bei meiner alten Frau wieder zurück und mit der, die ich geheiratet hatte, kann ich die dann scheiden lassen? Aber jetzt gibt es eine neue Sache, die jetzt ein bisschen anders ist, weil die alte Frau, die ist keine Gläubige, aber du bist mit dir fein, bist du noch auf Papier verheiratet oder jetzt nicht mehr? Nicht mehr. Nicht mehr, ja, die kannst du nur nicht mal zurücknehmen, weil die erstens nicht wiedergeboren ist. Jetzt ist das Ding, eine gute Frage, ob er jetzt wieder heiraten darf, eigentlich sogar laut der Schrift nicht. Ich würde jetzt Bruder Reza am besten fragen. Ja. Eigentlich laut der Schrift nicht das gelesen hat, da dürfte er jetzt nicht mehr heiraten, weil er selber die Scheidung eingereicht hat und eigentlich vor Gott eigentlich noch als verheiratet gilt. Und die Frau, die jetzt, sagen wir mal, früher, wo ich mit Samba, die kommt jetzt zum Glauben. Ja, dann kann sich die zurücknehmen, ja. Ja. Aber jetzt, ja, Bruder Reza bäts am besten gut. Ich lese mal vor, was der Apostel Paulus sagt bezüglich der Scheidung und Wiederheirat. Das ist erst Korinther 7. Ja, bei Ihnen ist es ein ganz spezieller Fall, weil die alte Frau ist eine Nicht-Gäuse. Damit wir ungefähr eine Ahnung haben, was der Apostel Paulus sagt. Er antwortet auf Fragen der Korinther zur Ehe und Ehelosigkeit. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Guck mal, wie wundervoll der Apostel Paulus ist. Genau das Gegenteil, wie das, was Mohammed da gelehrt hat. Wenn der Mann da kommt und die Frau gerade hoch am Höcker sitzt und der ruft seine Frau, komm mal her, jetzt machen wir ein bisschen ihr Dings. Ich musste direkt darüber nachdenken, dass der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes Gottes Worte, wie sie auch wirklich sind, uns mitgibt, wo wir die Heiligkeit so merken. Und dann siehst du auf einmal die Unheiligkeit, was Mohammed da macht. Der hat sich selber noch nicht mal so unter Kontrolle, sieht, also der ist mit seinen Sahabis so an der Ecke am Stehen, auf einmal kommt so eine Niqab-Frau vorbei, der flippt aus von was auch immer, der da angeregt wurde, rennt zu seiner Frau Zeynep, schläft er mit ihr und dann kehrt er wieder zurück zu seinen Sahabern und sagt zu denen, wenn ihr also so eine Frau seht und ihr auf einmal so Verspüren habt, also wenn ihr geil werdet, dann sollt ihr schnell zu euren Frauen rennen und mit ihr machen. Guck mal, der hat sich gar nicht unter Kontrolle. Vor allem nicht wie viele, ne? Weiter. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft einer Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Denn ich wollte alle, warte mal, das sage ich aber aus Nachsicht und nicht aus Befehl, denn ich wollte alle Menschen wehren wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Lebendigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Denn, siehst du, das ist auch für ihn. Wenn er zum Beispiel sich nicht enthalten kann, dann muss er in die Ehe gehen. Ja, natürlich. Das ist ja kein Unrein. Nur Bruder Amir, aber nicht verwechseln. Jetzt gibt es aber eine gewisse Zucht, wenn man schon verheiratet ist und dann einen Fehler macht. Da müssen wir erst Korinther 7 lesen. Jetzt kommt das Verbot der Ehescheidung. Guck mal, jetzt kommt das Verbot der Ehescheidung. Den verheiraten aber gebete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und das Gleiche ist ja auch mit Mann und Frau. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, so soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber... Es gibt aber nur, wenn die ungläubige Person die Scheidung einreicht, nicht die Gläubige. Jetzt sieh es weiter. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Du sprichst auch zu den ganzen Christinnen. Die auf einmal einen muslimischen Mann heiraten und sich denken, ich werde ihn schon zu Jesus Christus bringen. Eine fatale Folge. Das sagt der Paulus, mach das nicht. Denn weißt du, Frau, Christin, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Das habe ich ja alles verstanden. Also mir ging es jetzt hauptsächlich darum, also in der Phase, als ich ja nicht gläubig war, ja, also den Herrn noch gesucht habe, da ist ja die Scheidung, hat ja stattgefunden. So, und dann habe ich geheiratet. Ach, die Scheidung hat stattgefunden, wo du noch nicht gläubig warst? Nee, ich hatte den Herrn zwar, ich war nicht getauft, ich war auf der Suche noch. Nicht getauft, jetzt geht dich um Taufe. Taufe rettet nicht, der nicht wiedergebetet. Nee, nee, ich habe das Bekehrungsgebet also auch noch nicht gemacht gehabt. Ja, das ist ja was ganz anderes. Ja. Das ist ja was anderes, dann darfst du ja heiraten. Das war ja die Zeit, wo du ja nicht gläubig warst. Du hast nur gesagt, gerade als du gläubig warst, dass du gescheiden hast. Nee, nee, da habe ich ein bisschen falsch ausgeprägt. Also gläubig in der Form, ich war auf der Suche, aber ich habe ja noch gar nichts da verstanden. Das ist ja was anderes. Aber der war noch gar nicht wiedergeboren. Der war noch gar nicht überhaupt im Laufe. Genau. Irgendwas anderes. Ja. Und das heißt jetzt, also, kann zurück, oder was? Ja, du kannst ruhig die neue Frau heiraten, aber die muss wiedergeboren sein. Ja, okay. Und ja, das war meine Frage. Das ist nicht so schnell beantwortet. Aber du sagst, das ist gläubig. Ich dachte mir, Wiedergeburt mit gläubig ist ja klar. Nein, nein. Weil das wäre eine andere Geschichte, weil dann gibt es eine Zucht, weil dann heißt das, der darf keine neue nehmen. Und ich wollte es ja bei mich noch mal prüfen, keine Falschaussage tätigen, weißt du? Es wollte ich ja erst untersehen, das ist schön, dass ich dann gelesen habe, dass mir alles richtig da rausgeben. Aber wo du es jetzt sagt, nee, du warst nicht mit Unwissen, dachte ich einfach nur, du wusste es nicht, aber du warst wiedergeboren. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Nein, 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 nein. Ah, okay, dann danke ich euch. Ja, dann danke ich euch, Brüder, dann könnt ihr andere wieder reinholen. Macht weiter so, gell? Paulus, dann holt mich mal ab und zu mal rein. Ich mache mal Anfragen, dann holst du mich manchmal nicht rein. Guck mal, der Bruder Armin holt mich immer rein. Ich hole dich jetzt mal rein, weil guck mal, manchmal, ich sehe das, dann bin ich aber mitten im Gespräch. Ich mache dann kurz weg, ich vergesse das schnell. Ach so, okay, kein Problem. Ich vergebe dir. Danke dir. Mach weiter so, Armin, mach weiter so. Ich wünsche dir und deiner Familie, dir auch, Paulus, und allen anderen, die drin sind, Gottes Segen. Und möge der Frieden immer mit euch, in Jesu Namen. Amen. Ja, so ist das. Komm, jetzt müssen zwei Millionen gemacht werden. Warum sehe ich die gleichsichtmehr? Ach ja, ab 100.000 geht das jetzt immer hoch. Ab 100.000 kommt erst da vorne eine Eins. Jetzt müssen die Leute runter. Alle tippen, alle tippen, 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 tippen. 1,1 Millionen. Wahnsinn, ne? Wo ist Bruder Reza? Ja. Bruder Reza ist rausgegangen. Ich muss mal gucken, Einladung schicken. Ne, der ist komplett raus, der Bruder Reza. Reza ist unterwegs, okay. Sorry, ihr Lieben. Da ist er ja. Ach, da ist Bruder Reza wieder. Fratello Reza, das war eine Frage für dich. Reza ist immer da. Keine Sorge, wenn ihr ihn braucht. Reza! Immer, wenn es um Hetze geht, bin ich sofort rausgegangen. Das ist ein Afrikaner, der ist halt Reza. Wenn ich Hetzen höre überall, dann bin ich sofort vor der Tür. Reza, beispielsweise die Situation, er war wiedergeboren und hat die Scheidung eingereicht bei der Ungläubige. Einfach so ohne Grund. Dann dürfte er doch nicht mehr heiraten, wenn das jetzt so wäre. Also, wenn er wiedergeboren war und er hat sich scheiden lassen, obwohl die Frau weiterhin mit ihm zusammen sein wollte, also verheiratet sein wollte, dann hat er eine illegitime Scheidung eingereicht. Also, der muss die in die Ehe mit dieser Frau weiterführen, wenn sie jetzt nicht weiter geheiratet hat. Genau, aber er könnte sie auch gar nicht mehr zurückholen, weil die ja dann ungläubiger ganz alt ist. Da durfte er nicht wieder heiraten. Der muss die Ehe mit der alten, ungläubigen Frau weiterführen. Er hätte sich nicht leiden lassen dürfen. Genau. Aber wenn er nicht die neue Neue hat. Nach drei Kilometern? Nach drei Kilometern kommen sie zu. Er darf dann die neue Neue haben. Wenn ihr Glauben ist, darf er nur noch eine Frau im Glauben heiraten. Er darf keine Ungläubige mehr heiraten. Er darf jetzt nur noch eine Frau in Christus heiraten. Das heißt dann, aber weil er die Scheidung ja eingereicht hat selbst, dann muss er natürlich, jetzt nicht auf ihn bezogen, weil damals war er ungläubig, jetzt gehe ich auf die Situation wiedergeboren, dann müsste er alleine leben, außer er nimmt die alte Frau zurück. Und nur, wenn sie gläubig wird auch noch. Nein, also wenn die Ungläubige jetzt auch schon geheiratet hat, dann ist er frei. Dann kann er jetzt nur noch einmal heiraten. und dann aber wirklich in Christus. Okay. Wenn die aber noch unverheiratet wäre, diese Frau, diese Ungläubige, und sie will immer noch mit ihm zusammen sein, also sie will immer noch weiter die Ehe aufrechterhalten mit demjenigen, mit dem Bruder jetzt, dann muss er die Ehe wieder aufrechterhalten, mit der Alten. Okay. Ein Beispiel, jetzt sind beide wiedergeboren. Er macht einfach eine Scheidung, einfach so. Er darf dann nicht mal heiraten, richtig? Nein, es ist so ein schwieriger Fall. Man hört dich nicht. Bruder Reza. Reza. Bindung geschlecht. Wir müssen warten. Versteht ihr? Nach 800 Metern bei Ausfahrt 23D. In jedem Fall ist ein Feuer sozusagen nicht mehr erreicht für die Ehe. Nee, ne, Reza. Mach mal deine Dings da weg, Mann. Echt. Das richte mich nicht. Das soll das wahr sein, ey. Mach doch mal den Nassnavi leiser. Bruder Arme, bitte nicht diesen Alju hochrunden. Und alles dies, fahre. Bruder Arme, bitte nicht diesen Alju hochrunden, weil der sagt, er hasst den heiligen Geist und er hasst Gott, Bruder Reza Zeuge. Und dann sagt er, zu mir richte mich nicht. Er sagt einfach, er hasst Gott. Und er sagt, zu mir richte mich nicht. Der ist nicht mehr normal. Äh, Ali? Ja, ich bin noch im Auto. Ja, mach doch mal das Navi dann die Stimme da aus. Ach so, Sekunde. Dem Straßenverlauf von Frankfurter Straße einem Kilometer. Nein, nicht Ru... Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Bruder Reza ist Zeuge. Ich war dabei. Er sagt, ich hasse den heiligen Geist, ich hasse Gott, sagt er. Ist das noch zu retten? Mein Herz überhaupt nicht. Oder Reza... Kannst du dich nicht in meine Lage hineinbesetzen? Welche Lage, wenn du sagst, ich hasse Gott, ich kenne dich nicht? Gott kennt die Herzen, Tablos. Gott kennt die Herzen. Er kennt mein Herz besser, als du mein Herz kennst. Man hat einen Fehler gemacht. Entschuldigt mich. Ich war offen und ehrlich zu dir gewesen. Mach dir her, bitte 6. Du hast du was Christ und nicht mehr Christ. Aber was du Christ, aber nicht mehr Christ. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn noch machen? Was ich von dir halte? Ich war offen und ehrlich. Ich habe vor dir nichts verborgen. Du hast gesagt, du hast einfach die Stimme. Ist das normal? Ich habe eine Beziehung mit der Stimme. Einfach zu sagen, ich habe Wut in der Stimme. Das ist nicht normal, mein Besser. Ich habe eine Beziehung mit dem Jesus. Und dann, wo Reza und ich mit dir geredet haben, wo Reza und ich mit dir geredet haben, hast du selber zugegeben. Nicht die Stimme, du hast den Heiligen Geist gehackt. Seitdem ich in eurer Gruppe war, habe ich mich mies gefühlt und habe mich verstellt und habe aus Versehen diese Wörter gesagt. Du hast uns allen belogen. Sie wollten eigentlich eine Gemeinschaft bilden, aber wir wollten die Bibel lesen. Und ihr habt das Bibel. Wer will Reza das jetzt auslesen? Der denkt sich so, Amir, heim. Ja! Wie geht's? Gut, und dir? Salam alaikum. Alaikum salam. Gott segne dich in deiner Familie. Also ist das alles gespielt oder bist du wirklich Ex-Muslim? Meinst du, ich mache das hier umsonst oder was? Ich bin Ex-Muslim. Nein, aber es gibt manche, die nutzen das aus. Nein, du siehst auch. Bei so einem Thema, die Muslime sind die Fackeln noch nicht lange. Du weißt, was die mit anders können. Aber was hast du denn gegen den Islam? Aber was hast du gegen den Islam? Was liegt dir auf meinem Herzen? Soll ich mich hinlegen und dann bist du mein Therapeut oder was? Sag, was dich stört. Also mich stört auf jeden Fall, dass der Islam in die Welt gekommen ist, um eine Nackentherapie-Ideologie zu sein, die unterdrückerisch nicht sein könnte, die erlaubt, Babys zu heiraten, die erlaubt, seine eigene Tochter zu heiraten, aus Unzucht heraus, die erlaubt, Frauen zu ver... Du weißt schon was. Also ich denke, das sind einige Punkte, die mich dann so richtig stören an dieser Religion. Aber Frauen vergewaltigen, das steht doch nicht im Koran. Sure 4, Vers 24, natürlich. Aber steht da drauf, man darf Frauen vergewaltigen? Ja, den Kontext der Geschichte findest du in Sunan Abidawood 21,55. Und was ist deine Meinung zu ABK? Wenn meine Meinung zu ABK ist, der muss erst mal ein bisschen auf den Grill und dann muss man den Barbecue machen. Barbecue! Bruder Reza, kannst du nicht mehr reden? Du wolltest gar nicht was erklären. Bruder Reza, Bruder Reza. Fratello. Du musst nie mal... Hallo? Hallo, mein Lieber. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, ich grüße euch. Ja. Ex-Muslim, grüß dich. Ich habe nur eine Frage an dich. Also ich habe bezüglich viele Fragen sogar an dich, um ehrlich zu sein. Guck mal, ich sage dir ehrlich, du scheinst mir eigentlich ein kluger Mensch zu sein. Du hast vielleicht auch viel recherchiert. Ich will das nicht beleugnen. Nur ich habe nur eine Frage an dich, was ich nicht wirklich verstehe. Gerade waren es noch sehr viele Fragen, jetzt sagt ich habe eine Frage an dich. Eine wichtige Frage. Da steht eine ganz wichtige Frage, habe ich an dich. Warst du wirklich Muslim? Ja. Warst du wirklich Muslim, Bruder? Ja. Okay, aber wie kamst du denn wirklich dazu, dass du wirklich deine Meinung so änderst, dass du wirklich so krass daran glaubst? Ich habe ja manchmal deine live beobachtet, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, du hast sehr, sehr viel Hass in dir. Meinst du nicht, dass ich so eine Religion verachten sollte, die dazu aufruft, meine Geschwister nacken zu therapieren? Ich glaube, du verstehst mich falsch. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Guck mal, vielleicht hast du ja recht, vielleicht denkst du ja so. Ich meine, ich akzeptiere jeder Meinung, jeder Mensch hat seine Meinung. Aber wie kommst du denn darauf, dass wirklich der Islam falsch ist und du sagst sogar, Allah ist Satan? Ja, das ist für mich, meiner Meinung nach, eine Hassrede. Hassrede ist das, wenn ich das beweise aus dem Koran? Du kannst das nicht beweisen. Du nimmst meiner Meinung nach, ich habe jetzt nicht viel Erfahrung im Islam. Vielleicht hast du mehr Erfahrung. Ich will das nicht beleugnen. Aber im Endeffekt geht es doch gar nicht um Religion, oder? Im Endeffekt, wir müssen doch alle Führung, wie eine Predigt zu halten, oder was ist los mit dem? Nein, ich halte keine Brieche. Du hältst doch Predigte für die ganze Menschheit. Ja, genau, richtig. Du hältst doch Predigte für die ganze Menschheit. Aus! Dein Nerv mehr, aber das kann doch nicht normal sein. Boah, unglaublich. Moin, Ex-Muslim. Und zwar, also, erst mal wollte ich sagen, du hast einen sehr schönen Bart. Das gefällt mir ehrlich. Also, ich wäre schon glücklich darüber, wenn du mir ein bisschen von deinem Bart abgibst. Du hast einen sehr, sehr schönen Bart. Ich liebe deinen Bart, ich gebe dir meine. Das ist sehr schön. Das ist deine Bart, ich gebe dir meine. Danke, danke, danke. Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass du mich bei Tarawih gelitten hast als Imam. So, ganze Ramadan durch hast du mich bei Tarawih, hast ganz vorne gebetet, war es Imam. Ich wollte mich bedanken. Du kannst sehr schön rezeptieren, mein Bruder. Und ich bin auf, ich habe es jetzt um, Ich bin auf, ich bin auf, ich bin auf, ich bin auf, ich bin auf. Ich bin auf. Allahmahabarik. Subhanallah, was hier alles passiert. Allahmahabarik. Jetzt eine wichtige Frage, jetzt bezüglich dem Christentum, nur ganz kurz. Und zwar war ich gerade mit einem Christen im Live und er meinte mir, ich weiß, also ich will nur wissen, was für eine Art für Christen das sind. Er lehnt die Trinität ab, also er hat die Trinität abgelehnt, wo ich mit ihm geredet habe und hat gesagt, dass Jesus nicht Gott sei und hat gesagt, dass der Vater nicht wortwörtlich der Vater von Jesus ist. Nein, dieser Typ hat erstmal keine Ahnung und soll erstmal auch Kamelurin von seinem Gehirn raustun und verstehen, dass sowohl der Vater, Johannes 17, 3-4, der wahre Gott ist, der Sohn in Sprüche 30, 1-4 und 1. Johannes 5, 20, der wahre Gott ist und der Heilige Geist in Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 1-4. Ja, aber meine Frage war, wie nennt man die denn? Ich weiß, dass ihr auch Sekten habt, wie bei uns zum Beispiel, bei uns im Islam. Ich sag mal, was nennt man Kamelurin, äh, wie soll man das denn sonst denn, das sind so Kamelurin? Nein, es gibt es ja Missionäre, es gibt es ja Schiene. Ehrelehrer nennt man sowas, sowas nennt man Ehrelehrer, Ehrelehrer. Ehrelehrer, okay. Bist du orthodox? Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes, so das, was alle Christen sagen. Wie, wann bist du denn gestorben? Bitte? Wann bist du denn gestorben? Als ich meine Knie vor Jesus Christus gebeugt hab und ihn angenommen hab als mein Herr und Heiland. Da bin ich mit Christus gestorben und bin zum ewigen Leben aufgewacht. Ja, okay, dann willkommen zurück. Hä? Warte. Welcome back! Willkommen, mein Herrentod. Willkommen, du hast dich schon mal so Gedanken gemacht um dieses Himmelreich, was der Allah da verspricht mit immer irrigierten Dauerpalmen, PIN hier ist und schweizt. Das ist doch geil, das ist doch geil, wir haben Fragen, was habt ihr? Ja, aber du machst es auch mit deinen Schwestern. Nein, nein, das tue ich nicht, das kannst du mir auch nicht durch dich so nah beweisen. Doch, kann ich es dir! Mach es! Mach es, wir doch noch mal. Jetzt kommt's. Verlässt du aber Islam, wenn er es dir beweist? Nein, tue ich nicht. Ja, dann bist du noch mal. Ich habe auch eine Frage, ganz kurz, ich will erst nur aufgeklärt werden über das Christentum, wisst ihr? Und eine andere Frage wäre jetzt, zum Beispiel, nehmt ihr das Alte Testament an, ja oder nein? Warte, lass mich das erstmal vorlesen. Im Himmel ist es dem Mann erlaubt, mit allen Frauen SEX zu haben, die ihm auf der Erde verboten sind, mit Ausnahme der eigenen Mütter und der eigenen Töchter. Und der Mann darf SEX mit zwei Schwestern gleichzeitig haben. Und es besteht keine Schande darin, SEX mit jemandem an in US zu haben. Und es wurde berichtet, dass jedem von euch im Himmel ein PNIS gegeben sein wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Kannst du mir die Quelle kurz nennen? Ja, das ist in Al-Bujerimi, Al-Khatib, Band 3, Seite 352 und eine weitere Quelle ist in Band 4, Seite 78. Okay, aber was denn ich dir sage, ich nehme nur von den Heichquellen. Aber, aber, okay, und dann noch eine kurze Sache dazu, mit erlaubt, okay? Du als Ex-Moslim solltest wissen, was bei uns, also wenn eine Frau Haram für dich ist, dann weißt du ja ganz genau, was damit gemeint ist, oder? Als Ex-Moslim. Haram gemacht? Ja, wenn eine Frau für dich Haram ist, was ist das denn? Ab wann gilt denn eine Frau Haram im Islam? Eine Frau für dich Haram ist es, wenn du sie nicht geheiratet hast, das ist das Erzens, wenn sie ein Mahram ist, ein enges Familienmitglied. Du kannst jetzt, wie sage ich mal, mit deiner Cousine, also mit deiner Cousine wäre das ja sehr wichtig. Aber wie löst sich das Problem denn zum Beispiel, dass ich mit deiner Nicht-Mahram in einem Zimmer sitze? Wie bitte? Wie kann man das Problem lösen, dass ein, äh, dass Nicht-Mahram mit zusammen in einem Zimmer sind, alleine? Äh, also wenn du jetzt mit einer Frau im Zimmer bist, wo sie Haram für dich ist, wie man das löst, ne? Wenn ein Mahram von ihr dabei ist, wenn ein männlicher Mahram von ihr dabei ist. Was machen wir denn, wenn ein kein männlicher Mahram ist und du bist ihr verboten, aber du musst da eintreten und so, was können wir dagegen tun? Also du willst sie heiraten oder wie? Ich will mit ihr reden, in einem Zimmer mit ihr sein und mit ihr darüber reden, über einige Dinge. Aber sie ist mir verboten, ich darf nicht mit ihr in einem Zimmer sein, wo nicht Mahram sind. Wie macht ihr das? Also, soweit ich weiß, Allah-u-Alam ist es ja so, dass es, äh, erlaubt ist, wenn ein anderer, männlicher, also sag ich schon, wenn ein Mahram von ihr oder halt ein, du darfst auf jeden Fall nicht allein mit ihr sein. Daran sehe ich, wo nichts falsch ist. Okay, wie läuft das denn ab, zum Beispiel im Islam, wenn ein Mann und eine Frau am Arbeitsplatz sind und sie miteinander arbeiten und sie sind ja Haram füreinander, man darf das ja nicht. Wie machen wir, was ist jetzt die Lösung? Damit sie, äh, Mahrams werden, also nicht-Mahrams. Also als nicht-Mahrams arbeiten sie zusammen. Das ist allgemein sowieso falsch von der Ideologie vom Islam her. Ich bin auch ehrlich, das ist falsch von der Ideologie vom Islam her, dass eine Frau mit einem Mann zusammen irgendwo alleine arbeitet, der für sie Haram ist. Ja, okay, und was ist die islamische Lösung, falls sowas ist? Dass sie kündigt, ganz ehrlich. Dass die kündigt? Schlag mal bitte, schlag mal bitte Sunan Ibn Maja, Hadith 1943 auf. Guck mal, was der Mohammed für eine Antwort gibt. Lies mal bitte vor. Lies mal bitte vor, aus deinem Mund würde ich das hören. Okay. Nenn die Quelle bitte nochmal. Sunan Ibn Maja, Hadith 1943, die Authentifizierung ist Sahih. Sunan Ibn Maja, Zahl? Äh, äh, 1943. Äh, 1943. Ja. Guck jetzt, was der Mohammed da sagt. Äh, du kannst Englisch bestimmt, richtig? Lies uns vor. Okay. Salah bin Sohel came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, I see signs of displeasure on the face of Abu Hudayfa, when Salim enters upon me. The Prophet said, breastfeed him. She said, how can I breastfeed him when he is a grown man? The Messenger of Allah smiled and said, I know that he is a grown man, so she did that. That she came to the Prophet and said, I have never seen. Ja, ja, warte, warte, warte. Sie hat einen erwachsenen Mann gestellt unter der Anleitung von Mohammed. Du weißt doch, aber du weißt doch ganz genau selber, das war mit diesem Breastfeeding, da war es nicht so, dass sie, äh, dass da Frau Allah, dass ich das sage, dass sie jetzt daran genuckelt wurde oder so etwas weißt. Natürlich. Nein, das ist nicht damit gemeint. Das ist nicht damit gemeint. Mohammed hat gesagt, geh und still diesen Mann, der hat gesagt, ich bin da eine Art. Wenn wir jetzt Sachen aus dem Kontext reißen würden, ne, sagen wir, wir reißen nach dem Kontext, okay, wie ich es dir gerade erklärt habe, du hast es nicht angenommen. Ich kann dir zum Beispiel ein Bibelfers genauso nennen und du willst sagen, dass du aus dem Kontext rausgerissen oder so. Okay, kein Problem, soll ich deine Fatwa zu dem Thema vorlesen? Bist du dann damit einverstanden? Wie bitte? Soll ich dir die Fatwa dazu vorlesen? Mach mal. Von wem aber? Von wem ist es aber dann Islam? Von Islamweb dort, ne, die größte sunnitische Fatwa-Seite der ganzen Welt. Nein, ich will also von den Gelehrten den Namen, mehr nicht. Ja, ist von Islamweb dort, ne, ist die größte Fatwa-Seite der Welt. Achso, ich wusste nicht, dass Webseiten eine Fatwa geben können. Ist der fertig? Das sind Gelehrte, die das da so... Ja, nimm mir den Gelehrten, nimm mir den Gelehrten. Ah, Mann. Firat. Und auch Aisha hat auch die Busen anderen Männern gegeben zum Luko. Firat, sag mal Breastfeeding auf Deutsch. Breastfeeding, das ist Brüstfüttern. Aber das Ding ist, dass... Ihr habt unser Prophet diese Überlieferung auf Englisch gebracht, oder wie? Dass du jetzt Breastfeeding sagst? War unser Prophet Engländer? Oh mein Gott. Würdest du mich jetzt verarschen? Das Ding ist, ne, ich kann jetzt ganz genau... Mein Gott, ich kann nicht mehr! Jesus, Jesus zwingt Väter, ihre Söhne zu essen. Ich kann nicht mehr! Warum sollen in deiner Mitte Väter ihre Kinder und Kinder ihre Väter fressen? Was? Väter fressen? Ich kann nicht mehr, was ist das? Ich kann, ey, ich kann wirklich nicht mehr, ne? Du hast wirklich... War der Prophet ein Engländer? Hat der Englisch gesprochen? Der arabische Text ist daneben, Mann! Dachte ich mir auch, der arabische Text ist so direkt daneben, erkannt doch, oder? Du hast die heftigsten Fällen, Bruder, du hast die heftigsten Fällen. Ey, das ist... Hat der Englisch gesprochen? Ich kann nicht mehr... Ey, guck mal, Fatwa, ich lese euch das mal vor. Fatwa, ein Rechtsgutachten, guck dir das mal bitte an. Der hat das extra gemacht, weil der wusste, dass ich ihm das jetzt gebe. Deswegen hat er direkt angefangen damit. Die Frage des Stillens einer älteren Person und die Meinung der Mutter der Gläubigen, ah, ich ja dazu. Was ist die Authentizität? Also Frage, das ist die Frage... Äh, warte mal, die Nummer muss ich auch, ähm, kurz geben. So. Das ist die Frage 200.111. 200.111. Fatwa 200.111. Was ist also die Authentizität des Hadiths, der besagt, dass unsere Mutter Ayisha einen Jungen gestillt hat? Und können Sie diesen Hadith erklären? Sie befahl ihrer Schwester, um Kulzum bin Abi Bakr al-Sedir und den Töchtern ihres Bruders jeden zu stillen, mit dem sie Geschlechtswecke haben wollte. Sie haben es in einer Fatwa erklärt. Und es war keine umfassende Erklärung. Also ich verstand es nicht gut. Denn wenn es so schnell, denn wenn man es so schnell liest, wird klar, dass sie, wenn sie wollte, dass einer der Männer auf sie, äh, also zu ihr zugeht, ihre Schwester und Töchter ihre Schwester befehlen würden, die Männer zu stillen, auf die sie gerne, ähm, zu ihnen gehen würde. Mann. Das ist etwas, das unsere Mutter beleidigt. Ayisha, es ist also, als würden sie, als würden sie uns zu unmoral auffordern. Das Stillen älterer Menschen ist etwas Besonderes für Salem. Und jetzt kommt die Antwort. Lob sei Gott und gebete Friede sein mit dem Gesandten Gottes und seiner Familie und seinen Gefährten. Deshalb raten wir dem fragenden Bruder, Verdächtigungen nicht zu folgen und sie nicht zu erfassen und sein Herz nicht zu einem Behälter für Verdächtigungen zu machen. Denn Verdächtigungen verderben das Herz, in dem sie begründet und eben in Al-Qaim sagte, ein Zweifel ist bla bla bla, sagt dieser Gelehrte, so zitiert er ihn. So, was geht weiter, was geht weiter. Er sollte wissen, dass das Prinzip darin besteht, eine gute Meinung über alle Muslime zu haben. Wie wäre es also mit den Müttern der Gläubigen, insbesondere mit Ayisha, möge Gott mit ihr zufrieden sein, die Gott in seinem Buch freigesprochen hat? So sollte es sein, was über sie berichtet wurde, im besten Licht betrachtet und wie gut ist, was Hassan, möge Gott mit ihm zufrieden sein, über ihn sagte, genau wie in Zahir al-Bukhari. Rasans Pferd wiegt nicht verdächtig und wird von Fleisch der Wanderer schmutzig. Und in der Frage erwähnte Überlieferung wurde von Malik in Al-Muatta berichtete. Auf die Autorität von Ibn Shihab hin wurde er nach dem Stillen eines Ältesten gefragt. Er sagte, Urwa ibn al-Zubayr teilte er mir mit, dass Abu Hudayfa, Ibn Utbar ibn Rabbi, war einer der Gefährten des Gesandten Gottes. Gottes Gebete und Friede seien auf ihm. Und er war Zeuge von Badr und wurde von Salem adoptiert, der als der Gesandte von Abu Hudayfa, als Sklave von Abu Hudayfa bezeichnet wird. Gott möge ihn segnen und ihm Frieden schenken. Heiratete Abu Hudayfa, nein, das ist Dings, der Sklave von Abu Hudayfa, der Salim, da er glaubte, er sei sein Sohn. Er heiratete ihn mit der Tochter seines Bruders, Fatima bint al-Walid bin Utbar bin Rabbi. Diese Zeit war einer der ersten Auswanderer und einer der besten Tage der Quraysh. Als Gott der Allmächtige in seinem Buch über Said bin Haritha offenbarte, was offenbart wurde und sagte, nennen sie bei ihren Vätern, das ist gerechter in den Augen Gottes. Wenn du ihre Väter nicht kennst, dann gib jede von ihnen zu seinem Vater zurück. Und wenn er seinen Vater nicht kennt, wird er zu seinem Herrn zurückgebracht. Und sie ist die Frau von Abu Hudayfa. Und sie stammt aus dem Banu Amir bin Luey, ging zum Gesandten Gottes, Gottes Gebete sein auf ihm, sagte, oh Gesandte Gottes, wir haben einen Sohn gesehen, Salim, und er kam immer zu mir. Und ich bin Fadl und wir haben nur ein Haus. Was denkst du über ihn? So sagte der Gesandte Gottes, Gottes Gebete sein auf ihm, dass er ihn fünfmal stillen soll, dass sie ihn fünfmal stillen soll. Und ihm wird das Stillen mit ihrer Milch verboten. Also sah Aisha, die Mutter der Gläubigen, ihn, sie nahm dies in Bezug auf jeden der Männer, mit denen sie gern Verkehr hatte. Auf sich und befahl daher ihre Schwester, um Kursum bin Abi Bakr al-Sedir, jeden zu stillen, mit dem sie gerne Verkehr hatte. Die Männer und sie über übrigen Frauen des Propheten, möge Gott ihnen segnen und ihnen Frieden schenken, weigerten sich, irgendjemandem zu erlauben, mit dieser Stille auf sie einzugehen. Also sie mussten gestillt werden, damit diese Frauen das akzeptieren, damit sie reingehen. Sie sagten, nein, bei Gott, wir sehen nicht, was der Gesandte tut. Gott möge ihnen segnen und ihnen Frieden schenken, um ihn gewähren. Befahl Saulabin zu Heil, außer einer Erlaubnis des Gesandten Gottes, Salim allein zu stillen und mit diesem stillen und auf dieser Grundlage stillen, die Frauen des Propheten. Die Frauen des Propheten stillen, also sehr gut. Es wurde von Ibn Hibbar und Ibn Hazm beglaubigt und Abu Omar Ibn Al-Bar sagte, dieser Hadith ist im Musnad enthalten und betrifft das Treffen mit Urwa und Aisha und den übrigen Frauen des Propheten. Und auch über sein Treffen mit Al-Hafiz ibn Hajjad al-Asqalani. Seine Überlieferungskette ist authentisch. Der Ursprung des Hadiths liegt in Sahih al-Bukhari. Muslim berichtete auf der Grundlage der Autorität von Zeynab bin Umsalama, auf der Grundlage der Autorität ihrer Mutter, dass sie zu Aisha sagte, ein kleiner Junge will zu dir kommen, von dem ich nicht möchte, dass er zu mir kommt. Also sagte Aisha, tust du das? Haben sie im Gesandten Gottes kein Vorbild? Sie sagte, Abu Hudeifahs Frau sagte, oh Gesandter Gottes, Salim tritt zu mir ein. Und er ist ein Mann und in Abu Hudeifahs Herzen ist etwas für ihn. Also der Abu Hudeifah gefiel das gar nicht, dass er dann da eintrat, der Salim, weil er schon so ein erwachsener Typ war. Danke der Gesandte Gottes, möge Gott ihn segnen und ihn gewähren. Stille ihn, bis er dann zu dir darf. Die Quintessenz ist, dass Aisha, möge Gott mit ihr zufrieden sei, der Meinung war, dass das Stillen eines Erwachsenen verboten sei und dass dies nicht speziell für Salim, Abu Hudeifahs Klienten galt. Dies war ihr Fleiß, möge Gott mit ihr zufrieden sein. Wenn sie also Recht hatte, würde sie zwei Belohnungen erhalten. Und wenn sie Unrecht hatte, würde sie eine Belohnung erhalten. Da der Prophet Friede und Säge Gottes sein auf ihm sagte, wenn der Richter dir eine Entscheidung trifft und fleißig ist und wenn er es dann richtig macht, wird er zwei Belohnungen erhalten. Wenn er eine Entscheidung trifft und sich anstrengt und dann einen Fehler macht, wird er belohnt werden. Es gibt keine Einwände oder Schamgefühle, wenn irgendjemand wegen des Stillens Aishas was sagt. Möge Gott mit ihr zufrieden sein. Meine Lieben, das ist nicht verboten. Und Begleiter wurde berichtet, dass er die Mutter der Gläubigen wegen der Frage, einen Erwachsenen zu stillen, denunziert hat. Wie sie sagte, Zweifel, Misstrauen oder Anschuldigungen werden vielmehr von Menschen verbreitet, deren Herzen... Also der Typ sagt mit anderen Worten, du sollst dich nicht darum schämen, dass es dieses Thema im Islam gibt. So einfach ist das. Genau, es gibt über noch einer, die ist Zahyar Bukhari, was sogar auch bestätigt, da haben die anderen Frauen sogar mit Aisha darüber geredet, mit den Stillen und so weiter und dass es dann erlaubt ist und so. Das ist erlaubt, meine Lieben. Ja, die Überlieferung finden wir in Zaheem Muslim und das ist die Auslegung auch zu Zaheem Muslim, ist in Fatal Munim für Zaheem Muslim Band auf der Seite 622. Ja, heftig, sogar Zaheem Muslim jetzt auch noch. Natürlich, guck mal hier. Ich habe sogar ein Hadith, der Mutawa-Hadith, so dieses richtig heftige. Mutawa. Ja, Mutawa. Das heißt Mutawa-Tel. Mutawa-Tel. Ich sage immer Mutawa. Mutawa. Und dann siehst du, dass der Musa Shahin Lassin, der Autor des Buches Fatal Munim, Fischar Zaheem Muslim, die Auslegung zu Zaheem Muslim, eindeutig berichtet, dass Aisha wirklich die Männer der Quraysh gestillt hat. Das ist so heftig, ey. Das ist ein kranker Wort. Warte. Ich weiß noch, wie ich noch gesagt habe. Wie, aber der ist doch erwachsen und Mohammed lächelte in dem Moment und sagte, ja und? Ich weiß, ich weiß, dass wir erwachsen sind. Geh, steh sie. Ja, geh und still mach. Hier. Wer hat das gemacht? Nicht einfach irgendwas machen. Sonst muss ich Entfernung machen. Hier. Fathal Munim, Fischar Zaheem Muslim, Band 5, Seite 622, der Scheich Musa Lassin Sahin sagt, Ähm, Aisha, möge Gott mit ihr zufrieden sein, glaubte, dass es ihm verboten sei, einen Erwachsenen zu stillen und sie stillte tatsächlich einen Jungen. Wahnsinn. Bang! Wo ist dieser Hans? Mikro fallen lassen. Mikro fallen lassen und dann so gehen, alle Musi mal rasten aus. In ganzem Saal der Führung. Das ist sehr, sehr schön. Schön machst du das. Hier, die schreiben, welche Hadis schreiben die Leute? Fathal Munim, das habe ich doch in der Gruppe für euch alle gepostet, wo wir Hansi aus der Nachricht haben. Nee, die fern das ja alle rein, deswegen. Den widerwärtigen Lügner von allen anderen. Den widerwärtigsten Lügner von allen. Den Hansiaten. Und Hanso. Hansild! Moin, moin, ich habe eine Frage. Ja! Und zwar, äh, bei den Muslimen ist das ja so, äh, die Männer, wenn sie in die Paradies kommen, äh, 72 Jungfrauen, was passiert mit den Frauen eigentlich? Mit welchen Frauen? Ja, die Muslime. Was die so kommen? Die meisten Frauen, wenn zur, äh, du weißt schon, was gehen, oh, jetzt geht mein Akku gleich schnell. Bordello oder wollen? Bordello. Was, Pablo, was bedeutet nochmal Bordello? Bordello heißt laut, oder so, Bordello, ja genau, so laut, Lautstärke, so, ja, laut halt. Ja, genau. Äh, und meine andere Frage ist, äh, bei den Christen, und kommen nur Christen ins Paradies, oder wie ist das? Ah, bitte? Kommen nur Christen ins Paradies, oder wie ist das bei euch? Nur Christen, natürlich kommen nur Christen ins Paradies, wiedergeborene Kinder Gottes. Ja, und zwar, meine Frage ist so, zum Beispiel, äh, da ist jemand und, äh, der ist zum Beispiel, nehme ich mal Muslim, äh, als Beispiel, der ist in einer muslimischen Familie aufgewachsen, als Kleinhauf wird dem nur der Islam beigebracht, und der, der kennt den Christentum nicht. Was passiert mit dem? Bitte was? Also, zum Beispiel, äh, er ist in einer islamischen Familie aufgewachsen, der kennt den Christentum nicht. Ja. Und sagen wir mal, der stirbt, und der hat den Christen nie kennengelernt. Wie ist das jetzt bei euch? Kommt der Paradies, Hölle, was passiert mit dem? Nein, er hat eine große Verantwortung hier mit seiner Seele, und er muss sich hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Er hat eine Selbstverantwortung. Äh, also, wie nennt man das? Äh, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Kennst du das? Auch bei Gericht, hier auch im, im irdischen Gesetz? Ich war noch nie vor Gericht, leider. Das ist, ist das Prinzip. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Du kannst nicht einfach sagen, ja, aber er hat ihn gemordet, und ich war nur dabei. Nein, nein, nein. Genau wie in dem Fall, kennst du noch den Fall, der große Auf, äh, äh, der großes Aufsehen hatte, der Expect-Mord von den Hells Angels? Mhm. Hast du das mitbekommen? Ja, genau. Als sie in das Café reingestürmt sind, in dieses Internet-Café, und den Typen da hingerichtet haben, da waren ja mehrere Leute dabei. Mhm. Und jeder, der an dieser, jeder, der mitgelaufen ist, wird die gleiche Strafe erleiden. So einfach, mitgehangen, mitgefangen. Meine Frage war eigentlich was ganz anderes. Was denn? Er kennt den Christentum nicht. Na und? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Er hat seine Eigenverantwortung. Er muss sich also hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Der Jesus, der im Koran steht, was ist das überhaupt für ein Jesus? Ist das der gleiche Jesus aus, äh, aus dem Koran, äh, aus der Bibel? Mit Islam kenne ich mich nicht aus. Ich frage dich, ist der, ist der Jesus aus der Bibel, der gleiche aus dem Koran? Nein. Also der, der aus der Bibel sagt, in Lukas 22, Vers 70, dass er der Sohn Gottes ist. Und der im Koran steht, dass er nur ein, ein Prophet wäre. Der Gesandte Allahs. Ne. Ist also Jesus Christus aus dem, aus dem Koran der Sohn Gottes? Nochmal, ich hab dich nicht gehört. Junge, kann man nicht vernünftig mit dir reden? Hast du eine Beehnerung oder was? Komm, nie wieder hin, hast du kapiert? Ekelhafter Typ. Ich glaub, dein Kamelurin hat dir so viel in dein Gehirn reingedonnert. So ein ekelhafter. Ich dachte, der hört mir zu aufmerksam, man kann mit dem reden, der hört und nimmt etwas auf. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ja, irgendwann ist auch mein, mein, mein Geduldsfaden erreicht echt. Unglaublich. Wie dir dann noch mit mir reden? Ja. Hier, Bruder Amir, in Chat haben die alle geschrieben, Modello heißt laut und einmal auch Baudel in verschiedenen Dialekten in Italien. Bei mir heißt es laut, bei den anderen im Norden heißt es Baudel. Ja, schönen guten Tag. Hi. Hi, mein lieber Gott, segnen Sie schon deine Familie. Dankeschön, dich auch. Amir, Bruder Herz, ich möchte mit dir in Ruhe einmal über alles reden, was du hier sagst und beweisen willst. Also, ich erkläre dir kurz, wer ich bin und an was ich glaube und dann können wir ja mal weiter reden und zwar bin ich Muslim Alhamdulillah und ich lehne, auch wenn mich jetzt meine muslimischen Brüder hassen, die Haditha ab. Ich glaube nur, warte, ich sag dir auch warum, ich glaube nur an das Wort Allah und an den Koran. Alles, was danach geschrieben wurde, Al-Bukhari, Sahih Muslim, Al-Bukhari war der Erste, der die Haditha aufgeschrieben hat beziehungsweise verfasst hat in einem Buch. Er ist 150 Jahre nach dem Tod unseres Propheten erst geboren. Du weißt noch nicht mal, was wir vor zwei Tagen beredet haben und die Leute gehen davon aus, dass alles, was da drin steht, 100% gesagt wurde und dann kommen irgendwelche Gelehrten, die dann sagen, das ist authentisch, das ist nicht authentisch. Also, deshalb lehne ich das ab, weil wer einmal lügt, der kann immer lügen, dem muss ich nicht glauben, aber das, was Allah sagt, das sind seine Worte und das glaube ich. Jedes Mal, wenn du etwas sagst, warte, warte, oder ganz kurz, jedes Mal, wenn du etwas sagst, nimmst du mir einen Hadith und gehst 100% davon aus, dass das die Wahrheit ist. Aber, im Koran steht etwas ganz anderes drin. Im Koran steht zum Beispiel auch drin, dass das Einzige, was unser Prophet zu tun hatte, den Koran zu rezitieren. Nichts dazu erfinden, nichts dazu babbeln, sondern nur den Koran zu rezitieren. Alles andere wird mit einem Kehlenschnitt bestraft, steht da. Das heißt, dass diese Al-Bukhari und Zayim Muslim und die ganzen anderen erst 150 Jahre später geboren sind, die können nicht sagen, was unser Prophet gesagt und getan hat. Das funktioniert nicht. Wir wissen auch nicht, was es ist. Du weißt, was ein Hadiths ist, oder? Bitte? Du kennst doch das Prinzip eines Hadiths. Ein Hadiths weist ja auch eine Überlieferungskette auf, oder? Das kann möglich sein, aber diese Überlieferungskette wird verfälscht innerhalb von 150 Jahren. Die Bibel wurde tausend Jahre dann geschrieben. Das ist sowieso Quatsch. Ich will dir nur sagen, die Perspektive der Muslime, die an die Hadiths glauben, weil sie sagen, dass derjenige, der das von dem und dem und dem und dem hat und das alles zurückzuführen ist zu Mohammed, auch wenn das nicht 150 Jahre sind, weil der in der Zeit von dem gelebt hat und der in der Zeit von dem gelebt hat und dann schauen sie nach, nach diesem Isnaat, verstehst du? Aber wo alle miteinander in dieser Zeit gelebt haben, sich getroffen haben, miteinander geredet haben, kommuniziert haben, und, und, und. Für mich ist ja die Hadiths in Frage, zu stellen und du sagst es schon richtig, der Bukhari kam einfach zwei, dreihundert Jahre später als Mohammed. Einen, und jetzt ist die Frage, wie können wir denn davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist? Also ich gehe ganz stark davon aus, ich weiß es, dass das Wort Allahs, der Koran, die Wahrheit ist und vollkommen ist. Wir glauben an die Tora, wir glauben an das Neue Testament und wir glauben auch an den Koran. So als Muslime musst du diese drei Bücher kennen. So, aber diese Hadiths und diese Gelehrten, die mir daherkommen und sagen, ja, ich bin ein Gelehrter und ich kann sagen, ob das authentisch ist oder nicht. Bruder, wo hast du gelebt, dass du mir sagen kannst, dass das authentisch ist oder nicht? Das funktioniert nicht. Amir, wenn du und ich heute reden, willst du mir sagen, dass jemand in 150 Jahren das sagen kann, was du und ich heute geredet haben, Bruder? Ob du dein Gesicht Richtung Mekka beten, ob du dein Gesicht Richtung Mekka beten sollst. Ich selber glaube, warte Bruder, ich selber glaube noch nicht mal, dass Mekka die heilige Stadt ist, sondern Bakka, Petra in Jordan. Nur Daniel, ja. Weißt du, ich meine, das glaube ich. Problem ist, du weißt ja, das sind aber hamidische Religion. Hey, hey, hey. Du weißt ja, dass der Islam durch fünf Säulen besteht, also aus fünf Säulen. Bruderherz, da widerspreche ich dir auch. Ich denke, es gibt nur zwei Säulen, keine fünf Säulen. Ich sage dir auch warum, weil im Koran steht drin, du sollst beten, Säule 1, du sollst fasten, Säule 2, dass du die Scharia aussprechen sollst, als Muslime brauchst du das gar nicht, weil du schon als Muslime geboren bist. Das ist schon mal das allererste. Zweitens, die Ummah zu machen, ist keine Pflicht. Wenn es dir möglich ist, steht im Koran, sollst du die Ummah machen und den Hatsch. Aber vorher nicht. Und jetzt frage ich dich, jetzt frage ich dich, laut den Hadithen, Bruder, soll ich das, das ist eine Pflicht. Jetzt frage ich dich, ich als Muslime, der kein Götzenglaube hat und kein Götzenglauben glaubt, ich soll zur Ummah gehen, Geld dafür bezahlen, meine Haare abschneiden, einen Stein nehmen und den Teufel bewerfen, Bruder. Willst du mir sagen, dass das richtig ist, Bruder? Absolut nicht. Du hast es begriffen. Islam ist Götzendienst. Absolut. Das sag ich auch. Und deswegen sag ich dir, Bruder, wenn du darüber nachfindest... Nein, nicht der Islam ist Götzendienst. Die Hadithe, Bruder. Die Hadithe, Bruder. Weil im Koran steht das nicht, Bruder. Und da fängt Amir. Und genau da fängt die Spaltung an. Verstehst du? Die Leute, die verstehen das nicht. Die müssen verstehen, dass das Wort Allahs vollkommen ist und das der Koran ist. Die Hadithe... Deswegen klaut er auf seine Ferse von einem jüdischen Rabbiner. So vollkommen ist der Allah. Meinst du jetzt, Waraka hat übersetzt oder was? Nein, das meine ich nicht. Kannst du uns bitte erklären, wo die Surah 5, Vers 32 herkommt? Daher haben wir den Kindern Israels befohlen, dass wenn jemand einen Menschen tötet oder angeordnet, dass wenn jemand einen Menschen tötet, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wer ein Menschenleben erhält, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit erhalten. Woher hat Allah diesen Vers? Bruder, ich sag dir so, guck mal, Allah ist vollkommen und Allah hat ja die anderen Religionen auch erzählt beziehungsweise offenbar. Ich habe dir gerade eine Frage gestellt, Habib. Kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, die anderen Religionen wurden auch von Allah offenbart. Das heißt, wir glauben da auch... Möchtest du herausfinden, dass Allah von einem jüdischen Rabbiner diesen Vers geklaut hat? Bruder, guck mal. Allah hat ja das Alte und das Neue Testament offenbart. Also es sind ja sogar so die Worte Allahs. Der Koran ist ja nur eine Berichtigung von dem, was vorher offenbart wurde. Aber die Worte eines jüdischen Rabbiners sind nicht Tora. Das sind die Kommentare zu einem Tora und die Kommentare von einem jüdischen Rabbiner aus dem Talmud haben es in den Koran geschafft. Es kann sein, dass das vielleicht die Worte von Allah sind, die ein jüdischer Rabbiner vorher genannt hat. Das ist ja möglich. Aber wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst... Hör mir kurz zu, hör mir kurz zu. Ein jüdischer Rabbiner, der tausend Jahre vorher gelebt hat, du musst jetzt genau aufpassen, der tausend Jahre vorher gelebt hat, schreibt als Kommentar in Talmud das, was heute in deinem Koran vorhanden ist. Das heißt, die Worte eines jüdischen Rabbiner sind genau die Worte deines Gottes? Ist doch möglich, Bruder. Er will schon jetzt sagen, dass es nicht möglich ist. Das heißt, dein Gott ist ein Mensch? Bruder, dein Gott ist ein Mensch. Weisheiten, die Weisheiten... Du musst dir mal vorstellen, dass der Allah im Koran sagt, dass das Wort von Allah auf einer ewigen Tafel bewahrt wurde, richtig? Und dass er dann herabkam als Koran. Bruder, guck mal, du sagst mir jetzt, das heißt, dein Gott ist ein Mensch. Jetzt frage ich dich, ist dein Gott denn ein Mensch? Es sind die Weisheiten eines Menschen. Bruder Herz, guck mal. Jetzt widersprichst du dir aber, Amir, ne? Weil, guck mal, du möchtest dich jetzt darüber lustig machen, dass Gott ein Mensch gewesen sein kann, aber glaubst an die Trinität. Schon wieder hat der mir nicht zugehört. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hör dir die ganze Zeit zu. Wann hab ich sowas behauptet? Ich hab gesagt, dein Gott klaut Wörter von einem jüdischen Rabbiner und gibt sie als Gottes Offenbarung auf. Hast du es jetzt begriffen? Bruder Herz, guck mal, du sagst, er klaut. Aber du sagst doch, er klaut. Wieso sagst du denn, er klaut? Es kann doch auch sein, dass diese Worte von Allah wiedergegeben worden sind beziehungsweise offenbart worden sind und der jüdische Rabbiner durch seinen früheren Offenbarungen diese Worte schon kannte. Wir wissen doch, was als erst kam. Habib, nochmal, lass mich nicht ausfüllen. Wenn etwas vorher kam, was vorher in einer Schrift steht, kann aber nicht der Allah behaupten, dass dieses Wort ewig ist. Zuge 5, Vers 32 ist von einem Menschen, von einer Schrift rauskopiert und in das ewige Wort deines Gottes reingopiert. Brauchst du es jetzt von der Seite aus? Ich verstehe das doch. Aber es ist doch nicht verwerflich. Ich verstehe das aber. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe aber auch, dass es nicht verwerflich ist. Also du findest das nicht verwerflich, dass der Allah sagt, dass der Allah sagt, dass niemand in der Lage ist, einen Vers wie den Koran zu machen. Und dann sehen wir, dass der jüdische Rabbiner genau den Koran macht. Okay, dann akzeptieren wir das so, wenn du sagst, dass es geklaut ist, sagst du, es ist geklaut. Ich bin da anderer Meinung. Jetzt frage ich dich aber, in der Bibel, wann sagt Jesus selbst, dass er Christus ist? Also das kann Matthäus sagen, das kann Lukas sagen. Das sind ja Briefe und sagen, also so wie die Hadithe sehe ich die. Also Lukas und Matthäus und Paulus und wie die auch alle heißen. Warte, ich erkläre dir das kurz. Ich sehe das genauso wie die Hadithe. Das sind irgendwelche Menschen, die mit Jesus gegangen sind und irgendwelche Briefe und Erzählungen und Geschichten aufgeschrieben haben in die Bibel, welches über 1000 Jahre lang mit 66 Büchern verfasst worden ist, wovon sogar noch das Buch Henoch und sowas nicht mit integriert worden ist. So, jetzt frage ich dich, hat Jesus selbst, selbst, er selbst, er ist ja Gott für dich, der Heilige Geist und Jesus, also Mensch. Hat er selbst jemals gesagt, ich bin Jesus Christus? Was machst du denn, wenn sie ihn gefragt haben, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten und er sagt, ja, ich bin es? Nein, das hat er nicht gesagt. Wo hat er das gesagt, Bruder? Schlag mal bitte auf, Markus 14, 61. Ich hoffe, dass dieses Kamelurin aus dem rauskommt. Ich hoffe, dass dieses Kamelurin aus dem rauskommt. Ich frage, hat kein Sinn, Bruder, Amir, selbst in dem Koran steht da drin, dass Jesus der Christus ist. Es steht da drin, Jeschua Al-Messir. Al-Messir heißt doch Messias, Gesalbter, Hebräisch. Christos ist Griechisch, das heißt auch Gesalbter, das ist das ein und selbe Wort. Er kritisiert gerade seinen eigenen Islam. Seinen eigenen Koran kritisiert, ja. Da steht drin, dass das Markus gesagt hat, also Markus, äh... Komm, nie wieder hin, habe ich dir gesagt. Da steht, dass das Markus gesagt hat. Nie wieder! Unglaublich. Ich kann nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich heftig. Ich kann nicht mehr. Ihr seid mir ein Urlaubschleiter. Entschuldig. Das ist mein Urlaubschleiter. Das ist wie ein Urlaub in meiner Dieben schuldig. Ich kann nicht mehr. Aaaaaah! Ich muss... Kennt ihr dieses... Ich gehe mal kurz in den Wald, einmal rein schreien, so aaaaaah! Und dann komme ich wieder zurück. Und so... Ich bin nicht aggressiv. Wie ist das alles in Ordnung? Ah, mir Helpline! Genau! Sehr gut, Toni! Toni! Oh, der war der Heftigste, ne? Oh, der war wirklich der Heftigste. Oh, nee! Das ist sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Das geht ans Gemüt. Das glaubt ihr nicht, ne? Das ist so heftig. Fühlig. Das war wieder 30 Cent Döner mit Gammelpferdefleisch. Mit Gammelpferdefleisch. Das hat Markus gesagt, nicht Jesus. Oh, Jesus, bitte. Ich kann nicht mehr. Jesus, was ist denn bloß los mit den Leuten, ne? Ah! 1,1 Millionen. 1,1 Millionen. Sehr gut. Gott segne jeden einzelnen Finger von euch. Mit welchen ihr auch gemacht habt. Mit dem Mittel, mit dem Ringfinger, mit dem Kleinfinger, mit dem Daumen, alle Finger gesegnet. Gottes Segen. 1,2 Millionen ist das. Gott segne dich und deine Familie. Ich meine, dieser Typ war schon raus aus dem Islam. Ja, natürlich. Der bekommt eine Nackentherapie, wenn er in einem islamischen Staat wäre. Sofort! Der brauchst du noch nicht mal in den islamischen Staat. Der brauchst du einfach nur in ein normales islamisches Land zu gehen und zu sagen, ich akzeptiere die Hadithe nicht. Die machen aus dem Shish-Kebab. Ich glaube, der war von Ahmadiyya oder so wahrscheinlich. Ne, die Ahmadiyya glauben auch an die Hadithe. Die lehnen sie nicht ab. Ne, war Koranid. Nur die Koraniden machen das, so wie er das gerade gesagt hat. Ne, okay. Ich geh wieder mal runter, ich hab gar keine Frage mehr. Okay. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Ja. Germany. Das ist doch von Tim, wie heißt der nochmal? Tim. Tim Kellner. Genau, Tim Kellner. Germany. Germany. Aufwachen, der du schläfst. Bitte nicht schlafen. Ist der eingeschlafen? Aufwachen. Aufwachen. Das hat ihm zu lange gedauert. Ah, jetzt ist er wach. Jetzt ist er wach geworden. Hallo. Germany. Germany. Er denkt, sie ist doch schreit da. Hallo. 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 Hallo, do you wanna talk with me? Hallo. Hallo. Er träumt gerade von dir. Er denkt, das ist alles nur ein Traum. Das ist alles ein Traum. Ich fasse es kaum. Hallo. Hallo. Ja gut, dann nicht. Ger Money, weil nächstes Mal gibt es das richtig Money auf Ger. Kronos. Sie sind verbunden mit Army Hotline. Dr. Cheikh Abu Amir, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wo drückt es denn? Drücken Sie die 1. Drücken Sie die 1, wenn Sie wahre Islamaufklärung wollen. Drücken Sie die 2, wenn Sie mich schreien hören wollen. Drücken Sie die 3, wenn Sie davon ausgehen, dass die Bibel verfälscht ist. Drücken Sie die 4, wenn Sie glauben, dass Kamelurin heilt. Drücken Sie die 5. Dass Hohen nicht deine Bauchschmerzen wegnimmt. Drücken Sie die 6. Das ist nicht mehr normal. Ich muss meine eigene Hotline errichten. Please hold the line. Kennst du so der Muslim, der ruft dann bei mir an, so in der Show. Please hold the line. Dr. Cheikh Abu Amir ist gleich für Sie da. Bereiten Sie sich schon mal Fragen vor. Kamelurin schützt nicht vor Krebs. Dö, dö, dö. Der Wildscher in der Hotline wieder legt und der so, nein, ich will nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr, wenn der schon in der Hotline-Videos enthält. Ich kann nicht mehr stehen, obwohl ich auf meiner eigenen Hotline so und da kommt dieser Ton von dieser Frau, die dann so spricht. Please hold the line. Sie werden gleich mit Dr. Cheikh Abu Amir verbunden. Der Arzt Ihres Vertrauens. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles wird gut. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Haben Sie schon von unseren neuen... Von unserem neuen Kamelurin gehört? Genau. Wir haben das exklusiv aus... Wir haben das exklusiv aus... Exklusiv ausgemacht. Der exklusiv, Mann. Er hat sich schon davon gehört. Drücken Sie die 6, wenn Sie ein Abonnent sein möchten, dass Sie es natürlich geliefert bekommen. Der exklusiv ausgemacht. Selam. Und Gott segn dich und deine Familie. Wie geht's? Ahamdallahu, Jesus, uns geht's gut. Wie geht's dir? Ahamdallahu, auch gut für alles. War das eine Lüge? Bina ist Barmherzigkeit. Wo ist Allah barmherzig? ihr kennt mich doch ich war letzt mal eure lab ich habe sogar mit army gesprochen ja ja ich kann mich wirklich erinnern aber das war schon vor zwei drei wochen wir haben sogar beide gesprochen du meinst warum willst du nicht zu jesus zurückkehren warum willst du nicht so jesus zurückkehren sehr guter anfang vom gespräch also sagen jetzt mal ehrlich so ne also bei mir ist das jetzt also ich bete allah an ich halte mich an die so ist ehrlich ich mache es ich mache sehr viele sünden und sagte ehrlich ich bin der ehrliche ich mache sehr viele sünden ich bete allah an weißt du ich bin jetzt mal ehrlich ich spüre so ein gefühl in mir ja nicht ich weiß nicht dass erklären soll diese gefühl dass so ein schönes gefühl also etwas sagt in mir gefangen an zu beten und sobald ich bete geht das alles direkt wieder weg also ich habe ich habe schon die bibel gelesen also ich habe zwei minuten dann bist du der gleiche typ die wir von zwei minuten oder lebendiger glaube naja jeder macht und haben wir recht das meine ich gar nicht du siehst du dass deine deine religion nicht innerlich nicht verändert warum weil sie ja also ich bin jetzt mal ehrlich ich halte mich zwar an die säulen fest aber also ich bin jetzt nicht so ein wissen der muslim ich bete nur so mehr mache ich nicht ich wein von ich weiß von gar nichts von meiner religion das ist das problem du weißt nämlich gar nichts von einer religion wenn du dich damit beschäftigen würdest 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 du aber auch den islam sofort abschwören und sagen das ist nicht die religion gottes also mein gott fordert mich nicht auf irgendwo hin zu pilgern einen stein sieben mal zu umrunden um dort hin zu laufen um so einen schwarzen stein zu küssen was ist das das ist das muss schick sein also ich war ich war ich war noch nie mekka und so ich habe das noch in mein leben gemacht jetzt vor kurzem kam ein video auf meiner for you page von massel krass der hat sich so groß gesagt von von den wahhabiten der war ja vorher hatte unterricht gegeben von mohammed abdelwahab seine bücher das video habe ich davon analysiert da sagt jetzt sagt in einem dieser wir müssen uns das mal angucken da sagt in einem seiner sätze da sagt er auf einmal wenn ich als ich das unterrichtet habe habe ich so eine seite bekommen wo dann allahs eigenschaften dann mir vorgetragen wurde das muss ich dann sagen und dann habe ich so mir gedacht was unterscheidet mein was unterscheidet aller von einem hinduistischen gott mohammed berichtet ihm so das heißt ja nicht dass das das ein wahhabi ist oder was das ist mohammed der sagt dass alle ein schienbein hat dass er zwei rechte hände hat dass er einen fuß hat dass er entschieden dass der bein hat dass den hinteren hat der auf seinem thron sitzt und so mal hier wartet man muss das mal finden hat was der krass ja heftig wo war das noch mal diese aussagen von ihm oder dieses interview führt das wurde mir angezeigt ja super in tik tok ja ja hat das einer von euch gespeichert oder was ja bei mir ich glaube ich habe das gespeichert kann das in den kommentaren reinschreiben wie das video heißt dafür dass ein interview mit so zwei anderen da erklärte das sonne ich habe mich so tot gelacht ich konnte nicht mehr da dachte ich mir sehr mein gott da hast ja gerade den islam verunglimpft und dem mohammed weil die beschreiben doch aller nicht der mohammed abdelwahab oder eben tai mir oder weil auch immer nein du siehst doch das ist im buchadi verzeichnet antropomophistisch ist hier der name mann mit zwei anderen heißt das video mann bei anderen mann mit zwei anderen ein wasser krass wie heißt das mann einfach mann wie ein mann mit zwei anderen steht da nein sagt einer versuch mal so blödsinn mann mit zwei anderen zeigt ihr mir eine million videos mit zwei anderen männern als würde tik tok sagen oh ja ein mann mit zwei anderen männern das ist marcel krass wie der da sprichst du arabisch nein du sprichst auch kein arabisch ne du bist kurde ja kurde naja du sprichst du ein kurde das ist das schlimme mein bester du bist ein kurde und du weißt was mit deinem volk angerichtet wurde als die ich habe ich habe ich habe ein video von dir gesehen du meinst du meinst die kurden wurden dort als warte wie heißt das geister die kurden sind jeans diese video von der ich habe das gespeichert aber ich finde es nicht mehr sehr lustig ich glaube das wurde sogar gelöscht weil das so dinge das ging voll viele tausende von aufrufen und das war das lustigste video habe ich das hier noch da habe ich mit diesem schiiten noch da geredet da gibt es sogar eine rubrik kurden sind jeans die schiiten glauben daran dass ich hier sagen grund sind was denn das für menschen die beleidigen uns einfach das lustig hast du es bei dir das ist auch egal dass du selber deine seelien sicherheit bringen solltet das ist das wichtigste keine rettende botschaft der islam hat überhaupt nichts der islam nimmt die dann erlöser stellt den jesus christus als kompletten versager dahin als einen feigling der nicht den helden tod an was das bitte hat er wirklich wusste das nicht ich kann mich dazu du hast auch niemals den koran gelesen richtig koran habe ich schon gelesen aber jetzt nur passungen mehr nicht ich kenne mich nicht mit der religion aus wirklich ja ich bitte dich von herzen setzt dich einmal mit der bibel außerdem lass mal den koran beiseite der koran bringt nichts ich habe ich habe die bibel gelesen ein paar kapitel auch genau du musst anfangen die evangelien zu lesen darin liegt eine rettung du musst jesus christus kennenlernen ihn annehmen und von neuem geboren werden und dann bist du auf den weg zum ewigen gehen leider habe ich kein bibel zu hause du kannst eine bestellen auf kostenlose bibel.de ich bin der ich habe sogar kein geld kostenlos warum sagst du ich habe kein geld ja ich dachte jetzt halt geld und so du bist in deinem urlaub ja du bist der lustigste wirklich mit dir ist was ich hier schon alles durchgemacht auf tiktok das ist heftig dass ich keinen schaden davon erlitten habe das ist auch ein wunder ehrlich mit diese ganzen gespräche dass ich keinen schaden erlitten habe nein bei mir gibt es keine schlechte laune das ist bei mir geht es immer eigentlich gute laune wir preisen und loben den herrn jesus christus an jedem tag ob es regnerisch ist ob es sonnig ist der jesus christus ist der altmächtige gott der ins fleisch gekommen ist deswegen kommt er und sagt der heilige bernhard heilige bernhard wurde der ist so fertig ja mama hat gerufen geh essen war das gerade? deine mutter hat den gerufen der ist 15 ach so der hat mutter ich dachte der musste miesen hey mein schatz komm essen okay mami was ist das für ein profi bild? alhamdulillah alhamdulillah trinity alhamdulillah trinity es ein verstörtes profi bild was ist das für ein warum? es gibt doch eine es gibt doch eine wie nennt man das? was ist das? hier es gibt doch die erste trans moschee in bangladesh ja stimmt da hat er recht ja 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 da kann man mich jetzt auch nicht mehr kritisieren ähm kennt ihr sahibokari 454 506 mit satan fast jedes kind bei neugeburt an außer jesus und seine mutter was will man da noch sagen? wenn alle sagen das heißt ja im umkehrschluss sogar Mohammed hat er angefasst oder? natürlich jeden menschen heißt auch Mohammed und seine familie und alle toll ne? vielen dank für kamelurin koran vielen dank für kamelurin gott segne dich mal lieber ciao gott segne dich was geht was geht was geht nur jesus ist die wahrheit genau gott segne dich abiresa ne die sagen immer abiresa ich kann nicht abiresa 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 abia mir sie ist am fahren danke dir Ach, so ein Hetzmobil hat er die gesendet. Ja, der weiß, der größte Hetz ist hier. Hetzmobil muss immer gesendet werden. 1,3 Millionen. Gottes Segen euch allen. Ich habe nur eine Frage, Jungs. Ja? Wegen 4. Buch Mose 31, Vers 17 bis 18. Weil der Liebe zur Magie das immer so anführt, als wäre das so ein Knock-out-Vers von dem. Weißt du, was ich meine? Deswegen komme ich jetzt zu dir und frage dich, wieso der das so als Knock-out sieht. Weiß also, ich meine, ich weiß nicht, was dem da oben im Kopf da, was bei ihm los ist. Ja, verstehe ich. Das kommt davon, weil er zu viel Kamelorien getrunken hat. Das anders kann ich mir nicht beschreiben. Ja, aber ist doch klar. Also ist der alte Bund doch damit gemeint. Wenn die das denen antun, dann müssen die das denen zurücktun. Das ist ja, verstehe ich mich, dass ich meine. Zahn und Zahn. Genau. Es gibt Regeln bei allen. Der Gott ist immer gerecht und heilig. Und das, was er da kritisiert, das, was er eigentlich da kritisiert, damit kritisiert er eigentlich seinen eigenen Gott. Und der Allah macht das eigentlich noch ganz, ganz schlimmer. Denn in Suche 424 sagt der Allah, dass sie ein Dorf auseinandernehmen sollen. Und dann wollten die Leute auch mit den Frauen Verkehr haben. Und da haben die Leute zu Mohammed gesagt, ja, sollen wir uns denn kastrieren, Mohammed? Wir wollen auch mit den Frauen Verkehr haben. Habe ich gelesen, habe ich gelesen. Genau, weil die Männer waren noch am Leben. Und da haben sie gefragt, was sollen wir denn machen? Sollen wir uns jetzt selber kastrieren oder was sollen wir tun? Ja, das ist eine bescheuerte Frage. Ja, genau. Und dann kam er mit dem göttlichen Vers von Allah, verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Und dann haben sie vor den Männern mit den Frauen Verkehr gehabt. Da musst du dir mal vorstellen. Wenn du deine Frau vor deinen Augen fährst, du weißt schon was. Ja, oder dann sagt er noch so, dann sagt er noch so, Jesus war ja auch ein Sünder. Dann frag ich mich, hä, was labert der? Dann sagt er, ja, weil der hat ja die Leute beleidigt. Oder irgendwie so. Dann sagst du, Junge, also habe ich in meinem Kopf gedacht, Junge, das kannst du doch nicht als Ding nehmen, als Argument, wenn Gott sein Urteil spricht. Das kannst du doch nicht als Argument nehmen, mein Freund. Zuerst einmal, der Jesus Christus ist ja auch der Sündlose und derjenige, der die Worte gesprochen hat, ist derjenige, der die ganze Welt geschaffen hat. Und was willst du ihm denn vorwerfen, dem Herrn Jesus Christus? Was willst du ihm denn sagen? Was wollte ich denn sagen? Was ist ja das Ganze? Kurzen Prozess mit diesen Leuten machen. Warten mal ab. Kurzen Prozess. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe ihn jetzt nicht. Ist ja alles okay. So soll er ja sein Ding machen und so. Ist alles okay. Ich verstehe halt nicht, warum er da nicht zu euch mal reingeht, vernünftig auf einer Vier-Augen-Basis mal redet und dann wird er doch merken, dass ihm sein Glaube einfach nur Mülle ist. Ich hatte ihm mal geschrieben, ich habe gesagt, lass mal alles beiseite, lass uns mal zusammen miteinander reden, ohne dass irgendwelche Leute da einwirken. Und da kam dann auch nichts mehr von ihm rüber, weil dann... Ja, was ist denn schwach von dem da? Das ist ja schwach. Weißt du, was ich meine? Das ist ja echt schwach. Er hat auch mit mir geredet, Adrian. Ich habe sogar das Video zu genaucht. Und der hat zugegeben, dass Kinder ihr erlaubt ist. Hat er selber zugegeben. Das ist krank. Er ist wirklich ein Muslim. Nee, ich weiß, ich weiß. Nee, kann man ja den live oben. Da kam der mir an, irgendwie was Ding, Sexsklaven erlaubt wären in der Bibel und so ein Blödsinn hat er mir einmal erzählt. Er hat mir gesagt, Junge, du bist ein Spinner, Junge. Da hat er mich sogar rausgeschlossen, wenn ich dir einen Kontrag gegeben habe. Da habe ich ihm gezeigt, was ein Mohamed selber Sexsklaven denn hatte. Auf einmal liest er extra nur den oberen Teil und nicht den unteren Teil. Weißt du, von dieser ganzen Suche. Nee, mit solchen Täuschen hat man zu tun. Weißt du? Okay, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Dich auch, mein Freund. Danke wegen der Erklärung nochmal. Wir haben schon 1,2 Millionen Likes. Das ist unglaublich. Komm, heute 2 Millionen. Alle tippen. Heute holt euch jetzt alle in der App, App Store oder Play Store Auto-Klicker. Dann könnt ihr automatisch klicken. Ohne Problem. Und Genavo. Jetzt habe ich den. Der ist aus der See reingekommen, sagt er. Ach so, aus der See reingekommen. Ja, das Problem an dieser Liebe zu Haschisch oder Liebe zu Magie ist, der stellt sich da hin, hat irgendwelche Bibelferse aus Google da rausgesucht und dann geht er nicht hin und versucht herauszufinden, was es auf sich hat. Er versucht einfach, also der sagt das einfach nur, wirft das in den Raum, die Verse, ohne zu berücksichtigen, was der Kontext hinter diesen ganzen Geschichten ist. Alles das Traurige. Und dann fühlen die Christen sich so ein bisschen getriggert und dann kommen die halt hoch und dann reden die da mit denen. Ja, größter Fehler. Was sagt denn die Schriftbruder? Epheser 6. Ohne die Waffenausrüstung Gottes sollst du nicht predigen, weil dann hat der Satan leichtes Spiel mit dir und nimmt dich auseinander. Das ist so. Wer kriegt das ab? Jesus. Letztendlich, weil die denken, ey, Christ wurde widerlegt, also Bibel ist jetzt falsch. Weißt du, und deswegen sollen die nicht predigen. Die sollen alles zurückziehen, so einen Gang runterschalten und erst mal Bibel lesen, bevor die mit so einem reden. Wo gucken die sich überhaupt den an? Ja, ist ja nicht schlimm. Die können ja bei dem hochgehen. Die können sich ja Wissen eineignen und dann mit ihm da diskutieren. Wenn das nichts bringt, dann können die ja rausgehen. Ja, das ist aber katastrophal. Die kennen ja die Bibel nicht. Dann kriegen die eine Frage, obwohl das vor die Erklärung da parat ist. Die kennen das nicht. Und dann schauen die den Herrn Jesus. Epheser 6. Sag ganz klar, die Waffenausrüstung Gottes müsst ihr anziehen. Das ist das Wort Gottes. Ohne das brauchen die gar nicht reden. Ja. Nicht doppelklicken, das heißt Autoklicker, nicht doppelklicken. Auto und ein Klicker. Dann könnt ihr alle tippen. Weil, wo haben wir, wenn nur 100 Leute hier, komm, 50 Leute nur Autoklicker holen, ne, und dann einmal durchdrücken, dann ist es vorbei. Dann kriegst du sogar 10 Millionen. Aber echt. Dann geht das richtig ab, dann gehst du bei jedem for you. Dann gehst du bei jedem for you. Dann gehst du bei jedem for you. das badkletten zunder schreibt einer badkletten das weiß ich gar nicht ob das glätten zunder ist aber das färben ist auf jeden fall eine sache da darfst du nicht einfach machen kannst dich einfach mit farbe wie du willst also du kannst farbe nehmen aber halt nicht die schwarze farbe und am besten immer die gelbe damit du aussiehst wie so ein hydrant ja dann ist auch hansi schon raus hansi färbt sich doch immer schwarz sein bad will ich der moment hat gesagt wer sich die barthaare mit schwarz färbt er wird zur hölle fahren ich weiß so wie haben die sein vor paar jahren hat er vor den grauen bart gehabt ja jetzt hat er sich schön gefärbt natürlich und dann sagt er den leuten das ist dunkelbraun er denkt wir sind alle behämmert in der birne und haben sind farbenblinde du hast gerne bauchschmerzen dein bauch lügt genau so macht er das nur genau das ist das prinzip du sagst nicht die wahrheit allah hat die wahrheit gesagt ihr seht nicht schwarz sondern das ist braun das ist braun ist einfach blind unsere augen das ist wahnsinn man immer sagt der schwarz ist doch braun und braune schwarz braun ist schwarz und schwarz ist braun alle auf amir's bad tippen alle auf sein bad tippen also bruder amir eine kamera hat sich in deinem bad reinbeißen ich konnte nicht mehr wollte jemand in deinem bad reinbeißen alle wollen im bad beißen ich bin es wieder von der ecke ich habe ganz groß eine frage an dich ami weil das schwöre dieses taufen thema geht mir nicht aus meinem kopf hast du dich taufen lassen das ist nur meine frage ja glaube ich mich taufen lassen okay aber das ding ist das ding ist ich habe euer prinzip mit dem herzen und wieder es habe ich alles verstanden aber man wenn man sich dann taufen lassen will muss man doch zum beispiel zu einem also man muss doch zu einer gemeinde dann gehen sie was von der gemeinde bist du denn oder wo hast du dich taufen lassen wer dich getauft du kannst überall sich taufen lassen ja weil apostelgeschichte 8 36 37 38 lesen da wo wasser ist kannst du dich taufen lassen nur ein wiedergeborener bruder der dich dann taucht das heißt das heißt dann aber zum beispiel sagen sagen wir mal jetzt zum beispiel du bist ja ein wiedergeborener für dich oder amir wäre ein wiedergeborener das heißt wenn ich so einen menschen im leben hätte oder in der umgebung könntet könntet ihr mich zum beispiel auch taufen ja genau okay das war schon meine fragen können wir mal gucken ja mich haben schon etliche unzählige angeschrieben wegen taufe dass sie taufen sollst also das ist meine frage ich wollte nur wissen ob das so wie sich dann möglich ist ja nein im prinzip also da haben mich sehr viele angeschrieben ob ich sie taufen lassen wollte weil sie auch durch mich zum glauben gefunden haben und dann sich gerne auch von mir taufen lassen wollten weißt du das war ja auch ein lieber gedanke wenn man auch durch dich das dann irgendwie gefunden hat dass man das von dir dann gerne machen will nur bei mir war halt echt die frage weil wenn ich dann jetzt zum beispiel zu einer evangelischen kirche gehe dann bin ich evangelisch getauft wenn ich zu einer orthodoxen kirche gehe sind nicht orthodox getauft oder orthodox getauft es gibt nur eine taufe okay das heißt du musst mit deinem ganzen körper ins wasser reingehen und so wieder rauskommen genau und nicht hier besprengen lassen das ist okay danke nochmal gottes hegemann danke euch auch tata also bei der taufen wo dame das ist ja so egal wo man ist man kann sich taufen lassen ob es sogar badewanne ist so bisschen wach ist ein seelen teich und so weiter da wo wasser ist könnt euch taufen lassen kein einheit gefreut darf eine frau taufen nein der mann hat die führungsposition er muss das tätigen das heißt ein wiedergeborener bruder ja geht dann taufen einer schreck geht zweimal taufen nein einmal taufen aber viele denken baby taufe ist richtig das ist falsch das ist baby planschen beziehungsweise besprengen bei lanschen das ist die lanschen planschen und dessen sage ich euch ihr müsst euch richtig drauf lassen aber erst wiedergeboren das ist das auto das rettet euch efe 1 13 glaube aber dann und dann eure taufe und die wollte ja natürlich machen weil ihr wiedergeboren seit einer ausliebe machte das so den herr einer schreibt babys werden der erbsünden getauft nein falsch die taufe reinlegt nicht deine sünden sondern das blut des herrn jesus christus erste johannes 1 7 meine lieben die taufe nimmt eure sünden nicht weg wir sind nicht bei johannes der täufer der die taufe der buße gemacht hat das möchte differenzieren jetzt sage ich ja immer wieder neu diese brauchen haben keinen sinn nur der richtige taufe einige geist taufe die richtige und die normale wasserbad taufe ja anerkennung öffentliches zeugnis gestorben und aufgestanden aber das was die katholik orthodoxe machen falsch hier wurde eine frage dich einmal erklär mal den vers mit der fußspitze beim beten in islam ja ich war ja damals im islamischen unterricht und dann gab es das thema das gebet und sagte der typ mein kumpel der kollege neben mir sagt der ami wenn du deine fußspitze falsch setzt und das wurde ja bestätigt durch viele muslime die auf tik tok und auf youtube ja ihr unwesen treiben dass es über die fußspitze richtig setzen sollte ja super gedanken um fußspitze habe ich mir gedacht guck dir das mal bitte an was eine religion da kommst du und suchst gott mit aufrichtigem herzen und willst willst so bis auf den weg ein frommer mensch zu werden sozusagen und jetzt dieser religion folgen und dann kommen die auf einmal mit fußspitze fußspitze nasenspitze richtig setzen das ist einfach so heftig wahnsinn also du musst sie über den fragen den ist das wichtig mit fußspitze könnt ihr sie mal fragen ja die machen sich gedanken wo spitz war mir versteht das mit der leichten von mo ja ja ich hab's ich hab's ich muss nur gucken auf welcher seite das war dr scherab ist gerade noch unterwegs ligaplatz 21 ja das ist heftig durch die ganzen likes die geschenke komme ich komme ich in die in die höchsten der ränge das ist wahnsinn das haben gott sich jeden heißen ich muss mal kurz hier im halb einer schreibt autoklicker diese app ist eine sünde bestimmt mit denen nicht einer schreibt amir pavlos schreibt amir pavlos wirbt hier bei der eine also der wirbt hier bei dir mit einer verbotenen app autoklicker die ist verboten sagte ich glaube den geht sich gut man ist verboten die sorgfizieren es geht um klicken eines herzen in eine app zu geben und er kommt mir an auf sünde zu machen das gerne doch nicht ich war es ja 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 getoppt hat der typ genau wir haben scharia polizei bekommen scharia polizei live ist altersbeschenkt na super nein nein ah shalom was geht hallo gottessegen meine live sicherbarkeit ist eingeschränkt da alles ist eingeschränkt ja du musst neu grad machen bruder haben ja alles umsonst heftig zwei millionen habe ich dir gegönnt ja heftig ja ich muss raus das kann sein dass sie den live stream jetzt gleich sperren ja ihr lieben kommen wir gleich nochmal rein ja ich erledige jetzt mal ein paar sachen und dann sehen wir uns zu gott wird gleich ja ja gottes segen gottes segen ja machts gut ihr leben haltet immer am herrn jesus christus fest und lasst euch niemals von religion der anderen seite da rein legen gottes segen ihr wundervollen tschau tschau